Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr habt gut reingerutscht. Und genauso wie im letzten Jahr habe ich dieses Mal auch überlegt, einen Natururin-Jahresrückblick für euch fertig zu machen. Indem ich alle Hauptvideos aus 2022 genommen und diese in ein komplettes Video verkürzt zusammengeschnitten habe. Allerdings habe ich die Videos so stark verkürzt, dass ich aus fast 18 Stunden Videomaterial dieses 6-stündige Video gemacht habe. Also sprich, ich habe ganze zwei Drittel weggeschnitten, sodass nur die besten Parts ausgestrahlt werden. Das einzige Video, was ich außen vor gelassen habe, ist mein Seven Forests Wild 7 Tage Selbstversuch, weil ich diesen als solches Video bereits abgekürzt schon hochgeladen habe. Falls ihr meinen Selbstversuch noch nicht kennt, ich habe das unten nochmal verlinkt. Insgesamt sind das 40 Hauptvideos, die ich zusammengeschnitten habe und ich habe mir im Gegensatz zum letzten Jahr überlegt, dass ich das so schneide, dass man möglichst unbemerkt von einem Video ins nächste Video hineingeschoben wird. Sodass man als Zuschauer möglichst das Gefühl bekommt, nicht mehrere Videos auf einmal zu schauen, sondern dass man einen kompletten 6-stündigen Megavlog anschaut. Und dieses Video kommt jetzt erst, weil das erstens extrem viel Schnittaufwand gekostet hat. Ich habe da wirklich sehr viele Tage dran gesessen und ich war zwischenzeitlich mal ein paar Tage unterwegs gewesen, sodass ich nicht schneiden konnte. Und deswegen kommt dieses Video erst jetzt. Aber bevor jetzt dieses Video startkommt, werde ich jetzt erstmal rausgehen und mal ein paar Bierpowers machen gehen. Und danach wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Es wird geisteskrank, oder wie das heißt? Gebrost! Ich grüße Fritt Gätz. Ich grüße Manuel Urban. Ich grüße Jesse. Ich grüße Michael Salz. Auf dich werde ich jetzt zwei Stück machen. Bier Power 1. Bier Power 2. Ich grüße Meindl aus Österreich. Du bekommst von mir auch zwei Stück. Bier Power 1. Bier Power 2. Ich grüße Bier Junker. Scheiße. Scheiße. Ist aber gerade im Zug reingelaufen und dann ist er direkt abgefahren. Ja, das war schon wieder richtig knapp gewesen. So, ich bin hier angekommen. Und ich bin hier bei Ihnen hier angekommen. Du bist jetzt bei dem Affenschänder. Hier werden Nasenaffen geschändet und dann werden sie gegessen. Also natürlich werden sie vorher karamellisiert. Und ich rede jetzt aber nur von den Nasen. Die Nasenaffen können weiterleben. Ich will ja nur die Nasen. Dann will ich die Nasen karamellisieren, frittieren und dann essen. Das ist der Grund, warum das alles hier überhaupt existiert. Die Sächsische Schweiz ruft. Und wir gelaufen jetzt alle gemeinsam zu Sächsische Schweiz. Ach so, nee, das durfte ich eigentlich nie öffentlich im Internet sagen. Ja, zur Sächsischen Schweiz. Bier Power. Gebrost. Diese dreckliche Maske, die dürfte nicht. Er versucht durch Maske zu trinken. Leute, wir haben die letzte Haltestelle verpasst. Und wir sind an der Haltestelle zu weit gefahren. Und wir sind jetzt gerade hier in Schmielka Hirschmiele. Und das heißt, wir sind jetzt gerade in Sächsischen. Und... Nee, nee, wir sind noch in Deutschland. In Deutschland? Ja, ja, wir sind noch in Deutschland. Ja, gut, dann... Dann sind wir doch irgendwie an der Grenze. Sieht aber nicht mal nach Deutschland aus. Das wird unser Lagerfeuer, glaube ich. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Helmut kocht. Er hat hier... Er kocht... Er brate hier Zwiebel. Und hier... Hier sind diese Dinger hier. Industrieller Großrans. Ihr kennt diese Dinger hier, oder? Zukimi. und diese die dahinter sind, der Elm und Zanz ist schon wieder am Weg, aber genau das packt er jetzt rein, diese, wie heißen die Dinger nochmal? Zucchini, 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 mit diesen Nudeln hier, die so viel Fett dran haben, von Pappmas her, von Pappmas, ja. Die Flasche ist bei der... Helmut! Aber das Fressen ist lecker. Es war immer gut. Ja, es freut mich. Helmut hat gekocht. Helmut hat gekocht. es beginnt so wir sind gestartet und wir laufen jetzt zum zum nächsten biergeschäft und ich habe hier meinen fetten überfetteten müllsack also dieser müllsack mit ganz viel fett dran der mich die ganze zeit hier gestört hat den haus hier reingeschmissen wir haben hier ein penny gefunden und wir werden da jetzt bier und noch mal sachen kaufen gehen wir haben bier und noch mal sachen eingekauft und jetzt werden wir das einpacken der schänder hat eine feuertonne gefunden ein aerodynamisch löchriger feuerzylinder kamin wie er im buche steht und wir warten gerade auf den bus weil wir fahren gleich zu dorthin wo wir gleich hinfahren werden der kopf gleich so wir sind gerade hier angekommen und jetzt laufen wir zu hier unten liegt weißes zeug rum was mich mal schon mal so richtig belästigt hat und guck mal ich habe hier ich bin in einen dornenbusch reingelaufen und wisst ihr wozu dieses weiße zeug hier gut ist man kann das hier benutzen um jetzt hier da wird das da wird der bein hier abgekühlt wird damit das gefriert und somit der heilungsprozess weiß es nicht ja irgendwie so so einen dreh dieser dieser hügel da da drüben der der sieht steiler aus der stelle aus als der aussieht und hier vorne ist noch mal dieses weiße zeug was mich in meinem leben schon öfters belästigt hat guck mal wir laufen jetzt gerade hier ein weg mit schwierigkeit und hier dieser wagen ist irgendwie kaputt gegangen dabei dass er jetzt umsortiert muss er werden muss es wird rüber getragen je weiter wir laufen desto mehr so wir sind hier guck mal hier vorne sind felsen und wir sind hier an dieser stelle angekommen wo wir heute pennen werden heute guck mal wir werden hier erst mal ein bisschen holzig und dann gleich feuer machen hier soll das feuer stellen aus dieser voll verranzten feuertonne die der schänder gefunden hat das fängt an zu brennen es brennt gut das brennt vorzüglich das brennt perfekt besser funktioniert das nicht so wer ist denn jetzt fertig allererste sonne feinstes rohfleisch guten morgen ich bin wach und jetzt wird wie heißt das ding frühstück gemacht ach so und wir haben heute unter diesen voll fett felsen gepennt und da sind ein paar tropfen manchmal auf den kopf gefallen von da oben das habe ich gemerkt irgendwie das hat sich lustig angehört frühstückig fertig es war so ein kleiner lagerfeuer machen bevor wir zusammenpacken wir laufen gerade durch so ein gebiet wo hier dieses dieses ganz viele weiße zeug hier rumliegt was wir schon öfters belästigt hat wir sind ein stückchen von da hinten her gelaufen und jetzt erst mal glühwein pause glühwein ist fertig ich habe mir bei der zunge verbrannt das schmerzt helmut zieht sich die die wechselte schuhe von von diesen schuhen zu den strand schuhen da das schon gut geklappt hat ja erst mal ein schönes Diffusier darauf sowohl so wir sind jetzt gerade hier unter einer autobrücke oder weil ich glaube da fahren auch züge oben drüber durch genau und genau hier das ist unser schlafplatz für heute abend richtig geil oder das ist das ist richtig klasse richtig perfekt da hinten mit stadtausblick keine ahnung also wir sehen das auf jeden fall aber aber mir doch egal ob ihr das sieht Hauptsache wir sehen dass da hinten dass das da hinten wie wunderschöne gebäude aussieht irgendwie und da drüben da ist fluss da ist wasser das ist das das ähm wie heißt das ding noch wie heißt das wort nochmal es läuft aus so das wunderschöne fräsen ist fertig guck mal wir haben diese temperatur jetzt gerade ähm minus 0,5 grad celsius was da drauf steht und so kalt war das ungefähr in der letzten weil ich glaube auch in der vorletzten nacht auch gewesen plus minus mit dieser temperatur schlafen wir heute nacht es ist kurz vor kurz nach fünf und wir müssen jetzt sofort sachen zusammenpacken zum schließfach und dann zum bahnhof wir haben ganz flüchtig die sachen eingepackt und jetzt sind wir auf dem weg zu den schließfächern und dann zum hauptbauernhof auf den bahnsteig der zug dann kommt bald wir haben nicht mehr so viel zeit ich bin in eiklingen angekommen und hier neben mir steht mein bruder rum und er geht jetzt zu netto rein und holt uns ein paar sachen raus und wenn da wieder zurückgekommen ist dann laufen wir zu dorthin wo die weiße frau rumschwebt und dann pennen wir dort so jetzt einpacken und dann wanderung dorthin start kommt weißrötliche hähnchenfleisch gefunden mit grau punkte dran weiße hähnchenfleisch gefunden ohne rot dran und diese grauen punkte die sind größer glaube ich die haben viel mehr fett dran urinfarbige papiere gefunden noch mehr urinfarbige papiere gefunden da drüben sind auch urinfarbige papiere ich habe euch urinfarbige papiere gezeigt urinfarbige forsten gefunden und der da der hat seine isomatte verloren wir sind in klostergemeinde wienhausen angekommen beer power wir laufen jetzt durch ortschaftsmittel durch und guck mal da drüben da drüben ist eine pizzeria früher wo ich hier gelebt hatte und auch die ganzen vielen jahre später auch da war hier immer ein kiosk und jetzt steht hier eine pizzeria drin hier bin ich schon mal reingesprungen in dieses wasser so gelaufen nach lachendorf ich bin so ein richtiger backtuss leute wir sind in lachendorf angekommen und langsam ist es dunkler geworden das blendet irgendwie zu stark so ist besser das hat mir gerade der augen weh getan wir laufen jetzt auch aus lachendorf raus und wir begehen uns jetzt gerade gleich zu dieser brücke wo diese diese angebliche weiße frau rumschweben sollte wir haben uns spontan entschieden ein gps signal ist schwach deine aufzeichnung wird fortgesetzt die position auf der karte halt dein maul hier und zwar wir sind hier unter dieser brücke unter dieser blauen brücke und wir haben uns ganz entspannt ganz spontan entschieden hier unter dieser brücke hier zu pennen weil das hier das ist so schön eben und hier ist platz drin und sowas das ist voll geil und deswegen pennen wir einfach unter der brücke eben gerade ist ein typ über die brücke lang gefahren mit seinem hier Fahrrad und der hat die ganze zeit selbst gespräche geführt und hat sich selber angeschrien gehabt und das hat sich eben gerade aufgenommen gehabt das war irgendwie sand gewesen es ist aufgebaut ich habe ein wurfzelt aufgebaut erfolgreich und jetzt werde ich so richtig meine wurfzeltinnereien hier reinstecken ich habe meine wurfzeltinnereien hier rein gemacht und guck mal mein bruder versucht sich sein zelt hier aufzubauen ja das ist von einem kumpel ausgenehm ich habe keine ahnung wie man das aufbaut ja ich bin nur wurfzelte gewöhnt so währenddessen mein bruder versucht hat diesen zelt hier aufzubauen ich habe mich da auch so ein bisschen dran versucht aber ich habe auch keine ahnung von dieser art von zelt er hat das nicht richtig geschafft und der hält das zelt jetzt mit seinem fahrrad fest dass man hier irgendwie sehen kann da ist sein fahrradrad und das ist dann in dem zelt drin und das hält das zelt gerade währenddessen ich jetzt spaghetti koche und das gleiche mit hier wie heißt es nochmal mit erwärmte Bolognese verfeiner kocht mein bruder für sich hier Linsen so jetzt Spaghetti Bolognese Essen Start kommt wir sind jetzt gerade hier auf dieser blauen Brücke hier drauf und wir haben jetzt diese Uhrzeit zwei Minuten vor null Ah jetzt ist null Uhr das heißt weil darauf dass jetzt gerade null Uhr ist werden wir jetzt erstmal ein Bier drauf ausstoßen Prost Prost Ah hier da hinten da hinten sieht man irgendwie so eine Dinger die reflektieren vielleicht könnten die irgendwie ich weiß nicht so einige Fahrer irgendwie erschreckt haben diese reflektierdinger und dass sie deswegen hier einen Unfall gebaut haben das können wir jetzt nicht so richtig wissen aber auf jeden Fall von der Seite wenn man hier von der Seite so lang fährt und man diese reflektierdinger hier vor der Linse hat man irgendwie die ganze Zeit irgendwie über so eine Geistergestalt oder sowas nachdenkt ja keine Ahnung das ist auf jeden Fall so eine Idee dass das vielleicht ein Mythos sein könnte deswegen wegen diesen Reflektionsdinger die hier im Augenwinkel entsteht ja oh Gott ey ich bin so ein Dreckssau so es ist jetzt null Uhr zwanzig und außer diese Reflektoren haben wir gar keine andere Auffälligkeit gefunden und es sind ganz viele Fahrzeuge schon durchgefahren und sowas und ja genau außer diese Reflektoren haben wir keine Auffälligkeit gefunden und deswegen beenden wir das jetzt und expectancy und laufen jetzt wieder unter diese Brücke rein genau da wo wir heute Nacht pennen werden und ich bin zuversichtlich dass man hier darunter richtig gut pennen kann hier guck mal hier ist gerade ein Windstoß aufgekommen und dann der Fahrrad von meinem Bruder ist runtergefahren Und das heißt, der ganze Zelt ist umgekippt. Das liegt jetzt auf ihn drauf. Oh Mann, jetzt ist die ganze Scheiße auf mein Handy gefallen. Hier war noch Soße drin und so. So. So, die Blasen sind vorhanden. Jetzt ist Kaffee fertig. So, ich habe jetzt mal ein Wurfzeltinnereien hier raus gemacht. Und das war voll cool gewesen, da drin zu pennen. So. Wir laufen jetzt genau dem selben Weg zurück wie wir gestern hingelaufen sind und wie läuft jetzt? Wir kommen gleich in Lachendorf an oder sehr bald zumindest. Wir sind in Lachendorf angekommen und ich habe voll Hunger. So, wir sind hier bei diesem Dönerladen, wo ich schon seit sehr vielen Jahren keinen Döner mehr gegessen habe und das ist so lange her, dass ich schon den Geschmack vergessen habe, wie der nochmal geschmeckt hat und deswegen freuen wir uns auf diesen Döner, weil wir hier die Döner gekauft haben. Also werden wir jetzt Döner kaufen gehen. So, wir haben Döner gekauft und der riecht schon richtig gut und der sieht auch voll cool aus. Richtig geil. Und jetzt, Döner essen, Start, kommt. Wir laufen gerade aus Lachendorf raus und wir laufen gerade durch dieses Gebiet, wo hier diese Viecher mit den Hörnern auf dem Kopf jederzeit von der Seite uns anspringen könnten. Guck mal, hier vorne ist eine Feldlandschaft und dahinter so eine Biogasanlage oder sowas. Und das stinkt hier nach Mülleimer irgendwie. Das soll richtig ranziehen, reut in Grästmülleimer. Und hier vorne stinkt das so, als ob so ein bisschen, wie heißt das Ding, scheiße Geruchmaschine hier drauf gefahren ist. Also gestern, wo wir hier lang gelaufen sind, da hat das hier an dieser Stelle nach Käsefüße gebrochen. Also mit nach richtig verkäsigte Käsefüße. Aber jetzt gerade riecht das irgendwie nach voll geschissene Grasen, die mit hier von Scheiße Geruchmaschine voll gespritzt worden sind. So riecht das hier. Ich gelaufe jetzt gerade durch Oppershausen durch. Ich bin gerade durch Oppershausen durchgelaufen und jetzt gelaufe ich schon wieder da, wo diese Aller hier ist. Ich bin in Wienhausen Ortsmitte und ich habe euch vergessen, das Ortsschild zu zeigen, weil ich daran vorbeigelaufen bin. Ich bin so ein Gehirnabfall, dass ich euch mit meiner nervigen Kopflampe anleuchten tue. Guckt mal, ich bin in Aiklingen angekommen. Das heißt, das heißt, jetzt wisst ihr Bescheid, dass ich in Aiklingen angekommen bin. So, ich habe gerade hier eingekauft, sowohl für mich als auch teilweise für meinen Bruder. Und jetzt werde ich diese ganzen Sachen hier einpacken in meinen Wagen. Und jetzt zur Schleuse hinlaufen, Start kommt. Und ich werde erst mal nach Wienhausen laufen von hier aus. Ich bin in Wienhausen angekommen. Ich bin gerade dabei, durch Wienhausen durchzulaufen, aber nicht durch die Hauptstraße, sondern durch so eine Wohnhaussiedlung und jetzt durch so einen Weg. Weil das ist ein bisschen kürzer bis zur Ortsausfahrt, wo ich dann weiterlaufen muss. Das weiß ich noch. Das habe ich mir in meinen noch vorhandenen Gehirnzellen reingespeichert. Ich bin jetzt gerade in diesem Moment zwischen Wienhausen und Offensenn. Und guck mal, seht ihr diese ganzen Regentropfen hier vorne? Das nervt mich. Das muss weggehen. Das muss weggehen. Das soll mich nicht nass machen. Hör auf damit. Guck mal hier. Ich bin in dieses Offensenn angekommen. Jetzt dauert das nicht mehr lange und dann bin ich bei der Schleuse angekommen. Ich muss nach der Richtung da lang. Das heißt, weil ich gleich bei der Schleuse angekommen bin, sieht man sich gleich, wenn ich bei der Schleuse angekommen bin. Guck mal, ich bin gerade in dieser Schleuse. Also hier, da drüben. Aber ich glaube, weil mein Licht zu schwach ist, könnt ihr das nicht sehen. Und genau, jetzt werde ich erstmal runter zur Bootschleuse runterlaufen. Da vorne ist diese Brücke, wo ich eben gerade drauf war. Und hier, hier vorne ist diese Bootschleuse, die ich eben gerade meinte. Die wurde jetzt hier mit so einem Balken versperrt. Früher, wo ich hier ganz oft war, da war hier kein Balken gewesen. Und dann bin ich mit so einer Billig-Kluftmatratze, die ganze Zeit diese Bootschleuse hier runtergeruscht, bis ich da ganz hinten hin. Hier, mein Bruder ist angekommen. Moin. Freut mich, mit dabei zu sein. Und wir werden heute hier drunter pennen. Unter diesen kalten Temperaturen. Nicht nur kalt, sondern auch richtig... Richtig nass und duschnässt. Ich fasse schon so laut wie diese Züge. Und zwar hier unten auf dem Boden schlafe ich. Und hier oben auf diesen Stein, da pennt mein Bruder. Und wir haben schon die ganzen Grabkerzen hier angemacht. So, die Feuerstelle ist einsatzbereit. Und hier, der, da möchte das anzünden. Wir haben gerade angezündet und das Holz ist noch viel zu nass und viel zu kalt und so weiter. Da muss Wind ran. So, da ist ein bisschen Spiritus drauf. Und jetzt, hier kommt Flamme. Es brennt. Wir machen dieses Lagerfeuer oder wie das heißt. Wir machen dieses Lagerfeuer oder wie das heißt. Alter, ich denke so, der spricht da auf einmal. Wir machen dieses Lagerfeuer oder was noch riebeist. Wie das sieht, ist geil eigentlich. Wir machen dieses Lagerfeuer oder wie das... Boah, scheiße. Mein Bruder wollte gerade Frikadellen machen. Und als der Frikadellen reingemacht hat. Und Öl. Dieser Öl, das hat er von mir. Dann ist... Dann ist dieser schwierige Topf hier runter... Hier umgekippt. Guck mal, meine Blasen kommen. Das heißt, ich kann jetzt meine Nudeln hier reinschmeißen. Und jetzt warten, bis es weich kommt. So, die Nudeln sind fertig und die habe ich schon abgegossen. Und jetzt wird dieses Fleisch gebraten. Guck mal, das Fleisch ist angebraten. Jetzt kommt, ähm, komm ich hier... Wie heißen die Digger nochmal? Diese, äh, diese, diese rötliche Paprika. Und diese, ähm, diese rötlichen Zwiebeln drauf. So. Ähm, friessen ist fertig. Das Essen, das sieht so aus. Das schmeckt voll cool, ich mag das. Und, äh, guck mal. Hier vorne. Hier vorne liegt mein Bruder. Der pettt schon rum. Das macht er jetzt gerade. Das werde ich nach dem Bier auch da gleich machen. Und weil mein Bruder nur einen Sommerschlafsack da hat. Ähm, und ich einen Winterschlafsack plus einen Sommerschlafsack. Weil, ähm, naja gut, wir haben jetzt, ich schätze mal, wir haben jetzt so, so 0 Grad ungefähr. Und, ähm, bei 0 Grad ist bei mir so, so die Grenze bei meinem Winterschlafsack. Äh, das ist, das ist nur mit dem Winterschlafsack auf jeden Fall geht. Bei unter 0 Grad braucht man Sommerschlafsack zusätzlich. Aber weil ich gedacht habe, dass, weil es wahrscheinlich nicht unter 0 Grad werden sollte. Also werden wird, also schätze ich mal, dass mir nur dieser Winterschlafsack ausreicht. Und deswegen habe ich meinen zweiten Sommerschlafsack an meinem Bruder ausgeliehen gehabt, damit er nicht zu frieren tut heute Nacht. Ich werde genau das nachmachen, was mein Bruder gerade macht. Ich werde jetzt fänden gehen. Guten Morgen, wir sind auferstanden. Ähm, und es hat geregnet heute Nacht. Und ich habe das gar nicht gemerkt. Erst, erst als ich gemerkt hatte, dass es voll kalt und voll nass wurde, immer ein Schlafsack. Weil, guck mal. Ihr, wir haben zwar unter dieser Brücke gepennt, aber weil dieser ganze Wind, ähm, von dort her gekoppelt ist, ähm, hat das die ganze Zeit, hier, hier sieht man diese nasse Pfütze und so weiter. Das hat alles immer einen Schlafsack reingetropft. Genau, hier ist doch alles nass. Hier vorne, der Sack hier ist nass. Ähm, hier ist auch nur noch eine Pfütze. Und das hat genau bis hier, äh, geregnet. Also genau da, wo ich, ähm, mich hingelegt habe. Hätte ich mich da drüben hingelegt, dann wäre ich trocken gewesen. Und, ich hab das, ich hab das richtig spät gemerkt. Erst, wo der Regen dann zu Ende war, hab ich das gemerkt, dass ich, dass ich, die ganze Nacht getropft wurde. Weil ich hab mich, äh, unterm Schlafsack eingemurmelt. Und, ähm, ich hatte Augen beschlossen, glaubt und so weiter. Also ich hab's echt, echt erst dann gemerkt, wo das immer ein Schlafsack reingesickert ist. Es war voll scheiße gewesen. Deswegen war das heute, ne richtig kalte Nacht gewesen für mich. Mein Bruder hat nicht so viel Regen abbekommen, weil diese Wand hier vorne ihn geschützt hat. Das hier, hier sieht man, hier ist so ein bisschen Regen dran gekommen. Aber wenn man das da drüben sieht, dann ist das, das alles andere trocken. Oh scheiße. Das Feuer ist aus. Aber ich weiß, dass das hier ganz kurz davor war, dass da Blasen zugekurbeln. Und deswegen, äh, denke ich, dass jetzt, äh, äh, es klebt. Dass jetzt, äh, Kaffee fertig ist. Ich probier das mal. Ich glaube, das Kaffee ist, ähm, geschmacksgenug. Es ist fertig. So, äh, Kaffee ist ausgetrunken. Zähne sind gewaschen. Die Sachen sind vollständig eingepackt. Ähm, hier vorne ist dieser, fettige, richtig überfettigte, äh, Müllsack, der vielleicht aufreißen könnte. Und, ähm, wir haben die Feuerstelle hier beseitigt. Und jetzt gelaufen wir wieder zurück. Wir haben Auflösen erreicht. Und, ähm, ich glaube, ich nehme heute einen anderen Weg als wir gestern. Also so einen ganz anderen Rückweg. Und zwar nicht, äh, durch Wienhausen und, äh, darüber dann über die Hauptstraße bis nach Aikling. Sondern so einen Waldweg. Ich glaube, genau so mache ich das. Ich bin jetzt gerade dabei, hier diesen Waldstück durchzulaufen. Ähm, der mich nach, ähm, erstmal, erstmal nach, äh, Scheppelse oder wie das heißt, führt. Und dann nach Aikling. Und wisst ihr auch warum? Weil ich das kann. Ich merke so langsam, dass bald Dunkle kommt. Weil es wird immer dunkler und sowas. Aber das fängt an zu nieseln. Also dieses Nieselregen oder so. Weil es eben gerade stärker angefangen hat zu regnen, habe ich mich hier für ein paar Minuten hier hingepflanzt, hier in dieser Schutzhütte. Das ist die Schutzhütte von diesem Spielplatz von Sandling. Und ich warte noch ein paar Minuten ab, bis dieser Regen so ein bisschen weniger wird. Weil ich habe gerade kein Bock drauf, meinen gelben Sack anzuziehen. Ähm, und dann, wenn da ein bisschen weniger geworden ist, dann gelaufe ich weiter bis nach Aikling. So, ich habe gerade die ganze Zeit gewartet, bis der Regen nachlässt. Und es hört einfach nicht auf zu regnen. Und, ähm, ich habe keinen Bock mehr weiter, die ganze Zeit dort rumzuwarten. Und deswegen bin ich einfach weiter, weitergelaufen. Und, äh, hab hier meinen orangenen Sack über meinen Wagen rübergezogen. Und, ich habe keinen Bock, meinen gelben Sack über meiner fetten Jacke rüberzuziehen. Das heißt, ich werde nass, äh, ankommen. Und, ähm, es hört überhaupt nicht auf zu regnen. Das ist voll scheiße. Das ist richtig, richtig widerlich und dreckig. Es tropft ja überall, die ganze Zeit. Ich mag das nicht. Ich mag so ein Wetter überhaupt nicht. Das stört mich. Das ist richtig giftig, dieses Wetter. So, ich bin Eikling angekommen. Und jetzt werde ich noch einmal, ähm, fast komplett durch Eikling durchlaufen. Und es will einfach nicht aufhören zu regnen. Es regnet die ganze Zeit, ohne Unterbrechung. Die ganze Zeit so weiter. Das ist richtig schwierig. Hier sieht man die ganzen, dreckigen, ekligen, äh, Tropfen hier, die mir auf meinen Kopf drauf fallen. Ich bin gerade in Garmisch-Partenkirchen angekommen und ich sitze hier in meiner Alljahreswetterhose rum. Und, ähm, ich warte auf Flötenmann und Helmut. Die kommen in dreieinhalb Stunden ungefähr. Oder knapp dreieinhalb Stunden. So lange muss ich hier warten. So, nachdem ich lange gewartet habe, ähm, hier, äh, Helmut ist angekommen. Jawohl. Und, äh, und, äh, Flötenmann ist auch dabei. Und jetzt? He, 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 e, he, he, he. Ich bin vorhin im Zug eingepennt, dann habe ich diesen gesamten Waggon zugeschnarcht gehabt. So richtig, es war einfach fantastisch, es war wunderschön. Flötenmann, dieser Winter ist mein 10-Jahres-Jubiläum, dass ich ein kurzer Hose rumlaufe. Ich bin eine Kaulquappe. Kennt ihr Kaulquappen mit diesen Dingern hier am Hintern? Die sehen lustig aus. Kaulquappen sind geil. Das fühlt sich so an, als ob ich mein Gehirn an so ein, hier, wie heißen, also nicht Schleifpapier, sondern diese Stöcke, diese Geschredderstöcke, die wie Schleifpapier sind. Genau so, als ob man das hier so drangekratzt hat. So fühlt sich mein Gehirn an. Richtig geil, oder? So, Helmut grillt Fleisch, damit wir gleich Fleisch fressen können. Zur Stärkung für die weitere Tour. So, Steak ist fertig, das heißt, Fressen ist fertig. So, jetzt weiter zugelaufen. Ich hab schonmal Milben aus meinem Gehirn rausgepresst. Das hat sich dann komisch angefühlt. Dieses weiße Zeug ist vorhanden, was hier uns belästigen tut. Und was hier meine Beine abkühlen lässt. Dafür ist das geeignet. Und für nichts anderes. Ich bin eine richtige Schabe. Ich bin die allerletzte Bazille. Ich bin so ein richtiger Baktus. Ich liebe es in Karies zu schwimmen. So, wir laufen jetzt immer höher und höher und höher. Und das strengt an, oder wie das heißt. So, hier einmal festhalten. Weil, guck mal, das hier ist eine kleine Treppe. Und wenn man hier abrutscht, dann fällt man ganz tief auf den Kopf drauf. Und da ganz hinten, da ist eine Aussicht. Und hier vorne, hier vorne schon wieder eine kritische Stelle. Das heißt, man kann hier ganz weit runterfallen. Das heißt, man kann hier wieder runterfallen. Das heißt, wir wollen hier abrutschen. erreicht und Helmut hat mir hier ein Zelt ausgeliehen, wo drin ich pennen werde. Und ich muss wirklich sagen, das ist wirklich sportlich kalt. Der Typ ist auf Instagram, nennt sich Naturo Riem. Weil die Aussicht hier voll cool ist und die Stelle hier auch, werden wir heute noch eine Nacht hier pennen, weil hier ist eine wunderschöne Aussicht. Da kann man dieses Garmisch-Patenkirchen oder wie das heißt von hier oben angucken. Das sieht ja nachts voll cool aus. Guck mal, guck mal hier. Kennt ihr diese Dinge hier? Also diese hier. Ich habe mir die extra für diese Tour besorgt. Extra damit, wenn man hier zu nah dran läuft, dass man da nicht so schnell abrutscht, um dort runter zu fallen. Weil wenn man hier runter fällt und man dann auf den Kopf fällt, dann spritzen die ganzen Gehirnzellen irgendwie raus. Und das würde mich dumm machen. So, jetzt wird Kaffee gemacht. Äh, Pulverkaffee. So, Koffein ist fertig. Jetzt wird ein bisschen Fleisch gebraten hier auf diesen Stein, auf diesen, ähm, aufgehitzten Stein. Das ist einfach schön. So, jetzt, äh, Fleisch mit Brot, Essensstart kommt. So, jetzt, äh, hier, wir sind wach und ähm, vorher hat das so ein bisschen geregnet. Das sieht man hier. Hier sind ein paar, äh, Tropfen. Aber jetzt, wo ich aufgestanden bin, da ist hier, da sind die Wolken weggelaufen. Das heißt, wir haben jetzt schon wieder Sonne. Das ist voll geil. Jetzt habe ich hier planten Flöten, Mann. Der liegt da noch drin. Und wir werden gleich Tee trinken und was zu essen machen. Und dann gelaufen wir den ganzen Weg wieder runter. So, Sachen sind gepackt und jetzt laufen wir zurück nach unten, weil wir noch ein Stück zu gehen oder beziehungsweise wir haben gerade gestartet. Man sieht so ein bisschen, dass langsam, äh, Schmiels kommt. Dass das Schnee langsam schmielst. Seht ihr dieses Wasser hier? Das kann meine Schuhe nass machen. Ja, ja. Ein falscher Schritt. Und dann fällt man, äh, ganz tief hier weit runter. Ich bin dann nicht runtergefallen. Je tiefer wir runterlaufen, desto mehr, äh, desto weniger liegt dieses weiße Zeug hier rum. Was mich schon öfters belästigt hat. Ich bin dann nicht. Ich bin dann nicht überlebt. Ich bin dann nicht überlebt. Ich bin dann überlebt. Ich bin dann mit einem Schmied. Ich bin dann gleich mit einem Schmied. Ich bin dann vollkommen in der места. Ich bin dann Baba Drew der Schmieds. Ich bin dann vielleicht auf den Kiste und ich habe mit dem Kniemack. Ich bin dann krEff, welcher Warp. Und dann wäre das ein bisschen zukisch. Wir sind in Garmisch-Partenkirchen angekommen und von da oben kommen wir runter. Ich bin jetzt gerade in diesem verschmierten Bahnhof angekommen und guck mal, ich habe meinen Bruder gefunden. Moin. Der ist wieder dabei. Und MarvconTV, der kommt irgendwann nach. Wir haben hier diesen verdreckten Edeka gefunden und ich werde jetzt Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und eben gerade da ganz hinten ist ein Polizeieinsatz an der Straßenseite und da lag auf jeden Fall ganz viel Blut auf dem Boden. Ich will keine Einzelheiten nennen, aber sowas ist auch ein Grund, warum ich hier aus Bremen wegziehen will. Wir sind gestartet und das erste, was ich euch zeigen tue, ist der Bürgerpark hier in Bremen. Da werden wir gleich durchlaufen. Wir sind gerade im Bürgerpark Anfang angekommen und das hier, das ist Wasser. Weil das hier, das ist ein künstlicher See. Und hier, das hier, das ist ein richtiger Vollfett-Hotel. Also ein Hotel mit richtigem Fett dran. Also richtig, also richtig verfettigter Fett. Ja genau, so ein Hotel ist das. MarvconTV ist angekommen. Und jetzt wird die Wanderung zu dritt fortgesetzt. Guck mal hier. Hier, Hähnchenfleisch. Durchfallfarbene Hähnchenfleisch. Die bewegen sich. Schweinen gefunden. Hähnchenfleisch im Bund. Diese Dinger, diese Viecher da vorne, die können einen so richtig ins Gesicht rotzen. Da vorne sind Schafen. Bei denen wachsen ganz viele Haare aus der Brust und aus dem Rücken raus. Da vorne, da sind ähm, Viecher, die hier, diese Hörde auf dem Kopf wachsen. Da vorne sind diese Pferde in Größe S. Guck mal, das hier, das ist dieser Regenbogentunnel. Und zu dieser Zeit, wo dieser Tunnel hier Beleuchtung hatte, da habe ich es so gemacht. Wir laufen jetzt durch diese Altstadt durch. Und ähm, hier sind ganz viele Menschen. Aber ich will jetzt meine Kamera nicht runter machen. Weil sonst muss ich ganz viele Köpfe zensieren. Und das wäre mir viel zu anstrengend. So, das hier. Ähm, das ist dieser, dieser Esel hier. Ähm. So, das hier. Das ist ähm, eine Miniaturansicht von Bremer Altstadt. Guck mal. Hier vorne, das ist ein historischer Gebäude. Und ähm, vor diesen historischen Gebäude, da habe ich schon mal Sorge gemacht. Ich bin ein, eine richtige widerliche Bazille. Jetzt gehen wir zum Spuckstein. Ja. Guck mal. Guck, guck mal hier. Hier vorne ist dieser, dieser, ähm, Spuckstein oder wie das heißt. Wo hier ganz viele, viele Menschen ihre größten Bazillen und sowas hier reinrotzen und sowas. Guck mal. Guck mal hier. Das ist ähm, eine Schulenanzeige, wie viele Schulen Bremen hat. Und da drunter, da steht drauf, dass 33.822 Euro, ähm, jede durchschnittliche Person Schulden hat. Gerade so. Aber wirklich gerade so. Guck mal. Guck mal hier. Wir sind jetzt gerade hier in diesem Kunsthundel drin. Und. Und. Hier in diesem Kunsthundel. Daar haben wir schon einmal so gemacht. Guck mal hier. Guck mal hier. Quatsch mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Wirwidtheln. Nö, Nö, Nö. Ja, hier. Kleinschürf. Guckt mal Leute, das hier, das ist die Erdbeerbrücke und da laufen wir jetzt durch. Wir sind jetzt gerade durch diese Erdbeerbrücke durchgelaufen. Guck mal, guck mal hier, hier vorne leuchtet blaue Licht, ich hätte da noch nie reingeschissen. So Leute, ich wurde hergefahren und hier, guck mal. Hier. Richtig geil. Und hier, ich werde gleich mal ein Zelt aufbauen. Oh scheiße, diese dreckige Leuchte ist schon wieder zum Zelt. Das ist Feuerholzölber, wie das heißt. Das wird gebraten. Gesicht! Ah scheiße, mein Gesicht verbrennt. Guck. Guck mal, nächster Tag. Der Tag ist angebrochen und mein Gehirn schwappt rum, weil ich habe den letzten Abend ganz viel Bier getrunken und hier vorne, wo die Decke liegt, da habe ich geschlafen heute Nacht. Ich bin da irgendwie eingepennt und habe irgendwie bis, es ist jetzt glaube ich halb vier oder so und ich habe so lange durchgeschlafen neben dem Feuer und jetzt bin ich hier vollkommen allein. Hier vorne ist Autobahn, also da, wo diese ganzen vielen Fahrzeuge und LKWs und so weiter hier rumfahren und diese ganzen Abgasen produzieren. Ich habe glaube ich heute noch keine Abgasen gemacht, aber wenn das passieren sollte, dann auf jeden Fall mit ganz viel Bierschiss gerufen. Guck mal, guck mal hier, hier vorne ist dieser Haus, der kopfüber steht, weil das ist halt so. Der steht hier so rum. Also ich habe hier drei Träger Bier gekauft von diesem Edeka und ich werde heute doch nicht draußen pennen, sondern bei einem Bekannten, den habe ich dann, den habe ich vorhin aus Zufall getroffen. Der war auch beim letzten Lagerfeierabend auch mit dabei gewesen. Und ja, der hat es mir angeboten und deswegen nehme ich den Angebot mal an und dann mache ich ein Bierabend bei Ihnen. Also hier, guck mal, ich bin bei Ihnen hier angekommen und ich werde heute bei Ihnen auf den Boden schlafen. Und deswegen gehen wir jetzt raus und treffen noch jemanden und dann gehen wir zu Ihnen erstmal hin. Und dann werden wir gemeinsam ganz viel Bier trinken. Guck mal, wir sind jetzt bei Ihnen hier gelandet. Und, ähm, und, ähm, und, äh, ja, hier, wir trinken gerade Bier. In der Tat. Geprost. Und Wodka. Und, äh, Wodka-Mischung. Geprost. Mit einem Eistee, ja. Ich habe hier einen Hügel irgendwie im Gesicht. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in der letzten Nacht irgendwie aufs Maul gefallen, glaube ich. Das ist richtig geil. Guck mal, ähm, wir sitzen immer noch hier rum. Und, ähm, und, und guckt mal, ähm, guckt euch mal mein Gesicht an, mein Kopf. Wenn ich jetzt meine beiden Hände hier benutze und das hier ganz weit zusammendrücke, und noch weiter zusammendrücke, dann kann das passieren, dass meine ganzen Gehirnzellen aus meiner Nase rausspritzen. Und, dass meine Kamera nass macht. Deswegen, deswegen drücke ich nicht weiter zusammen, weil das diese Gefahr darauf besteht. Oh Gott. Was für eine ekelhafte Corona-Schleuder. So, ich werde jetzt dieses, ähm, Kartoffelsalat probieren. Und zu prüfen, wieviel Geschmott was hat. Ich bin eingepennt. Ich bin jetzt schon wieder wach. Und, äh, mein Gesicht, ähm, sieht komisch aus, glaube ich. Und meine Augen sind auch irgendwie rot. Aber jetzt, jetzt werden wir erstmal, darauf, dass ich hier gepennt habe, werden wir jetzt erstmal Bier trinken. Und Wodka. Und mein Gehirn, mein Gehirn, der fühlt sich so an, als ob der so richtig rumschwappt. Mit ganz viel Schmackes. Ich habe diese Nacht so richtig geschnarcht, mit ganz viel Lautstärke. Ja. Ich habe ihn die ganze Nacht richtig genervt. Das fand ich cool. Er hier, er bringt mich zum, nach Munster jetzt. So, ähm, ich werde jetzt, äh, von ihm hier gebracht, bis zum, bis zum Munster. Er hat mich jetzt zum Bahnhof gebracht. Und zwar hier vorne, hier vorne ist dieser Munster Bahnhof. Und, ähm, ich bedanke mich für die, äh, hinreise. Ja, sehr gerne. Gebt Prost. Ich grüße dich, Fritz Meinecke. Ich grüße dich, Survival Martin. Ich grüße dich, Adventure Buddy. Ich habe jetzt zwar keine Ahnung, wohin mit mir, aber ich werde erstmal nach Richtung nach Dahlen langlaufen. Und, ähm, wenn ich dann später heute Abend dann irgendwo so einen Pennplatz gesucht habe, wo ich mich mit, äh, Tarpin-Link tue, dann werde ich mir da auf jeden Fall was Geiles zu fressen machen. Äh, mit Beef. Ich befinde mich gerade in, äh, Seewalsbrück. Und, äh, ich laufe jetzt hier durch diesen Urinriechen im Bahnhof Seewalsbrück durch. Je tiefer man hier reingeht, desto mehr Uringeruch kommt. Ich grüße dich, It's Marvin. Ich grüße dich, PJ Adventure. Ich grüße dich, Fabio Schäfer. Guck mal, guck mal, wo ich jetzt gerade bin. Und zwar hier. Das hier, das ist die Weserwehr. Also da, wo Wasser runterfällt. Und wisst ihr, an welcher Stelle ich jetzt gerade bin von der Weserwehr? Und zwar bin ich jetzt gerade hier, wo diese Treppe hier ist. Und auf diesen Treppengeländer, da kann man auch Bierpower drauf machen. Ich grüße, Naturensöhne. Und auf diesen Treppengeländer, da habe ich schon mal im Sommer ein noch viel längerer Bierpower gemacht. Der sieht so aus. Ich laufe gerade an der Weserwehr drüber. Und das hier, das ist die Weserwehr von dieser Perspektive aus. Und da fällt Wasser runter. Und da ganz hinten, da ist Rohr mit Dampf oben drauf. Ich grüße dich, wie Lordiak. Aber ich glaube, ich laufe jetzt erst mal nach richtig Habenhausen und dann irgendwann nach links. Guck mal, guck mal hier, ich habe schon wieder was gefunden. Hier sind sogar zwei. Richtig geil. Das sind Bierpower-Gegenstände, die müssen mitgenommen werden. Ich grüße dich, Max Cameo. Und ich grüße dich, Kai Sackmann. Ich grüße dich, Vanessa Blank. Guck mal, das hier, das ist ein Birkenbaum. Und normalerweise wachsen daran Blätter, aber jetzt gerade sind da keine Blätter. Aber sobald da Blätter wachsen, dann kann man die essen. Ich esse die ganz oft. Die sind richtig geil. Und wenn ich mal auf die Idee kommen sollte, Seven Faust Wald selbst versuch, sieben Tage lang durchzumachen, dann werde ich auf jeden Fall ganz viele von diesen Blättern fressen. Und nicht nur Birkenbaum, sondern auch ganz viele andere Bäume, die werde ich auch fressen. Ich werde auf jeden Fall ganz viele von diesen Blattpapieren in meinen Maul reinstopfen und das essen. Ich grüße Survival Deutschland. Ich grüße René Kreher. Äh, mir ist eben gerade etwas passiert. Und zwar, guck mal hier. Seht ihr diesen, diesen Fleck hier vorne? Da ist ein bisschen Nässe dran. Das ist Bier. Und wisst ihr auch warum? Weil ich wollte gerade meine Mütze ein bisschen richten und ich hatte vergessen gehabt, dass ich mal ein Bier in der Hand habe. Und dann habe ich mich so weggekippt. Warte, guck mal hier. Hier, diese Dinger hier. Kennt ihr die? Nein. Die wachsen hier auf der Erde rum. Und diese Dinger, die sind richtig geil. Ich grüße dich. Thomas Gast. Das war eine andere Art von Bierpower gewesen. Das geht auch auf sowas und auf Tischen und so. Das könnt ihr mir glauben. Ich grüße Survival Shop über Lebenskunst.at. Ihr müsst so lange wie möglich da Tourräder gucken. Das ist gut für meinen Kanal. Ihr müsst so viel meinen Kopf angucken, wie das geht. Das gebe ich euch zur Lebensaufgabe. Und hier, guck mal. Durch meine Zahnlücke passt immer noch ein 2-Euro-Stück durch. Das heißt, meine Zahnlücke ist größer als Tanzverbot seine. Das finde ich richtig geil. Das macht mich richtig stolz. Das könnt ihr auch mal genauso machen. Das ist richtig geil mit so einer großen Zahnlücke, wo so ein 2-Euro-Stück durchpasst. Das kann ich nur empfehlen. Ich grüße Natur, Buschkraft und Kochen. Ich grüße dich, Tom Siesing. Ich grüße LeonTV. Ich grüße Outdoor-Kiemgau. Ich grüße On-On-Words. Guck mal hier. Die Sonne geht langsam runter. Langsam gleich Dämmerung kommt. Langsam bald Dunkle kommt. Das heißt, ich muss bald meine nervige Kopflampe anziehen. Wenn das ganz unten ist. Glaub ich. Dieser See, der besteht aus Flüssigkeiten. Ich grüße Expedition Leben. Hier, ich bin unter dieser Autobahnbrücke, wo ich schon mal zweimal drunter übernachtet habe. Und guck mal, wie laut der ist. Mit diesem ganzen Geräusch. Und zwar genau hier, hier an dieser Stelle, da habe ich zweimal gezeltet. So, ich habe hier mal ein Tarp aufgebaut. Der hält auf jeden Fall. Der ist richtig stabil. Das schwöre ich euch. Oh Scheiße. Dieser Stock ist hier zu instabil. Das heißt, ich muss einen neuen Stock suchen gehen. So, ich habe hier meinen Tarp wieder aufgebaut. Und dieses Mal habe ich auch dieses hier hier so runtergespannt. Damit das hier so aussieht, wie das aussieht. Und guck mal, guck mal hier. Ich habe hier einen stabilen Stock genommen, der dieses Mal nicht abbricht. Aber der ist viel zu schwer und stabil und so weiter. für einen so ein Spann-Dings. Und deswegen habe ich das mit zwei diese Spann-Gurten hier gemacht. Extra, damit der nicht auf meinen Kopf drauf fällt. Falls einer nicht halten sollte. Weil wenn das hier auf meinen Kopf drauf fällt, dann spritzen ganz viele Gehirnzellen aus meinem Kopf raus. Und ich habe da ein bisschen Angst vor, dass dann zu viele Gehirnzellen wegspritzen. Und deswegen habe ich das genauso gemacht. Oh scheiße, ich habe gekleckert. Ich habe die Nudeln hier ein bisschen verschwendet. Ich liebe das nicht. Aber jetzt warten, bis die weich werden. Guck mal, diese Nudeln, die sehen fast so fertig aus wie mein Kopf. Das heißt, die sind gut genug, dass ich die einfach so draußen stehen lassen kann. Und jetzt erst mal hier dieses Bief rein kippen. Das ist Rindfleisch. Guck mal hier, ich habe für meinen neuen Kumpel auch was zum Essen hier abgegeben. Das ist voll geil. und guck mal, wie heißt das Ding. Ich habe hier, sorry, ich habe, scheiße, das Ding ist aus. Ich muss das wieder anmachen. Na ja, mein neuer Freund ist schon wieder da. Der ist wieder angekommen. Genau, der frisst. Na, der hat das Fleischstück hier mitgenommen. Hier, guck mal. Mein Essen ist fertig. Das kann ich nur empfehlen. Und hier, mein neuer Freund und zwar diese Maus, die hat sich mehrfach blicken lassen und ist immer wieder zu mir gekommen. Hier, zu meinem Campingkocher und hat diese diese Reste, was bei mir, was ich irgendwie fallen gelassen habe, hat er immer wieder aufgesammelt und mitgenommen und da war auch ein bisschen Fleisch dabei und ich glaube, dieses 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 Beeffleisch, das liebt er einfach. Naja, das findet er richtig geil. Aber eine Sorge habe ich und zwar, ich weiß aus Erfahrung, dass Mäuse, die in ihrem Leben irgendwie Fleisch gegessen haben, bissig werden können. Also sprich, wenn man die anfasst, dass die beißen können. Und falls mein neuer Freund irgendwie zum neuen Feind werden sollte, dann könnte es sein, dass der meine ganzen Ohren und meine Nase und meine Lippen und was weiß ich was hier aufresten könnte. Weil nicht, dass ich morgen irgendwie ohne Nase oder so aufwachen tue. Das wird mir nicht gefallen. So, bevor dieses gute Nachtbier hier ausgetrunken ist, werde ich jetzt noch eine Instagram-Story machen. Genau, damit die Leute, die mich auf Instagram folgen, diese Story sehen können mit Augen. Und deswegen verpflichte ich euch alle, dass jeder, der mich noch nicht auf Instagram folgt, mir einmal zu folgen, extra damit, genau, damit die auch exklusiven Content von mir über Instagram-Stories bekommt. Guck mal hier, das hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Das werde ich jetzt trinken und wenn das passiert ist, dass ich das getrunken habe, dann werde ich hier rumpennen. Guck mal hier, das hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Das werde ich jetzt trinken und wenn das passiert ist, dass ich das getrunken habe, dann werde ich hier rumpennen. Guck mal hier, das hier, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Wie sich das anhört. Das werde ich jetzt trinken und wenn das passiert ist, das ist mein Gute-Nacht-Bier. Scheiße. Das ist das... Der Anfang, der hört sich wie hingeschissen an. Das habe ich gerade so gepostet, wie ihr es gehört habt. Das ist richtig geil. Und deswegen, ihr müsst rüberkommen hier auf mein Instagram. Das müsst ihr wirklich machen, damit ihr was erleben könnt. Ich habe euch bald aufgestanden. Hier in diesem Tab habe ich rumgepennt heute Nacht. Und hier vorne, hier vorne ist dieser Fluss, Weser oder wie der heißt. Und da drüben, da fährt ein Schiff. Die Blasen sind gekauft, das heißt, mein Koffein ist fertig. Voll-Fett-Schiff! Voll-Fett-Schiff! Schiff mit Fett dran! Voll-Fett-Schiff! Mein Gehirn fühlt sich so an, als ob ich gestern ganz viele Gehirnzellen verloren habe. Und darauf, weil ich auf der Suche nach neuen Gehirnzellen bin, werde ich erstmal ein Guten Morgen Bier trinken. Auf der Suche nach neuen Gehirnzellen! So, meine Sachen sind gepackt, vollständig. Das hier, das ist mein überfüllter Müllsack, der jederzeit abreißen kann. Das sind meine ganzen leeren Bierflaschen und noch mehr Müll, was ich produziert habe drin. Und ich bin auf der Suche nach einem Mülleimer. So, guck mal. Ich habe hier ein paar Bier-Power-Metall-Gnubels gefunden. Die, die, die habe ich schon gestern missbraucht, aber die werden von mir heute auch nochmal missbraucht. Für ein paar Bier-Powers. Ich grüße Ein Mann im Wald. Ich grüße Acida Busch-Pirat. Ich grüße Tim von Lindenau. So, ich habe hier diese drei hier für Bier-Power benutzt. Und, aber die letzten drei, die werde ich jetzt nicht Bier-Powern. weil ich merke, ich merke so ein Muskulatur-Kater im Brust, im Bauch und am Latt-Bereich. Von den ganzen Bier-Powers, die ich gestern gemacht habe. Und das strengt voll an, das Ganze auf einer Seite zu machen. Und deswegen, deswegen laufe ich jetzt erstmal weiter. Und genau, die werde ich dann, dann später fortsetzen. Als ich schon mal geschielt habe, da habe ich schon mal mein Gehirn gesehen. Und darauf, dass ich dieses Schild hier gefunden habe, werde ich das nächste Bier-Power machen. Ich grüße Backpacker Waldenes. Also, ich habe hier meine ganzen leeren Bierflaschen hingestellt und den Rest des Müll hier reingeschmissen. Richtig ranzig, oder? Richtig voll geil. Ich grüße Outdoor mit Sebastian. Ich grüße Lost Places. Ich grüße Sabrina Outdoor. Ich bin schon wieder an dieser Stelle angekommen, wo hier diese Stange hier ist. Und auf dieser Stange habe ich schon mal Sorg gemacht. Und hier, guck mal, guck mal hier. Ich bin schon wieder hier an dieser Weserberg angekommen. Also da, wo Wasser runterfällt. Der laufe ich jetzt gerade drüber. Ich grüße Rausgefahren. Und ich grüße dich Let's Urbex. Urbex. Und jetzt, weil ich voll Bock auf einen Döner habe, laufe ich jetzt zum nächsten Dönerladen, um mir dort einen Döner zu kaufen. Es wird gefräßen. Hier vorne steht, glaube ich, mein Flixbus rum. Ich werde da jetzt einsteigen. Ich bin in Hannover angekommen und hier ist es etwas kälter. Das heißt, ich habe meine verschmierte Mütze und meine Jacke angezogen. Und ich werde mich gleich mit jemand anderes treffen. So, ich bin etwas weiter gelaufen und ich habe mich hier mit dir hier getroffen. Nein. Mit Bennys Gemüsegärten. Er macht Gemüsegarten-YouTube. Genau. Und wir werden jetzt, das hier ist das Kaufland. Wir werden da jetzt erstmal Bier kaufen, Bier und nochmal Sachen kaufen gehen und dann zusammen ein paar Bierchen trinken. So, ich bin gerade reingegangen und ich habe hier Bier und hier Nudeln, weil ich werde später wieder kochen. Ja. Und mir gibt es frische Eier. Richtig geil. Ganz gut gebrauchen, oder? Ja. Sehr schön. Genau, erstmal ein Bier trinken. Eingegangen. Prost. Prost. Benni hat Bierausscheidung gemacht. Das ist rüber geschwappt. Vergoldung. Das ist genauso rüber geschwappt, wie beim letzten Wochenende mein Kopf rumgeschwappt hat. Und das liegt hier auf dem Boden hier. Diese Flüssigkeiten. Guckt mal. Die Sichtschlüpfer. Guckt euch mal das an. Wir gelaufen jetzt durch da hinten, durch diesen Bahnhof durch. Wir haben gerade bei McDonalds ein paar Burger gekauft, um uns das hier ins Model reinzuschieben. Genau. Tut so richtig gut. Bier Power. Mein Bruder ist angekommen. Wir laufen jetzt durch dieses Hannover durch. Guckt mal, eben gerade ist etwas ganz fürchterliches passiert. Und zwar hier liegt Flüssigkeiten rum. Und zwar nicht nur irgendeine Flüssigkeit, sondern das hier, das ist Bier. Weil ich habe aus Versehen in diese Tasche, die ist mir vor meinen Händen gerutscht und die ist dann auf den Boden gefallen. Und hier sind meine ganzen Bierflaschen. Und genau diese eine Flasche hier, die ist kaputt gegangen. Das heißt, das hat den Boden versaut. Und das ist richtig widerlich und das ist richtig scheiße. Und hier drin liegt noch Bier drin und mit den ganzen Restscherben. Richtig geil, oder? Ne, es ist scheiße. Es ist richtig beschissen. Guckt ihr diesen Pilz an hier. Bier Ausscheidung. Benni hat zum dritten Mal Bier Ausscheidung. Genauso wie die letzte Rotze von den letzten Jugendlichen Bushaltestellen. Als ich mal im Wald war, da habe ich schon mal Notdürftig hingeschissen und da sind da ganz viele voll Fettfliegen drauf gelandet. Ganz plötzlich. Innerhalb von zehn Sekunden oder so. Ich bin da gerade weggegangen und da sind da ganz viele Fliegen drauf gelandet. Ich glaube ganz plöse zehn Stück oder so und die haben das alles weggelutscht gehabt. Das war ein richtig geiler Anblick. bestimmt gut gerochen. Das war lustig. Ich habe so einen richtigen Luftballonkopf. Und wisst ihr auch warum? Weil mein Kopf aus Luft besteht. guck mal wir haben hier ein verlassenes Haus oder wie das heißt gefunden und wir sind auf der Suche nach einem geeigneten Pen Platz deswegen begutachten wir dieses verlassene Haus vielleicht finden wir dort ein Fernplatz drin so guck mal hier 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 ist unser Schlafplatz für heute Abend beziehungsweise für heute Nacht und genau hier hier habe ich meinen Schlafplatz schon eingerichtet mein Bruder riecht seinen Schlafplatz gleich hier ein ich habe hier schon drei Grableuchten hier angemacht damit wir so ein bisschen Licht haben und irgendwas wollte ich sagen achso achso genau ich bin eine Kaulquappe und wisst ihr auch warum weil ich einen Schwanz habe diese Nudeln die sind die sind fast so fertig wie mein Hirn so mein Essen ist fertig und leider habe ich mein Gewürz Ketchup vergessen das heißt ich muss Nudeln und Ei ohne Ketchup essen und das werde ich jetzt machen Ich muss sagen ich habe schon lange nicht mehr so ein geiles Ei gegessen das schmeckt richtig geil das Ei gefällt mir richtig gut eines der geilsten Eier die ich jemals gegessen habe guckt mal Leute ich bin ein blauer Korkorn und ich werde mich jetzt schlafen legen guten morgen wir sind wach ich habe hier vorne geschlafen mein Bruder hat hier geschlafen wie hier ist hier hier vorne ist ein Bruder hier hier vorne ist Balkon und irgendwie ist hier draußen viel wärmer als da drin ist abgekühlt irgendwie guck mal wir sitzen jetzt hier draußen hier auf diesen holz paletten rum also auf diese hier die aus holz bestehen und da drüben da drüben ist dieser lost place wo wir heute nacht gepennt haben und hier ist eine richtige voll fett feuer stelle da könnte man richtig geiles lagerfeuer machen mit ganz viel fett dran und so aber hier so ein voll fett feuer zu wachen und hier auf diesen paletten rum zu sitzen in so einer getrilten runde das wäre richtig geil das ähm das wäre richtig geil es muss mehr d3 schepperung runter kommen es muss gegen unser gehirn rein scheppern es muss richtig gegen die Stirn klatschen wie die letzte Fliege was gegen Stirn fliegt guck mal guck mal hier dieser dieser müllsack mit dem ganzen ganzen müll und diesen ganzen leeren bierflaschen der wird mich die ganze zeit nerven bis wir den nächsten mülleimer gefunden haben der wird richtig stören der wird durch meine nerven durchgehen das wird richtig durchgeschoben das ist das ist gehirn wir laufen jetzt gerade hier über so eine autobahn rüber da wo diese ganzen giftigen fahrzeuge und so weiter rum fahren und diese ganzen abgasen produzieren guck mal leute das hier das ist eine urinfarbige tankstelle und die hat toiletten und guck mal hier mülleimer gefunden das heißt ich habe hier meinen überfetteten müllsack mit ganz viel müll drin was die ganze zeit an meinen wagen hier dran gehangen hat und mich die ganze zeit richtig genervt hat das habe ich da reingestellt und das voll gemacht den werde ich mir jetzt so richtig mal in maul rein stopfen auf diese dinger hier da kann man Bier Power drauf machen aber ich habe gerade keinen Bock darauf Bier Power zu machen deswegen wollte ich euch das so gezeigt habe dass man Bier Power machen wir sind unter einer Zugbrücke die hier voll gespät ist und so weiter die hält uns trocken also ich also gut ich hatte zwar sowohl zelt als auch tarp dabei notfalls aber egal das brauche ich dann nicht aufbauen wir werden heute unter dieser Zugbrücke hier übernachten hier auf diesem komischen Boden wo vielleicht später Fahrradfahrer hier also morgen früh vielleicht Fahrradfahrer hier vorbeifahren könnten und wir dann voll genervt hier rumliegen ich glaube das machen wir das wird richtig geil das ist eine richtig geile Idee habt ihr die Geräusche gehört hier fahren alle keine Ahnung welchen Rhythmus aber auf jeden fall fährt hier ständig ein Zug durch glaube ich richtig geil das wird richtig nervig die nacht und guck mal jetzt fährt noch ein Zug durch das wird richtig geil sein diese nacht heute und jetzt wird erst mal gleich gekocht ich glaube die nudeln sind weich genug dass ich die erstmal absetzen kann und jetzt werde ich erst mal dieses Fleisch hier drauf machen damit das so ein bisschen angebraten wird oder beziehungsweise das muss durchgebraten werden so ich glaube dieser Fleisch ist genauso fertig wie mein Kopf das heißt ich werde jetzt das Fleisch jetzt erstmal hier reinpacken in den nudeln rein genau jetzt wird das hier weiter gebraten so fräsen ist fertig das wird das gefressen so ich werde jetzt mal ein gute nacht bier trinken das wird das letzte bier für heute abend werden gebrust also ich habe gerade mal ein gute nacht bier ausgetrunken und eben gerade kam ein ganz nerviger zug an und hat uns genervt und genau diese zugeräusche die werden uns heute nacht ganz oft nerven und und darauf dass uns das die ganze zeit nerven tut nerven tun wird wenn wir jetzt schlafen gehen guck mal hier wir werden hier die ganze von diesen mäusen hier belästigt die nerven die nerven nutziger zur zeit so wir sind aufgewacht und wir wollen die ganze nacht über von irgendwelchen zügen genervt und dazwischenzeitlich wurden wir von mäusen genervt die haben hier versucht meine ganzen sachen hier aufzufressen die hier noch rumliegen und am ende wurden von menschen genervt weil die hier vorbei gelaufen sind das hat richtig gestört das war voll bescheuert das war geil jetzt wird koffein hergestellt wir haben gerade kaffee gesoffen und das war wieder richtig geil wir sind gestartet haben wir gelaufen jetzt bis bahnhof scheiße gefunden krankheit allergie das ist eine richtig verranztere treppe die ist richtig unbarrierefrei die ist richtig verseucht ich verteufel diese scheiß treppe die muss weg wir sind hier bei den anderen gleis von diesen voll verranzten bahnhof isernhagen und der ist richtig reudig und ich glaube noch keine ahnung fünf minuten oder so und dann kommt unser zug gelaufen wir da rein dieser bahnhof ist richtig schmandig so wir sind gerade einkaufen hier jetzt haben wir ganz viel bier wir sind jetzt hier an der weserwehr also da wo da ganz drüben wasser runter fällt und und er hier er hat mir ein gehirn geschenkt hier sind zwei gehirne drin seht ihr das ich werde jetzt diese gehirn entfressen weil ich bin die ganze hafte suche nach neuen gehirnzellen hey bro du bist jetzt die dichter der menschen film dabei manche so manche so manche so manche so das ist das wichtigste eigentlich wie lange ich drüber nachgedacht habe über dieses geprost ne ich muss noch mal ganz kurz was zu sagen es gibt ja einen gefährten gelaufen irgendwas aber niemand sagt geprost war das dann war das dein gedanke dahinter oder kam es einfach so damit immer mehr menschen hier geprost sagen nur wegen mir das bei mir mein gehirn zu verwurzelt ist deswegen habe ich das gemacht ich bin eine richtige bacille ich bin ein richtiger bactos ich spritze bakterien aus aus meinem gehirn raus mit bacillen und karies guck mal guck mal leute dieser herr goldmann er sitzt hier auf dieser bank rum ich habe heute bierige gehirnzellen so ich habe hier meinen schlafplatz aufgebaut und zwar hier meinen tarp und zwar diesen tarp den kann man dann irgendwann hier zu machen weil ich brauche drauf fahrer und dave goldmann er pennt hier an dieser hängematte hier guten morgen wir sind auch verstanden und er hier habe mich an mutter natur er hat ein bisschen probleme und zwar hier hier sein latschen der ist hier kaputt gegangen der ist aufgerissen und das ist das ist großes scheiße das heißt wir müssen das mit meinem universal band bearbeiten ein universal band ich habe noch gar kein abi gemacht guck mal die die koffein herstellung ist beendet und weil wir langsam hunger haben werde ich uns jetzt hier ein festmals mini zu bereiten und zwar einmal einmal nudeln mit hackfleisch und hier paprika champion zwiebeln und diese zwiebeln lauchzwiebeln diese lauchzwiebeln ich sah früher auch aus wie so eine lauchzwiebel aber so richtig ich war richtig dünn gewesen damals bevor ich mit kraftsport angefangen hatte und in drei jahren hatte ich aber das habe ich schon mal erzählt gehabt in drei jahren hatte ich 20 kilo an muskulatur dazu gewonnen und dann war ich leicht übergewichtig gewesen danach das war cool das könnt ihr bei allem mal nachmachen naja stimmt gewürz ketup als beilage werden wir auch fressen guck mal diese paprika hier die hat genauso eine dalle wie mein gehirn und deswegen wird das beschnitten und die anderen sachen die werden auch der dacht direkt auch beschnitten es wird das hat fleisch angebraten das wird gleich so ein richtiges fest mal so unser mittagessen ist fertig schmeckt richtig geil es ist so lecker man wir laufen jetzt gerade durch so eine landstraße wo diese ganz vielen nervigen autos und so weiter um fahren und diese komischen abgasen produzieren guck mal hier vorne ist ein friedhof und ich werde hier erst mal wasser auffüllen schmeckt gut so ich habe gerade das leichenwasser zum saufen rausgeholt und eingepackt und jetzt laufen wir zur supermarkt wir haben diesen voll verranzten np gefunden jetzt werden wir hier bier und noch mal sachen kaufen gehen guck mal wir haben eingekauft wir werden das jetzt einpacken so für leute denen das aufgefallen ist und sich fragen warum ich zwei diese iso matten diesmal dabei habe und zwar ich habe ja diese zwei iso matten mal per fanpost zugesendet bekommen und diese hatte ich sonst die ganze nur im schrank drin gehabt und ich brauche hier halt nur eine und weil dieser herr goldmann eine voll fettwanderung macht nach keiner ahnung wohin und keine iso matte hat übergebe ich dir diesem iso matte an dir damit du darauf pennen kannst jetzt lasse ich das den jemand hier diesen herrn goldmann das missbrauchen ich wäre ein richtiger bakterien gesicht aus meinem kopf kann können bakterien raus spritzen ich bin ein bakterien gesicht und wisst ihr auch warum weil ich schon mal genießt habe ich bin eine richtige pferde fresse und wisst ihr warum herr goldmann weißt du wovor ich angst habe wenn ich in den wald reingehe dass irgendein specht an mein ohr rangeht und ein stück gehirn rausholt davor habe ich richtig schiss das ist das ist richtig pervers dieser gedanke und und hier und wenn daran geht dann macht das hier diese diese hier vaginal befriedigung ist geflätscher kommt dann wenn er einmal wenn so ein specht an mein ohr rangeht und dieses stück gehirn rausholt ich würde es unbedingt sehen als er kommt schnitt ab im wald guck mal von von diesen herrn goldmann das funktioniert mit diesen universalband was ich ihnen gegeben hat dass der das hier zusammen gemacht hat das hält das hält gut das sieht das ist cool aus das sieht benutzt aus ist geil hier guckt mal leute hier vorne ist ein dreckiger zaun wir müssen hier das rübertragen so wir haben ziel erreicht und zwar wir sind hier in dieser schutzsitte hier also gut das ist jetzt keine schutzsitte aber hier ein unterstand ohne bänke und sowas und genau unter diesen unterstand da werden wir heute pennen das hier das ist ein richtiges voll fett teil also also ein teil mit ganz viel fett dran und genau genau hier hier pennt dieser herr goldmann also so ein richtiger grüner kokorn der so richtig groß und fett ist der so frische viel gefressen hat in seinem leben so fett ist so sieht das aus und nicht anders und ich bin hier wie so ein wurm wie eine blaue made das ist verdammt geil ich lauf aus guck mal weil da oben sonne scheint laden wir unsere geräte hier auf mit diesen solar panels und guck mal hier habe ich gepennt und hier hat dieser herr goldmann gepennt ich berate das essen von gestern an was ich also was ich was ich gestern gemacht habe für uns beide das brate ich jetzt an damit das angebraten ist und warm ist und sowas und dann fressen wir das gleich so fräsen ist fertig na ja schmeckt zwar gut aber gestern war auf jeden fall besser wo es frisch war das schmeckt das irgendwie so so angewärmt so angebraten der koffein wurde hergestellt so Guck mal, dieser nervige Müllsack hier, der nervt die ganze Zeit so richtig rum. Der stört mich, der geht mir sowas von auf die Nerven und auf den Sack und sowas. Und durchs Gehirn irgendwie, das belastet. Und ich muss erstmal, wir müssen unbedingt hier so einen Mülleimer finden. Guck mal, hier vorne ist ein Mülleimer. Das heißt, ich kann hier meinen nervigen Müllsack da reinschmeißen. So, ich habe gerade da drin Analabfall gemacht. Richtig geil. Guck mal, wie versifft und eiterhaft dieser Fluss aussieht. Und mit wie viel dieser braunen Eiter, was hier rumschwimmt. Und dieser Fluss, der hat genau diesen Namen hier. Eiter. Guck mal hier. Guckt euch mal diese ganzen Frühlingspflanzen hier vorne an. Guck mal, hier gibt es sogar urinfarbige Frühlingspflanzen. Ich bin eine Bakterie, die aus dem Kopf rausgeschossen kommt. Wir sind hier in dieses Wurmsdorf angekommen. Und das riecht hier nach ganz vieler Tierdurchfall. Als hat das hier überall hier reingespritzt wurde, hier. Dieser ganze Tierdurchfall. Das war, das ist richtig riechend hier. Das ist ein Dorf mit Geschmack. Eine Eisenbahn. So, wir sind jetzt gerade unter einer Brücke. Und wir suchen uns einen Schlafplatz aus. Weil es ist dunkel geworden. Und hier unter einer Brücke ist es ziemlich laut. Mit den ganzen Fahrzeugen und sowas. Dann suchen wir uns einen Schlafplatz aus. Der nicht so rumschallt. Wie diese ganzen Fahrzeuge, die hier rumschäppern. Ich habe hier mal einen Schlafplatz aufgebaut. Und hier, der Herr Goldmann, der versucht jetzt gerade seinen Schlafplatz aufzubauen. Dieser verschimmelte Stock hier vorne, der richtig vergammelt ist. Der hat hier aber einen Schlafplatz gehalten. Der ist jetzt ein richtig geiler Stock. Voll fett Schiff. Voll fett Schiff. Ein Schiff mit Fett dran. Voll fett Schiff. Barfußlaufen hier, das ist schön und gesund. Das müsst ihr auch alle machen. Das ist empfehlenswert. Und guck mal, wie hier weiß meine Füße geworden sind für diesen komischen Winter. Das hat mich richtig genervt. Das stört mich. Das muss, äh, hier. Die Füße, die müssen durchfallfarben werden. Das muss braun werden. Das muss richtig dunkel werden. Da muss so richtig D3 Schäpperung rein. Das muss richtig rein gehen. Das ist richtig geil, wenn er, äh, hier, wenn er D3 auf, ähm, hier, auf diesen Keller-Ussl-Fläsch da drauf schäppert. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil. Der ist über mein, äh, Solar-Panel drüber gefahren. Nein. Das hat das ein bisschen hier zerkratzt. Äh, widerlich. Dieser Arschloch-Traktor-Fahrer hat hier mein Solar-Panel zerkratzt. Jetzt kommt da viel zu wenig Energie durch. Also weniger als wie ich glaube, dass da durchkommt. Und das ist richtig widerlich und bakterienhaft und ekelhaft. Ich brauch nur ein Solar-Panel, der richtig funktioniert. Der richtig Dampf hat und so weiter. Das ist richtig widerlich. Das ist ekelhaft. Das ist, das gehört so sich nicht. Das muss weg. Das ist scheiße. Scheiße. Das ist richtig Arschloch-Falten. So, ich übergebe den Herrn Goldmann mein Universal-Band, damit er seinen Latschen viel besser zumachen kann. Vielen Dank. Mit noch mehr, wie heißt das Ding, Umdrehungen und sowas. Und mehr Befestigkeit. Und mein Universal-Band, der hat teurer gekostet wie von Herrn Goldmann sein Schuh. Das ist echt so, vielleicht wicke ich mir einfach das Band um den Fuß. Ich bin ein Gänse-Blümchen-Fresser. Oh Scheiße. Ich wollte, wir wollten gerade loslaufen und dann ist dieser nervige, überfettigte Müllsack rausgerissen. Das heißt, ich muss das jetzt mit zwei Müllsäcken aufteilen. Bäh. Igitt. Ekelhaft. Bazillenhaft. Krankheitserregen. Blutekel. Mammut. So, ich habe das jetzt in zwei Müllsäcken aufgeteilt. Und jetzt hoffe ich darauf, dass die nicht aufreißen und diese ganzen leeren Bierflaschen und noch mehr Müll dann auf den Boden drauf fallen. Äh, diese ganzen Autos und sowas, die stören, die nervten uns. Die sind richtig beschissen, die sind richtig laut und sowas. Die nervten unser Gehirn. Ja, so. Ähm, hier stehen diese ganzen leeren Bierflaschen rum. Und hier ist der andere Müll verschwunden. Ähm, das habe ich gerade so richtig hier reingedrückt. Ich bin eine richtige Küchenschabe. Wir sind eben gerade die ganze Zeit diesen vergrasten, äh, Deich hier rumgelaufen. Und das war ein bisschen scheiße gewesen mit dem Wagen hier. Und da werden wir dann, ähm, unser Festmahl machen. Und da drin werden wir dann heute Nacht pennen. Guck mal, ähm, obwohl ich, ähm, überhaupt nicht auf, äh, auf der Suche nach irgendeinem Geocatch bin oder so. Genau. Ähm, haben wir hier, hier was gefunden. Ähm, mit diesen Zettel hier. Ich bin ein Geocatch. Genau, das steht hier drauf. Und, ähm, hier ist ein Buch. Und der erste Geocatch, der ist tatsächlich von 2012. Also das ist, das liegt hier schon, ja, welches Jahr haben wir denn heute? Ich habe eine Frage, also 2022, glaube ich. 2022. Genau, das liegt hier schon seit, ähm, neuneinhalb Jahren hier rum. Alter, wie krass. Ja, und, ähm, und guck mal. Das hier, das ist der letzte. Das ist, äh, 2021. 22.02.2021. Ist der letzte Eintrag. Und der nächste Eintrag, das wird Natururin-Eintrag sein. Extra zu mehr Reichweitenerweiterung. Das werde ich jetzt hier mit meinem komischen, ähm, verranzten Kugelschreiber reinschreiben. Das wird richtig geil. Das wird richtig, das ist, äh, das ist, ähm, ich bin beschnitten. So, ich habe in dieses, ähm, Buch hier reingeschrieben. Und das ist der erste Eintrag nach, nach über ein Jahr. Das ist Gehirnzelle. Guck mal, guck mal hier. Ich habe hier meinen Tarp aufgebaut. Und, ähm, hier, hier ist, äh, die Hängematte von, von diesem Herrn Goldmann. Und die hier, die sehen, ähm, genauso fertig aus wie mein Kopf. Und hier, ich habe hier Schweinefleisch. Das ist Schweinegeschnetzeltes. Das werde ich genauso rausholen, wie, wie das vielleicht bei mir an Spech machen könnte. Dass der ein Stückchen Hirn aus meinem Ohr rausholt. Fräßen ist fertig. Aber es schmeckt wie, wie immer geil. Das schmeckt voll cool. Das ist richtig geil. Das ist richtiges Festivalfressen. Die Sonne strahlt mir ins Gesicht. Ich bin wach. Und, und da drüben, ähm, hier, da, da sitzt dann der Herr Goldmann rum. Und die Sonne, die, ähm, strahlt mir noch immer auf mein Gehirn rein. Und mein Gehirn schwappt rum. So, ähm, MarvConTV ist angekommen. Hallo, ich habe Frühstück mitgebracht. Richtig geil. Es gibt nur Zwiebeln zum Frühstück. Nur Zwiebeln. Ich bin eine Morgenlarve. Marvin ist, äh, von Bremen nach Fern her, her gefahren. Und er hat uns, ähm, Frühstück mitgebracht. Mettbrötchen. Richtig geil. Das werden wir jetzt essen. Vielen Dank für's mitbringen. Ja, bitteschön. Ich bin ein wildes Gesicht. Ich bin ein Wasserläufergesicht. Ich bin ein Wurm. Der Herr Goldmann hat einen richtig roten Kopf. Ja. Ich habe auch richtig rote Arme von dieser Sonne die ganze Zeit. Das brennt auch alles voll hier. Also es ist auch ein Sonnenbrand, sag ich. Ich bin ein Stück Möwenscheiße. Wir sind gestartet. Und dieser Wagen, der kippt hier jedes Mal ständig hier oben, hier auf diesem Scheißweg. Das nervt voll. Das ist Zeitverschwendung. Guck mal. Das ist eine richtige Apfelmülltonne. Richtig geil. Das heißt, wir können endlich hier unseren Müll hier reinpacken. Mein Gehirn besteht aus Bazillen. Guck mal, das hier, das ist ein richtiger Kackwasser da unten. Aus meinem Mund kommen Kaulquappen raus. Und so, auf sowas von auf. Das ist aber auch cool, weil... Das ist ein richtig widerlicher Windgerade. Der ist richtig hier bakterienhaft. Durch meine Zahnlücke passen Kitzler durch. Ich bin ein richtiger Mückenkopf. Ich bin eine schwedische Fackel, die rumpisst. Es fliegt. Es fliegt so wie morgen, meine Sperma. Ich bin eine fliegende Hämorrhide. Genau, hier ist diese Stelle, wo Scheiße auf dem Boden lag und ich mit meinem Fuß dann da drauf getreten bin. Und ich dann diese Scheiße dann hier so in diesem Gras, die ich hier so abgemacht habe, vom Schuhhaus. Genau, da erinnere ich mich ganz genau dran. Das müsste genau diese Stelle gewesen sein, wo ich drauf getreten bin. Und da laufen wir jetzt gerade lang. Vollfett Storchennest. Vollfett Storchennest. Storchennest mit Fett dran. Vollfett Storchennest. Da. Ich bin ein Kieselsteinkopf. Hier vorne sind Eier drin. Und wir haben uns eine Packung rausgeholt. Na? Ich bin ein Tampon, was schon mal benutzt wurde. Das da ist ein Tampon. Das ist... Aber du, du verstehst, das ist Kiegel. Es ist... Hör auf mich zu beißen. Da vorne ist eine Gaststätte. Und deswegen gehe ich da jetzt rein. Weil ich muss scheißen gehen. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich bin's wieder. Euer Lieblings David. Heute Abend sind wir an der Weser. Ich bin ein Gehirneinbrecher. Und aus meinem Kopf spritzen ganz viele Kaulquappen raus. Und guck mal. Guck mal hier. Hier. Die sitzen schon draußen. Und Marv Con TV, der kocht. Der Marvin hat Koffein hergestellt. Danke schön. Marvin hat Rührei gemacht. Das wird jetzt gefressen. Ich bin ja eine Kopfkrankheit. Ich bin ein Rührei-Fresser. Ich war ein richtiger Fresssack. Ich muss endlich fett werden. Da vorne an diesem Baum, da ist ein Handy dran. Von dem Herrn Goldmann. Und wir sind jetzt gerade im Livestream. Aus meiner Nase können Fliegen rausfliegen. So, wir haben uns ein Stückchen von dem Herrn Goldmann entfernt. Und wir gelaufen jetzt zum nächsten Bahnhof. Und der sollte hier in Dörfern sein. Deswegen gelaufen wir jetzt erst mal zum Dörrferden. Um dann diesen Bahnhof zu suchen. Ich bin ein Galoppiergesicht. Wir sind hier im Bahnhof Dörrferden angekommen. Ja, perfekt. Jawohl. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. mitte oder ohne zähne links zwei zähne und rechts das hört sich gut an genau deswegen aus genau diesem grund laufen wir dahin wir haben gerade einen fuchs gesehen aber der ist irgendwie abgehauen wir haben hier eine schutzhütte gefunden eine schutzhütte mit zwei etagen ist richtig geil hier bleiben wir hier werden wir heute pennen und ich werde das alles zuschnarchen das schwöre ich euch ich bin eine schnarchende ich wäre eine verschimmelte walnuss und weißt du warum weil eine walnuss wie ein gehirn aussieht deswegen bin ich eine verschimmelte walnuss so wird heutzutage feuer angemacht so und nicht anders wie geht er auch hier weg ist also verraucht ekelhaft so wasser ist gekocht jetzt wird hier kaffee sticks getrunken und ach so hier wir sind wach im wahren werden eingeführt das ist reis dieser reis das wird jetzt das wird genauso weich gekocht wie mein kopf guck mal leute es schneit es schneit hier genauso wie mein gehirn und aber noch nicht doll genug es sollte noch doller schneiden damit das irgendwann mein gehirn übertrifft diesen diesen eingefrierten gehirn hier dieser gehirngulasch version 3 wird gerade warm gemacht der gehirngulasch läuft aus feinster gehirngulasch das gehirngulasch mit den mit dem maden sind fertig doch leider bewegen die sich nicht denn die reismaden wurden tot gekocht die sind tödlich verungelückt jetzt ja wenn ich ein gestörtes verhältnis zu gurken habe ach so ich habe gestern gekocht und zwar aus der nase raus und zwar nicht wegen der biermenge die biermenge war gewöhnlich aber ich habe viel zu viel verschiedene biere getrunken und deswegen auch gekocht aus der nase das frische reudig wie geht es sehr ekelhaft ist richtig widerlich wir sind losgelaufen und ich bin ein dreckiger froschgesicht ich bin so ein richtiger froschkopf ich bin eine dreckige gesundheit ich bin natürlich ich bin ein knotenkopf holzbalken gefunden holzbalken noch mehr holzbalken ganz viele holzbalken der baum ist verstorben holzbalken holzbalken ganz viele holzbalken noch mehr holzbalken holzbalken jetzt müssen wir hier unsere schweren wagen nach da ganz oben hin tragen weil das da ganz oben das ist der neue schlafplatz für heute nacht das ist ja richtig sportlich jawohl so mein wagen ist abgebaut marvin trägt die eine hälfte und ich trage diese schwere hälfte schwer eine bakterie die ein berg hoch steigt ich bin ein stück pisswasser was auf irgendwelchen flüssen rumschwimmt dieser schau kennt ihr das das bitte ich es geht immer höher und höher immer steiler und so weiter wir haben es erreicht die ersten sachen sind ganz oben und zwar hier das hier das ist ein richtiger voll fett felsen und das hier hier ist ganz viel platz unter felsen hier werden wir drunter pennen das feuer ist angezündet es brennt und das brennt die ganze nacht weil wir haben hier feuerholz schon vorbereitet genau dieses feuerstein haben wir hier hier unter dieser fels höhle oder was das hier sein soll gemacht hat er genau hier hier ist mein schlafplatz ich hab den schon aufgebaut da werde ich drunter pennen hier unter diesen fels hier plötzlich ist der flötenmann da der ist hier angekommen er er pennen mit uns hier unter dem fels und schweine wieder am reden zehn stunden arbeit meine mamas überleben gibt es kein co verkaufe hier ganz hier weil ich meine mutter hier bald meinen hausbau wer will betteln ja wer will hier stressen wir kommen hier am besten ihr speck coca am besten voll auf koks die bitch schlägt mein ei für immer 1 und 3 ja fickt die polizei yo der war clean ich bin gereim für reib deine hure ist so abgestürzt so wie kobe brian oh du brauchst den 5er halt die backen im schmuck deine hure schreibt dem whatsapp und die hohe gekocht ja autotune scheiß ich kaufe ich bin meine antwort darauf lanzt meine faust geht zum gehen hier gefühlt sich wohl aus schmuck ding ding ich fühle mich doch wohl wenn ich mit drücken und langsam ist heller geworden leute ich und helmut wir gehen nach darunter und dann zu irgendeiner richtung und dann zum nächsten bier geschäft und dort bier zu kaufen ich habe heute noch keine zähne geputzt aus meinem mund fliegen fliegen raus und mücken und moskitos fliegen auch da raus und mistkäfer das sind richtig geile käfer die haben in ihr leben schon ganz viel scheiße gefressen genau aus diesem grund fliegen die aus meinem mund raus die löcher in meinen schuhen werden immer größer komm mal klar klares wasser ich will endlich am pickel gesicht werden aber ich habe es noch nie geschafft ich weiß nicht wie man sich da hinarbeitet hört ihr diese ganzen flussgeräusche flussgeräusche sind geil ich habe es noch nicht ich habe es noch nicht ich habe es noch nicht Da ist man noch da hoch. Wieder rüber gesprungen. Was für ein komischer Wanderweg. So, wir sind eben gerade diesen verranzten Weg runtergelaufen. Und jetzt sind wir hier an diesem Fluss und auf so einen Gehweg. Und ich glaube heute ganz hinten irgendwo. Da ist ein Bahnhof. Wir sind gerade aus diesem Zug hier ausgelaufen. Und wir sind jetzt in Bad Chandau. Und hier sollte es Biergeschäfte geben. Also gehen wir jetzt da hin. Das Biergeschäft nähert uns. So, wir haben hier ganz viel Bier gekauft. Und das werden wir jetzt einpacken. So, wir haben jetzt dieses ganz viele Bier im Rucksack drin. Und jetzt laufen wir wieder zurück zum Bahnhof. Ich werde ein richtiger Genomengesicht. So, wir sind schon wieder hier in dieser Ortschaft angekommen. Guck mal da hinten. Da geht es die ganze Zeit bergab. Aber wir sind gerade dabei. Die ganze Zeit hier vorne berg hoch zu laufen. Und das ist steiler als es aussieht. Guck mal wir laufen hier gerade durch so eine Feldlandschaft durch. Weil wir müssen nach da lang wo dieser Berg ist. Und wir haben irgendwie auf die Schnelle keinen Weg gefunden. Deswegen laufen wir hier über ein Feld durch. So, nachdem wir ganz viel Feld gelaufen sind. Laufen wir schon wieder genau dort vorbei. Wo hier diese ganzen Holzbalken rumstehen. Und aus meinem Holzkopf ist eine Schraube runtergefallen. So, jetzt nach da ganz oben hinlaufen. Weil da ist unser Biwakplatz. Da wo wir gezeltet und Feuer gemacht haben und sowas. Wir sind angekommen. Wir sind jetzt gerade am Sachen packen. Und die anderen sind schon gegangen. Wir sind nur noch zu dritt. Und genau. Wir packen jetzt die ganzen Sachen ein. Und tragen alles nach da ganz unten hin. So, wir haben uns von Helmut getrennt. Weil sein Zug fährt schon um 6 Uhr morgens. Und unser erst abends um 18 Uhr oder so. Und deswegen sind wir jetzt beide nur noch alleine unterwegs. Mit einem ganz großen Haufen Müll. Und unsere beiden Karren. Und wir laufen jetzt gerade wieder runter. Zu dem Biwakplatz, wo wir die erste Nacht übernachtet haben. Also in dieser Hütte. So, wir pennen jetzt schon wieder hier in diese Hütte. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Wir sind wach und wir haben da drinnen gepennt. Und wir haben schon die Sachen hier zusammen gepackt. Und wisst ihr was schlecht ist? Wir haben gerade den letzten Schluck Wasser ausgetrunken. Das heißt, wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, wir können gleich keinen Kaffee machen. Und wir können keine Zähne putzen. Das ist voll scheiße. Das ist widerlich. Oh mein Gott. Es ist eben gerade etwas nerviges passiert. Und zwar. Dieser Beutel voller Pfandflaschen. Der ist jedes Mal hier runter gerutscht. Und ist gegen mein Bein gefallen. Und deswegen habe ich jetzt den Regenschutz von meinem Wagen. Der kann man über den gesamten Wagen rüber ziehen. Den habe ich hier dran gemacht. Damit das nicht wegrutscht. Und wisst ihr was mir auffällt? Und zwar meine Beine sehen richtig benutzt aus von dieser Tour. Guck mal wie benutzt das hier aussieht. Ja, ist halt so. Aus meinen Hoden wächst ein Ziegenbart. Und aus meinem Gesicht wachsen Schamhaare raus. Heute ist es leicht wärmer als gestern. Weil ich habe hier meine Jacke weggemacht. Und hier draufgegangen. Guck mal, wir haben hier Wasser gefunden. Das heißt, wir können diese Flaschen, die genauso leer sind wie mein Kopf, auffüllen. Das schmeckt ein bisschen mosig. Aber ich denke, kann man trinken. Aber ein bisschen mosig schmeckt das. Ich bin ein Schimmelpilzkopf. Und ich musste jetzt gerade meine Jacke anziehen, weil das schon wieder kälter geworden ist. Ich bin ein Schimmelpilzkopf. Irgendwie ist das schmierig windig hier. Hier ist die ganze Zeit so richtig nerviger kalter Wind. Der zieht voll durch. Mir ist eben gerade Scheiße passiert. Und zwar mein Wagen ist umgekippt. Und dann sind diese ganzen leeren Bierdosen und die anderen Pfandflaschen. Die sind dann hier auf den Boden gefallen. So, wir sind hier im Bahnhof angekommen. Und wir haben erfahren, dass Helmut da oben gepennt hat. Da oben auf diesem Fels. Heute Nacht. Weil heute Morgen wäre sonst ein Zug gefahren. Aber den hat er irgendwie verpasst. So, dass der erst heute Abend dann irgendwo nach Hause fährt. Und der kommt gleich mit seinem schweren Wagen von dort unter. Und ich werde da einmal kurz hingehen. Und ihm beim Transportieren ein bisschen helfen. So, ich habe Helmut abgeholt. Der hat ja hier bei diesem schweren Wagen geholfen. Und wir sind hier. An dieser Bank hier. Also genau an dieser Stelle. Wo ich am ersten Tag so gemacht habe. So, wir sind da im Bahnhof. Und jetzt tragen wir hier die Sachen da rein. Weil das ist ja unser Zug. So, ich werde jetzt hier von diesem Herrn Ferdinand gebracht. So, dorthin. Wo wir heute Osterfeuer feiern werden. So, wir sind hier angekommen. Und ihr kennt diese Stelle, oder? Ich habe hier mal einen ranzigen Schlafplatz aufgebaut. Hier werde ich drinnen pennen heute Nacht. Auf jeden Fall, falls ich diese Nacht nicht am Feuer schlafen sollte. Wie beim letzten Mal. Guckt mal. Hier gibt es sogar eine Dixi Toilette. Und hier wird Osterfeuer Holz gesägt. Guckt mal Leute. Hier. Ich bin eine Milchsäurebakterie. Gebrust. 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 Ich habe vor kurzem gekotzt. Aus der Nase. Und dann war das irgendwie nach Stuten immer noch unangenehm gewesen. Dieser ganze Geschmack und Gerufen. Und diese Reste von der Nase irgendwie rauszukriegen. Da musst du mehr Bier trinken, damit der Kotzengeschmack wieder weggeht. Ja. Und das werden wir uns gleich in unser Maul reinstopfen. Das schmeckt voll cool. Ich mag das. Es schmeckt mega. Lecker lecker. Sehr cool. Der macht das millones aufs Skagen. J gasp, du gemacht. Ich schmecke das ganz in unsere Aufmerksamung. Du gehetzt. Du ness nicht Stuten. Duبst. DTeiligrunde macht fez einen sohn. Bye! Du willst doch nie IM 1, ni zijn. DTeiligrunde nichts. Ich wäre ein Wurm. Ja, so sieht unser Osterfeuer aus. Wie sieht euer Osterfeuer aus? Guckt euch mal diesen Siff hier vorne an. Hier, der hier, der ist abgegangen. Das heißt, dass wir nicht angespannt gewesen, als ich hier gepennt habe. Deswegen habe ich meinen Schlafplatz hier vorne hingelegt. Zu den biertrinkenden Leuten hier vorne. Hier haben wir früher gefeiert. Jawohl, hier gibt es eine kleine Diskothek, da hat man ganz oft gefeiert. Die gibt es leider nicht mehr, schade. Aber auf jeden Fall habe ich da ganz oft drin gefeiert. Mit ganz viel Bier getrunken. Mit ganz viel Bier trinken. Und da habe ich gesteppt. Es gibt sogar ein Foto von der Zeit noch. Das war gute Zeiten. Das war doch gute Zeiten. Da hat man noch ganz viel Bier getrunken. HESCHIE! Guck mal, guck mal hier. Ich bin hinter diesen Kiewitz-Mack oder wie das heißt. Und ich schiele hier so eine Runde rum. Mit barfuß trinke hier ganz genüssig Bierchen. Und vielleicht lege ich mich auch gleich noch eine Runde hier hin auf dieser Ise-Matte. Weil heute ist voll cool Wetter. So, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Stunden hier rumgelegen. und die Sonne genossen, vor mich hingedöst. Und jetzt gelaufe ich zu Hansi, damit wir gleich ein Bierabend machen können. So, fräsen ist fertig. Und währenddessen ich jetzt fresse, habe ich hier erst mal meine Kaffeeherstellung begonnen. Das heißt, ich werde gleich auch noch Kaffee trinken. So, ich bin bei Ihnen hier angekommen. Und wir werden jetzt erst mal Bier trinken. Ja, gefrost! Gefrost! Ich habe früher mal eine richtige Schubenflechte gehabt. Diese tödliche Haut, die von meinem Kopf runtergefallen ist. Guck mal, wir gucken uns bei Ihnen hier in sein Heimkino Natururin an. Ihr müsst alle auch viel mehr Natururin angucken. Das ist mir ganz wichtig. Kennst du dieses Geräusch, wenn ein Rind auf die Rasenfläche drauf pinkelt? Ich kann es mir vorstellen. Wie kraftvoll sich das anhört. In der Tat. Ja, wenn man den Gartenschlauch aufdreht. Genau so habe ich gerade die Toilette von Ihnen benutzt. Von vorne. So, jetzt wird erst mal Fressen von vorgestern angebraten, damit ich das gleich fressen kann. So, Fressen ist fertig. Ich bin erwacht. Ich habe noch eine Nacht hier bei Ihnen hier gepennt. Und genau, jetzt ist morgens früh und jetzt gelaufe ich zur nächsten Bushaltestelle. So, ich bin in Hannover angekommen und guck mal, ich habe mich hier mit meinem Bruder getroffen. Wir fahren jetzt nach Nordhausen. So, wir sind in Nordhausen angekommen und hier, wir haben Arschloch getroffen. Wir wären heute bei Ihnen pennen und deswegen wären wir heute nur bei Ihnen pennen. Und erst morgen eine Tour machen. Du bist ein richtiger Mistkäfer. Meine beschissene Finger, die haben dann irgendwann so weh getan auch. Aber besonders auch der von Arschloch, weil Arschloch hatte auch noch einen Gips aufgehabt. Wir schauen uns gerade den Livestream von Ramses der Böcke an. Und ich schaue mir das mit Arschloch an. Wir müssen unbedingt mal wieder eine Vollfettwanderung machen. Das machen wir auf jeden Fall. Das muss irgendwann wieder passieren. Das wird wieder Zeit. Und hier, wir fressen gerade Pizza. Wann ist wach? Die Kalkablagerung und Co. sind losgelaufen. Es ist dunkler geworden. Deswegen ist es jetzt dunkler. Und wir gelaufen jetzt nach Richtung Darlack. Oder vielleicht nach Richtung Darlack. Ich weiß auch nicht. Mein Bruder hat die Koordinaten dahin. Der führt uns dahin. Zu dieser komischen Talsperre oder wie das heißt. Kein GPS-Signal. Das muss drauf sein. Kein GPS-Signal, weil wir laufen durch so einen Waldweg durch. Und, oh Scheiße, langsam kommen Regentropfen. Das nervt uns. Das wird gleich so richtig Scheiße sein, falls es gleich so richtig regnen sollte. Dass das irgendwie auf unsere Köpfen drauf landet, dieses Nass. Wir hören uns schon wieder diese Musik an, die zwei selber gemacht haben. Mein Bruder ist schlechter angezogen heute, sodass es ihnen ein bisschen kalt ist. Und wegen schlechtem Wetter, weil es regnet die ganze Zeit und so weiter. Und dieser ganze kalte Wind und sowas. Also mir ist jetzt nicht kalt, aber mein Bruder ist ein bisschen kälter. Und deswegen haben wir uns jetzt nach der Schutzhütte gesucht. Und ich habe gerade eingegeben, weil ich habe erst jetzt wieder Internet. Weil davor, die ganzen letzten Kilometer, da gab es gar keinen Empfang. Aber jetzt habe ich wieder Internet. Und ich habe gerade Schutzhütte-Koordinaten eingegeben. Die nächste Schutzhütte ist drei Minuten von hier entfernt. Irgendwie 240 Meter. Und da laufen wir jetzt hin. Oh Scheiße, wir sind gerade zu dieser Schutzhütte hingegangen. Die war auch nicht bestätigt gewesen, aber wir sind da hingegangen. Und da war keine Schutzhütte und auch kein Unterstand, sondern da war nur eine einsame Bank vorhanden gewesen. Und jetzt habe ich plötzlich kein Internet. Jetzt kann ich das nicht mal anzeigen, dass das keine Schutzhütte ist, sondern Fehleintrag. Und deswegen laufen wir jetzt weiter, damit ich dann irgendwann gleich Internet habe. Damit wir die nächste Schutzhütte irgendwann navigieren können. Guckt mal Leute, ich bin so richtig überblendet. Und wisst ihr, warum ich dieses Licht gemacht habe? Weil guck mal hier, wir haben hier diese Schutzhütte hier gefunden. Das war dieses Mal kein Fehleintrag gewesen. Die sollen fast so weich werden wie mein Kopf. Ich war aber mal weicher im Kopf gewesen als heutzutage. Nee, die müssen auf jeden Fall weicher sein als mein Kopf von heutzutage. Aber die dürfen gerne härter bleiben wie mein Kopf von vor ein paar Jahren, wo ich doch so ein richtiger Weichkopf war. So, mein Bruder pennt hier auf dieser Bank und er hat keine Isematte dabei. Das heißt, das wird für ihn so richtig beschissen und scheiße und hart und hier... Eine harte Nacht, wortwörtlich so. Und guck mal, ich schlafe hier auf diesem versifften Boden, da wo diese ganzen Sachen hier rumliegen. Weil diese Bank hier vorne, die ist schräg, die ist richtig beschissen zum Schlafen. Und guck mal, guck mal hier, hier sind ganz viele Spinnennetze. Hier überall. Und hier vorne, da drinnen in diesem Loch, da ist eine richtige Vollfettspinne drin. Die hat sich so ein bisschen angekrochen, aber da sieht man vielleicht so ein bisschen die Beine. Oder prüfen, ob diese Vollfettspinne, die dann später rauskommt, in unseren Mund reinkrabbelt. Da bin ich ganz gespannt drauf. Vielleicht kann der so ein bisschen so ein paar Backtusse und Kariesse von den Zähnen heraus lecken. Müssen wir nicht Zähne putzen morgen früh. Ja, das wäre richtig geil, wenn die das macht. Ja, Spinnen sind Nutztiere. So, wir legen uns jetzt gerade vor diesen ganzen Vollfettspinnen hier nieder. Genau deswegen liegen wir jetzt gerade hier. Und von daher würde ich sagen, gute Nacht bis morgen. Wir sind wach. Und diese ganzen Spinnen, die hier herum krabbeln, die sind nicht in unsere Nasen und so was reingekrabbelt. Und in unsere Ohren und so. Das haben sie irgendwie nicht gemacht. Das ist diese Nacht schon wieder nicht passiert. Und diese Vollfettspinne, die da drin war in diesem Loch, die ist weg von dort. Keine Ahnung, wo die rumläuft. Oder vielleicht ist sie heimlich in unseren Mund irgendwie reingeklettert. Und wie heißt das Ding? Legt dann diese ganzen Eier in unseren Magen drin. Damit dann irgendwann ganz viele kleine Spinnen aus unserer Öffnung rausgeklettert kommen plötzlich. Guck mal, langsam kommen Blasen. Der Koffein ist fertig. Oh Scheiße. Mann, Spiritus ist komplett alle. Das ist genauso leer wie mein Kopf. Und guck mal. Ich bin jetzt gerade dabei Nudeln zu kochen. Mit den allerletzten Rest Spiritus, was da drin, was ich hier reingepackt habe. Und wir hoffen, dass das für diese Nudeln ausreicht. Aber ich bin ein guter Dinge, dass das genau der letzte Tropfen gerade so ausreicht. Das schmeckt gut. Das hat gerade so der letzte Tropf Spiritus genau ausgereicht für die Nudeln. Und den Kaffee. Das ist sehr gut. Eine richtige Flitze drin. Guckt euch mal diesen ganzen matschigen Weg hier vorne an. Mit diesen ganzen Flüssigkeiten und sowas. Der wird mich gleich so richtig nerven. Beziehungsweise nervt mich schon so richtig. Das ist voll scheiße damit, mit dem Wagen hier durchzukommen. So, der schleimige Matschweg. Mit den ganzen Flüssigkeiten drauf. Der ist überstanden. Wir sind drüber gelaufen. Und ich bin nicht vollkommen weggerutscht. Das ist gut. Guckt euch mal an, wie versüfft dieser Rad hier aussieht. Der sieht richtig versüfft aus. Das ist richtig geil. Krankheit. Guck mal hier. Das Wetter ist wieder viel besser geworden. Ich konnte meine Pullovers ausziehen. Weil das Wetter ist wieder voll cool zu uns. Und wir laufen jetzt. Weil hier ist kein Fußweg. Wir laufen jetzt schon wieder so eine komische Landstraße hier durch. Guckt mal. Guckt mal hier. Mülleimer. Jetzt kann ich hier diesen überfettigten Müllsack hier entleeren. Ich habe gerade diesen ganzen fettigen Müllsack entleert. und den ganzen Land Bierflaschen hier gestillt. Guckt mal Leute. Wir haben hier eine Bäckerie gefunden. Und wir werden hier ein bisschen Frühstück holen. Und wir haben jetzt 14 Uhr. Das sieht richtig geil fett aus. Ich mag das. Und jetzt wird gefräsen. Guckt mal was wir gefunden haben. Flüssigkeiten, was aus den Stallen draus spritzt. Das stinkt. Ja, es riecht eigentlich jetzt gut. Aber... Da ist mir was in die Nase reingespritzt. Ich werde jetzt nochmal den ganzen... Wie heißt das nochmal? Diese leeren Flaschen hier auffüllen. Guckt mal da drüben sind Tiere mit diesen komischen Hördern dran. Und guckt mal da ganz hinten. Dieser Tier mit den Hördern dran. Der pinkelt rum. Der macht Urin. Ich habe euch gerade die Tiere mit den Hördern auf dem Kopf gezeigt. Urinfarbige Blumen gefunden. Ich glaube das dauert nicht mehr lange. Und dann sind wir über dieser Talsperre angekommen. Guckt mal. Guckt mal hier. Wir haben diese Talsperre gefunden. So sieht das von dieser Seite aus. Und wisst ihr was voll versüfft ist? Diese Tür ist abgeschlossen. Und guckt mal. Man kann da nicht drauf gehen. Oder man könnte schon. Aber guckt mal. Guckt mal hier. Diese beschissenen Gesetze und so weiter. Und ich habe keine 50.000 Euro. Aber sonst würde ich da oben drauf gehen. Und euch das von da oben zeigen. Wie das von da oben aussieht. So wir haben da vorne rum gesessen. Und langsam. Guckt mal hier. Sonnenuntergang. Das heißt bald kommt dunkle. Und das ist voll scheiße. Dass das hier abgesperrt ist. Und genau. Und deswegen. Und deswegen gelaufen wir jetzt den gesamten Weg wieder zurück. Bis nach Nordhausen. Das ist voll Zucker. Dass es kalt geworden ist. Dass ich schon wieder diese nervige Jacke anziehen musste. Und dann nervt uns dieser ganze Geräusch von diesem Wagen hier. Weil dieser Gumi ab ist. Weil der die ganze Zeit auf Felge fährt. Dass der so laut ist. Ich habe voll Bock auf Gummireifen auf meinen Wagen drauf. Damit das nicht so laut ist. Weil das ist leer. Das stört. Das ist richtig ekelhaft. Das ist widerlich. Das gehört weg. Wir sind eben gerade ganz viel Weg nach unten gelaufen. Und jetzt müssen wir ganz viel Waldweg hier hochlaufen. Das stört uns. Das ist richtig nervig. Aber dieser Stück, das ist ein richtiger Arschlochstück. Das ist voll scheiße das hier mit diesem Wagen hier rumzuschieben. Bei diesem komischen Weg hier vorne. Der nur hier aus Laub und nervige Äste und sowas und Matsch und sowas besteht. Leute guck mal wie diese dreckigen Schuhe von meinem Bruder hier aussehen. Ja so ne scheiße ey. Das ist halt mit ganz viel Durchfallfarben dran. Das ist richtig geil. Und dennoch weiße Socken. Deswegen ziehe ich immer schwarze Socken an. Wenn ich mich eines Tages zu einem Kokonnen verwandele und dann irgendwann ausschlüpfe, dann kommt kein Schmetterling und auch keine Fledermaus und auch kein Vogel oder sowas zustande. Sondern ich werde eine richtige fette Motte sein. Die dann fliegt und sie in Nerven tut. Und den ganzen Tag gegen die Stirn fliegt und sowas. Und hier Staubwolken produziert, wenn ich gegen die Stirn von anderen rumgegen fliege. So ein Ding. Genau, ich werde die ganzen Leute dann die ganzen Nerven, wenn ich mich zu einer Motte verwandele. Da freue ich mich richtig drauf. Guck mal, guck mal hier. Wir sind hier in Nordhausen angekommen. Aber von dieser Stelle hier von Nordhausen sind das noch ungefähr drei Kilometer bis wir bei Arschloch angekommen sind. Das heißt, wir müssen noch etwas länger als eine halbe Stunde laufen, bis wir bei Arschloch angekommen sind. Und deswegen laufen wir jetzt eine halbe Stunde dahin. So, wir sind jetzt bei Arschloch angekommen. Und jetzt erstmal ein Feierabend bzw. ein Gute-Nacht-Bier trinken. Gebrorst, gebrorst. Wir sind aufgestanden und ich wollte gerade mein Handy aufladen, weil der komplett auf Null ist. Die Sachen sind gepackt, wir sind draußen. Und jetzt gelaufen wir zum nächsten Bahnhof. So, wir sind hier im Bahnhof angekommen und guck mal, unser Zug steht hier schon. Wir werden hier dort einsteigen. Hier, guck mal, blaues Licht. Ah scheiße, mein Wagen ist umgekippt. Aber genau hier, blaues Licht. Für die Leute, die mich schon länger verfolgen oder sich hier in dieser Umgebung hier auskennen, die wissen Bescheid, wo ich jetzt gerade drüber laufe. Und wenn nicht, dann habt ihr Pech. Und hier, genau an dieser Stange habe ich schon mal so gemacht. Leute, es fängt an in Strömen zu regnen und es ist richtig beschissen. Ich werde jetzt diesen gelben Sack hier über meinen Wagen rüberziehen. Und wisst ihr, was beschissener ist? Dieser gelbe Sack, das ist ein Regen-Poncho. Der ist bei der ersten Anwendung gerissen. Ich habe den gerade frisch bestellt. Das ist ein richtiges, billiges Arschlochteil. Ich brauche nur einen Regen-Poncho. Das ist ganz wichtig. So, ich habe hier meinen Schlafplatz aufgebaut. Mein 3x3 Meter Tab. Hier auf diesen komischen Ast. Dieser Ast ist auch wieder viel zu lang wie beim letzten Mal, wo ich hier gepennt habe. Aber egal, ich habe das auch doppelt gespannt mit zwei dieser Bänder. Und ich bin sehr gespannt drauf, ob das vielleicht irgendwie wegreißen könnte, damit das hier auf meinen Kopf fällt. Ich bin erwacht und wisst ihr, was passiert ist? Letzte Nacht, da war es richtig windig gewesen. Und das hat hier diesen Stock hier weggerissen von meinem Tab. Aber dieser Stock, dieser Ast hier, der ist nicht auf meinen Kopf gefallen, sondern der ist neben meinen Kopf gefallen. Also ich habe mich hier gepennt. Also hier hat mein versifter, verschmierter Kopf hier drauf gelegt. Gelegen. Und der ist neben meinen Kopf gefallen. Und das hat hier meinen ganzen Dach hier runtergerissen. Aber danach hat es gar nicht mehr geregnet gehabt. Und deswegen ist das egal. Bah, hört auf mich zu belästigen. Ihr stört mich. Ihr seid richtig giftig. Hier, guckt mal das hier. Das sind meine Wurstfinger. Ich möchte euch meine Wurstfinger hier präsentieren. Da habe ich schon ganz oft drauf gespritzt und sowas. Die sind richtig giftig. Das könnt ihr mir glauben. Oh Scheiße. Ich bin mit meinem Ellenbogen hier gegen diese Brennnessel hier drangekommen. Sodass hier ein paar Flecken dran sind. Und guck mal. Guck mal hier. Hier vorne an der Haut, da habe ich auch ein paar Brennnesselflecken. Ich habe meine Hand. Guckt mal Leute. Diese Stelle hier, die ist so gechillt, dass ich den gesamten Tag hier verchillt habe. Die Sonne geht langsam runter. Das heißt, wir haben Abend und bald kommt Dunkle. Und das ist hier immer noch gechillt hier. Und ich habe hier meinen Schlafplatz wieder aufgebaut. Extra um zu prüfen, ob das hier schon vielleicht diese Nacht auf den Kopf fällt. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ich werde gleich kochen. Das riecht schon so richtig lecker. Es wird da so richtig geiles Fressen geben. Ich bin aufgestanden. Ich habe schon wieder hier gepennt. Hier. Genau. Und dann guckt euch mal diesen Loch hier vorne an. Das ist von der davorrigen Nacht passiert. Weil dieses hier. Ähm. Nicht der. Sondern der hier. Okay. Seht ihr dieses Loch hier? Der hat hier gestanden. Und in der Nacht, wo dann mein Tarp dann plötzlich weggefegt wurde. Beziehungsweise dieser Stock runtergefallen ist. Passt auf meinen Kopf. Dann lag der hier, brennt hier. Und der ist runtergefallen. Und dann über diesen Loch ist die Flamme dann rausgekommen. Und dann hier rein. Deswegen ist hier jetzt ein Loch drin. Das heißt, wenn es irgendwann so richtig regnen tut. Dann werde ich endlich nass. Das wird richtig geil. Da vorne ist Brot. Guck mal, guck mal hier. Hier ist ein Insekt. Das hat diese Spinne hier getötet. Und das fress das gleich auf. Und dieses Insekt ist heute Morgen über mein Gesicht rübergeklettert. Das weiß ich noch ganz genau. Der hat mich richtig genervt. Aber der hat mich nicht gestochen, sondern die Spinne. Aber trotzdem ist das so ein richtiges Miststück hier vorne. Guck mal, hier kommt Dampf oben raus. Das heißt, ich glaube mein Koffein ist fertig. Genau, das blubbert hier. Das müsst ihr unbedingt auch alle so machen, draußen in der Natur Kaffee zu saufen. Das hat Freude dran. Das ist richtig geil. Das müsst ihr mir alle nachmachen. Das ist ganz wichtig. So, ich habe gerade mein Tab abgebaut. Genauso wie meine ganzen Sachen eingepackt. Die sind hier jetzt auf diesen Wagen drauf. Und hier nochmal der letzte Blick von diesen... Genau Weser heißt das. An diesen Fluss. Und jetzt laufe ich mit dem Wagen zurück nach Hause. Ach, das ist so nervig mit diesen Wagen. So nervig mit diesen Wagen. So nervig mit diesen Wagen. Alles nervt. Weg. Ich laufe jetzt durch diese Feldlandschaft durch. durch genau diese Feldlandschaft, wo ich schon mal so gemacht habe. Wie geht's? Von diesen hier sind noch ein paar Tropfen runtergefallen und das ist auf mein Bein gespritzt. Warte, guck mal. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass hier kein Wasser mehr drin ist. Oder fast kein Wasser mehr. Hier diesen, diesen Kanal von diesen Schiffskatapultiereinnahmen. Und das stinkt hier total. Das riecht hier nach tödlichen Krabben und sowas. Nach tödlichen Krabben und Fische und sowas. Oh, ich muss hier weg. Ich muss hier wirklich weg. Also ich kann diesen Gerut nicht ab. Das ist... Boah. Das ist richtig bitter. Boah. Also hier ist mir jetzt gerade wirklich schlecht geworden. Bei diesem... Gestank. Hier auf diesem Schild. Bei diesem... Bei dieser Stange. Da habe ich schon ein paar Mal Bierpower drauf gemacht. Genau hier. Aber ich habe jetzt gerade keinen Bock darauf Bierpower zu machen. Und deswegen mache ich das jetzt gerade nicht. Und das hier, das ist E-Center. Und ich werde jetzt da reingehen, um hier diese ganzen Pfandosen zu verkaufen. Leute, ich bin gerade dabei, Burger King aufzuessen. Ich bin gerade am Bahnsteig. Und hier, ich bin jetzt am Bahnsteig. Ich bin da pünktlich angekommen. Aber dieser versüffte Zug, der hat verspäht auf 15 Minuten. Ich habe gerade in der Zwischenzeit frisch hergestellten Kofil gekauft. Das brennt. Das ist doch viel zu Eis. Das ist widerlich. Ich zeig dir an. Ich bin gerade in Dresden-Neustadt gekommen. Und guckt mal hier. Der Helmut ist da. Das werden wir nachher fressen. Oder die nächsten Tage auf jeden Fall. Und wir werden gleich erstmal hier rumgehen und sowas. Hier. Hier. Hier ist Lidl. Wir werden hier jetzt einkaufen. Wir fahren jetzt unkompliziert Straßenbahnen. Wie das heißt. Wir laufen jetzt diese Ruine hier hoch. Um dort darauf zu pennen. So, wir sind hier angekommen. Das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Bunker oder keine Ahnung was das ist. Irgend so ein Felsgespalt. Und da sind wir auf dem Dach drauf geklettert. Und jetzt sind wir hier auf dem Dach. Und hier pennen wir und kochen gleich. Guck mal hier. Guck mal was hier da drin ist. Das was hier da drin ist, das werden wir jetzt kochen. Wir sind auferstanden. Und Helmut hat Essen gekocht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Gutes Essen. Achso. Wir haben da drüben gepennt. Da wo dieser Tab aufgespannt ist. Das wollte ich euch zeigen. Und das ist meine Plexiglasplatte. Guck mal. Guck mal hier. Hier vorne ist dieser Loch, der beim letzten Mal hier eingebrannt worden ist. Genau. Davon ist dieser Loch. Und das hat durch diesen Loch heute Nacht reingeregnet. Das hat ein bisschen gespritzt. So, jetzt wird fräsen gemacht. Noch mehr fräsen. Zum verspeisen. Gehirngoulosch. So. Fressen ist fertig. So, wir haben den Wagen jetzt von dieser Treppe hier runter getragen. Und jetzt tragen wir das hier über den Zaun hier drüber. Über diesen nervigen hier. Wir haben unseren Wagen und das hier darüber getragen. So, wir sind ein Stück losgelaufen. Und hier guck mal. Dieser Müllsack und diese ganzen leeren Bierdosen. Die nerven mich. Wir müssen unbedingt einen Laden finden, damit wir das verkaufen können. Und damit wir ein neues Bier kaufen können. Weil wir haben kein Bier mehr. Und ich habe so einen richtigen Pappmaul. Ich habe voll Durst. Wir haben kein Wasser mehr. Das heißt, das Wasser haben wir für Nudeln das letzte Mal benutzt. Und zum Zähneputzen haben wir den Rest dann rausgespuckt. Und wir laufen jetzt die ganze Zeit nach Richtung da lang. Und wir suchen, wir sind gerade auf der Suche nach einem Fluss, damit wir da Wasser rausnehmen können zum Trinken. Damit wir Wasser saufen können. Das ist ganz wichtig. Das wird immer trockener im Maul. Das ist richtig widerlich. Guck mal. Guck mal hier. Wir haben hier einen Fluss gefunden. Und Helmut hat hier, wie heißt das Ding? Ein Wasserfitter dabei. Schmeckt gut dieses Flusswasser durch diesen Filter. Guck mal hier in der anderen Straßenseite, da ganz hinten. Da ist Netto. Das ist ein Biergeschäft. Ich werde da erstmal Bier kaufen gehen. Wasserfitter auf der Wasche haben. Oberflächlich, aber das reicht. Geprost. Geprost. Guten Morgen. Ich bin erwacht. Ich bin in Schenders Küche erwacht. Und neuer Tag beginnt. So, wir laufen jetzt hier runter. Nach da ganz unten hin. Das ist Stahl oder wie das heißt. Weil genau nur aus diesem Grund laufen wir hier runter. Und aus keinem anderen. Wir laufen jetzt an so einem künstlichen Fluss hier vorbei. Hier ist eine Mattstelle. Aber genau, wir laufen. Wir laufen hier an diesen künstlichen Fluss hier dran lang. Jetzt wird Scheiße gewaschen. So, diese Outdoor Dusche. Die wurde nur angebracht. Nur aus diesem Grund. Damit Helmut diese Scheiße vom Schuh abwaschen kann. So ist es. Weil der ist heute zweimal auf Scheiße getreten. Minimum. Deswegen wusste das. Minimum. Reicht nicht. Es reicht nicht. Minimum fünfmal. Genau. Nur aus diesem Grund haben wir das hier aufgestellt. Aufgebaut. Diese ganzen Mücken hier vorne. Oder was das hier sein sollen. Oder diese komischen Fliegen. Oder weiß ich auch nicht was das hier sind. Die zerstechen mich die ganze Zeit. Hier sind überall Punkte. Die nerven voll. Die sind richtig widerlich. Hier, guck mal. Dieser Bohrer, der steckt fest. Verlänger auch nicht. Das ist Scheiße. Das ist widerlich. Das ist richtig ekelhaft. Das muss rausgedrückt werden. Ich bin gerade im Burger King. Das sieht speziell aus. Guck mal. Guck mal hier. Diese Papiere. Diese Blattpapiere. Die hier oben auf den Bäumen herum wachsen. Blattpapiere. Genau. Die kann man fräsen. Die möchte ich fräsen. Lügen. Lügen. Alter vergifst du dich nicht du. Verdammter. Vergifst du dich nicht. Nein. Nein. Die sind giftig. Die sind geil. Gamel. Gamel. Hast du Bock mit mir eine 100 Kilometer Sauftour zu machen? Tut mir leid, aber ich werde niemals im Leben 100 Kilometer laufen. Und es wird so lange gesoffen, bis wir die 100 Kilometer durch geschafft haben. Ich schaffe nicht mal die einen Meter, weil ich nicht sauche. Deswegen tut es mir leid, aber ich muss leider hier damit absagen. Aber wir können noch mal eine 2 Meter Cola Tour machen. Oder 2 Meter laufen und Cola trinken. Das könnte ich noch schaffen. Wir sollten unbedingt mal so eine richtige 100 Kilometer Sauftour machen. Und wir saufen so lange, bis wir dann irgendwann, bis wir die 100 Kilometer erreicht haben. Über mehrere Tage hinweg. Wieso soll denn eine Zugfahrt denn mehrere Tage dauern? Fußläufig. Sergeant, wir müssen unbedingt mal so eine richtige 100 Kilometer Sauftour machen. Ja, 100 Kilometer Sauftour? Ja. Und wir müssen so viel saufen, bis wir die 100 Kilometer erreicht haben. Ich selber kann leider nicht saufen, aber... Und das über mehrere Tage hinweg. Wir würden ja erstmal... Mir würde es ja schon reichen, wenn eine Wanderung mal länger als 10 Kilometer gehen würde. Es muss 100 Kilometer sein. Das ist das Zielpunkt. Das ist ganz wichtig. Interviewe bitte diesen Typen. Also prinzipiell, wenn ich genügend Vorlauf habe, bereite ich mir sowas vor. Ja, aber... 100 Kilometer von Hemmig. Bleib. Ja. Ähm... Es braucht auf einer 100 Kilometer Sauftour. Nee, danke. Also 100 Kilometer fahren können wir gar nicht machen. Nein! Sex! Wir müssen ganz viel... Eine ganz große Sauftour machen. Das Problem ist, wenn ich saufen, laufen will ich vielleicht schon saufen. Ja. Da kann man auf und stelle bleiben. Aber es muss bei mir... Ein... Ähm... 100 Kilometer Sauftour... Schlucken 2.0 mit Schachtwänden. Das ist ganz wichtig. Das ist absolut nicht sauber. Wo schlaft ihr eigentlich heute? Draußen. Das macht mich geil. Für das den Herrn, Mann! Du, 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 du. Schönst du, das ist gebrannt. Ja. Wir schlafen wieder draußen. Ja, Mann, muss immer lieber Schlucken auf mit den Plocken. Fick dich, du Mieser! Fick dich, du Mieser! Fick dich, du Mieser! Nimm den Schluck für den Plocken! Nimm den Schluck für den Plocken ab! Guck mal, guck mal hier. Dieser Hundescheißgeruch von den Schuhen. Ähm, das ist immer noch dran. Das kommt hier die ganze Zeit in die Höhe ran. So was wir das anrichten, das ist richtig geil. Das ist Premium! Äh, hier, guck mal. Ähm, wir haben hier gepennt. Oder nicht ganz. Ähm, ich habe vorhin, da drüben, hinterm Busch, dort auf dieser Bank gepennt. Ich bin eingeschlafen von gestern Abend. Und, ähm, die Sonne hat mir vollkommen ins Gesicht gestrahlt. Da kam ganz viel die Dreischafferungen und sowas. Das war richtig geil. Das war richtig lustig. Das müsst ihr mal alle nachmachen. Wir sind, äh, losgelaufen. Und, äh, losgelaufen. Ist das ein frischer Fisch? Frisch! Leckri, leckri! Premium Fisch! Ich würde auch gern mal angeln. Aber ich bin Idiot. Ich habe, glaube ich, das Geschick nicht dafür. Aber ich liebe Fisch! Aber ich liebe Fisch! Wir haben gerade Burger King gefresst. Und jetzt gehen wir auf Bier-Expeditionen. Und ich habe Burger King voll geschissen. Mit ganz viel Bier-Schiss-Geruch und Geschmack. So, wir schlafen jetzt unter der Brücke. Also da, wo diese ganzen, ähm, vielen Züge und, und so welche Fahrzeuge hier rumfahren. Und dann drüberfahren. Guten Morgen! Wir sind wach. Wir haben, äh, hier unter dieser Brücke hier geschlafen. Ich hatte die Brücke richtig zugeschnarcht. Nö, ich ging. So, ich stehe. Meile Akustik. Ja, ein bisschen. Und vor allem, das Schalt hier rum. Das ist gut. Da hat man das Schnarchendoppel zu laut gehört. Heikt! 18,75. 18,75. 5,4. 6,4. Wohne an die Bier-Tage, oder? Der ranzige Zug kommt an. Die Anlegestelle zum Wahnsinn ist das. Ich habe gerade Gasfirmen geschissen. Riecht ihr das? Premium Schiss. Premium Schiss. Hier vorne ist eine Behindertentoilette. Und, ähm, da haben wir jetzt gerade Wasser aufgefüllt. Diese zwei Flaschen. Die waren leer gewesen. Das hier, das ist die kleinste Straßenbahn von ganz Deutschland. Das sind aber viele hier, diese Steintürme, die hier rumwachsen. Hier auf diesen vermorschten Ast. So, ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade angekommen sind. Aber das ist, ähm, dieses hier. Ähm, mit ganz viel Felsen und sowas. Genau, und das ist unser Planplatz für heute. Hier. So, fressen ist fertig. Ach so, ähm, Helmut hat, ähm, Besteck geschnitzt. Weil wir haben schon wieder den, wie heißt das nochmal, äh, Besteck im Schließfach vergessen. Ach so, äh, guten Morgen. Das habe ich vergessen zu sagen. Guck mal, da vorne auf diesen Felsgebirge, da haben wir heute gepennt. Da entfernen wir uns jetzt gerade. Da vorne sind, ähm, Felsen. Und da klettern wir gleich hoch. Mit dieser Tasche. Und, äh, äh, so. Und, äh, so. Hier gelaufen wir jetzt hoch. Guck mal, wir sind von da unten hier hochgekrabbelt. Hier über diese, diese komischen Treppen hier. So, wir sind von da unten, ähm, hier hochgelaufen. Hier, wo diese Sprosten sind, diese Metalldinger, da sind wir hochgelaufen. Hier sind wir hochgelaufen. Das war's. es sind gerade ganz viele spinnen weben gegen meine fresse gefallen die haben meine augen ganz kurz ausgemacht ja scheiße ich habe eine dose verloren es ist richtig widerlich es ist richtig bakterienhaft guck mal hier vorne geht das ganz tief runter oder wie das heißt es ist schlucht oder oder so nennt sich das ungefähr weil der gipfel da drüben ist muss ich hier rüber springen hier werden wir jetzt gerade gleich bier trinken genau hat dieser stelle und nicht anders geprost auf unser gipfel bier ganz hinten da unten da sind irgendwie ganz viele bäume umgekippt das haben diese komischen käfer gefressen das männliche tier fliegt rein und legt eine rammelkammer an und dann lockt es praktisch mit seinen duftstoffen das weibchen an und da drin wird dann gerammelt in der rammelkammer der pischten borkenkäfer junge 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 da muss ich jetzt runterglättern ja 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 so wir haben uns hier hingelegt auf diesen wegesrand um etwas pause zu machen guten morgen ich habe hier gepennt und weil guck mal wir haben eigentlich genau hier gepennt auf dem gehweg aber weil das gestern ganz plötzlichen ström geregnet hat müssen wir die ganzen sachen hierhin tragen damit wir hier unter diesem felsen und jetzt wird frässen gemacht ohne wasser ohne wasser wir haben kein wasser mehr das ist richtig widerlich dauert nicht mehr lange und dann ist frässen bald fertig und guck mal guck mal es regnet so ein bisschen schon wieder als fängt schon wieder an und wir lassen hier diese leeren wasserflaschen hier auf damit dann noch mehr wasser reinkommt so frässen ist fertig und wir haben immer noch kein besteck das heißt wir essen hier mit holzstäbchen diese paar tropfen die vorhin von da oben runtergefallen sind das war zu wenig tropfen gewesen es war nur ein kleiner klecks das war es das heißt wir müssen wir müssen unbedingt wasser finden hier ist fels hier vorne sind noch mehr felsen die herumstehen diese diese fettigen steine diese richtigen vollfett steine hier vorne sind noch mehr diese vollfett stein die ganz fettigen da kann man auch hochklettern an diesen spalt aber wir klettern jetzt nicht hoch weil dieser diese tasche ist zu fett dafür weil ich würde sonst mit diesen rucksack in dem spalt feststecken vielleicht nicht mehr runter kommen oder so jetzt steigen wir das ja wieder runter aber ohne natururin wir diese tour nicht möglich gewesen 1 a leistung oder wir sind gerade von da oben runter geklettert und das ist vielleicht die hälfte oder so von diesem abstieg von da oben sind wir gekommen heute jetzt klettern wir hier runter bis da ganz unten hin heute guck mal diese tasche ist mit den ganzen essen und und bieren und so weiter hier runter gefallen es wird doch alles aufgefegt werden wir sind gerade von darum runter geklettert und wir brauchen immer noch wasser deswegen laufen wir weiter bis wir da dieses wasser gefunden haben wir haben voll den pappmau oder wie das heißt wir brauchen flüssigkeiten guck mal da drüben da ist fluss jetzt können wir gleich erstmal wasser auffüllen und saufen sehr gutes trinkwasser so guck mal dieses ding hier das haben wir mit ganz viel wasser befüllt und das schleppen wir zu bachandau erstmal und wir fahren gleich mit der straßenbahn dahin also wir sind gerade mit dieser straßenbahn hierher gefahren und darauf werden wir jetzt erstmal ein bier ich gucke mir diese alten urinfarbigen straßenbahnen hier an die so klein sind und sowas und so laut und so die sind richtig geil alt jetzt wird fräßen gekocht ab dieser tischtennis platte so fräßen ist fertig guck mal helmut hat eine zecke am ellenbogen gehabt und ich hatte eine zecke genau hier gesicht gehabt da wo dieses wie heißt das nochmal wo dieser punkt ist keine ahnung ob man das mit meiner kamera auffangt auffangen kann aber genau hier habe ich eine zecke gehabt die hat mich gerade gewissen dann habe ich das mit dem finger hier so rausgezogen ich dachte das war ein pickel oder sowas das war nervig das ist richtig widerlich prüfen ob ich dann später irgendwann borreliose immer immer ein gehirn bekomme da bin ich ganz gespannt drauf so wir pennen hier im spielplatz guten morgen ich und helmut haben hier gepennt hier auf diesem spielplatz und heute ist männer tag das zeit später wird gesoffen seht ihr diesen punkt hier vorne dieser punkt das war eine zecke gewesen die hat mir ins gesicht gefressen und ich bin sehr gespannt drauf ich bin sehr gespannt drauf ob irgendwelche borreliosen tumore dann in meiner hirnhaut sich verteilen ich bin sehr gespannt darauf den trip wir sind ein stück nach hierhin gelaufen extra damit wir uns hier auf diesen boden ein bisschen schlaf nachholen können unter dieser brücke hier guck mal hier hat jemand gegen die wand geschissen so schlafplatz ist einsatzbereit jetzt wird ein bisschen rumgepennt ein bisschen schlaf nachgeholt hier wegesrand und hat hier so ein bisschen geschlafen und jetzt wird in der öffentlichkeit geduscht so ich habe gerade geduscht und selbstverständlich sind hier ein paar fahrradfahrer hier vorbeigefahren und da vorne sind züge passagierszüge hier durchgefahren das war eine selbstverständlichkeit wir haben uns gerade frisch gemacht und jetzt gelaufen wir zum bahnhof wir sind in dresden neustadt angekommen und wir gelaufen jetzt etwas zum schließfach so wir waren gerade beim schließfach gewesen und da die ganzen sachen umzuräumen und jetzt laufen wir jetzt laufen wieder zu lidl bier kaufen so bier ist gekauft wir sind zu der stelle angekommen wo wir angekommen sind natur sind wir alle wir werden ganz viel bier zusammentrinken ein hoch auf die eis stabilisierung das ist ehrenloser mutterficker scheiß ihr geilen fotzen hat er auf einen fantastischen männer tag ja jetzt wird erstmal tabak gekauft weil der bundesranzler ein richtiger tabak junkie ist wir gehen in den liedl um neues bier zu kaufen so ist es jawohl so wir haben hier ein neues bier gekauft bei lidl und jetzt gelaufen wir weiter zu dort hin zurück so wir waren gerade wieder zurück da oben und jetzt gehen wir schon wieder zurück und nochmal neues bier kaufen guckt euch mal diesen süff hier vorne an hier ist ein bier ausgelaufen der ist richtig das wurde irgendwie aufgestochen oder so und jetzt jetzt ist das ganze hier so versüfft dass das hier jetzt in der elbe ausgespült wird so die tasche wurde gerade gerade hier an der elbe hier gewaschen wird jetzt entlüftet verraste ist du wieder hier in der freien wildbahn das weißt du noch nicht ich würde es fallen vielleicht so wir sind jetzt hier an diesem platz angekommen wo wir hingelaufen sind der schänder sitzt neben uns und und hier hat schon wieder seine maske hier verfärbt und genau darauf werde ich jetzt erstmal ein bier trinken wir laufen jetzt weiter zu dort hin zu woanders hin meine ich jetzt genau zu dort hin laufen wir hin die sonne ist wieder raus gekommen weil oben ist blaues himmel oder wie das heißt das ist so richtig geil bei der d3 shepherd guck mal leute wir sind genau hier hier angekommen weil da drüben ist unser taxi wir werden da jetzt einsteigen guck mal fressender hähnchenfleisch gefunden hier guck mal wie die hier rumlaufen so ich bin jetzt unter dieser brücke wo wir genau hier in dieser stelle hier gepennt haben in der nacht und unter dieser brücke da haben wir auch schon mal gepennt guck mal die sonne ist draußen ich habe meinen schwarzen fummel ausgezogen und wenn man diese dinge hier fest dann stirbt man oder man hat lebenslang leberschaden und wenn man diese dinge hier fest dann stirbt man oder man bekommt lebenslang leberschaden oder wieso hier schon wieder komisch farben da hähnchenfleisch was hier rumläuft wir sind gerade falsche straßen waren gefahren und deswegen sind wir ganz schnell umgestiegen in die entgegengesetzte richtung wir sind gerade von der straßen von der urinfarbigen straßen waren sind wir raus gelaufen und wir sind jetzt gerade genau hier gelandet und guck mal guck mal wen wir hier gefunden haben hier vorne ist dieser schwarze käfer der hat bestimmt schon ganz viel scheiße in sein leben gefressen aber so richtig das schwöre ich euch drauf die hier die dürfen nicht immer mut rein fliegen oder so weil die haben viel ganz die haben bestimmt richtige scheiße finger und weil die so viel scheiße in ihrem leben gefressen haben so wir haben hier ein rastplatz mit kopf gefunden bier power jawohl oh junge geil weißt du nicht wieviel kilo sind das ungefähr minimum 15 kilo minimum ok minimum 15 kilo darauf kann man bier power machen so der tab ist aufgespannt und diesen versifften stock hier vorne der unser schlafplatz hier hält den hat hier so der tab ist aufgespannt und diesen versifften stock hier vorne der unser schlafplatz hier hält den hat hier ein und helmut von da unten heraus gezogen so sieht unser schlafplatz für heute nacht aus und da vorne ist aussicht und ich bin eine richtig widerliche bazille so dunkel ist geworden und ich werde erstmal käse fressen und eben gerade ist etwas passiert und zwar hier waren ganz viele naja was heißt ganz viele aber ich würde sagen so zwischen fünf und zehn zehn leute waren hier so ein gruppenleiter mit kindern und die haben hier schatzsuche gemacht direkt hier unter dieser ruine aber die haben uns vielleicht wahrscheinlich nicht bemerkt weil wir hier ganz leise hier oben dann waren und die licht ausgemacht und genau die haben hier so keine ahnung 20 minuten halbe stunde ungefähr ihr schatzsuche gemacht also sonst schatzsuche spiel genau das haben sie gemacht die sind jetzt seit ein paar minuten weg und darauf dass dem das gemacht haben werde ich jetzt gleich holz sammeln gehen damit wir hier drauf feuer machen und helmut kocht gehirn gulasch es brennt es brennt es brennt rum jetzt wird das essen beschnitten es wird so die soße ist fertig die nudeln sind auch fertig beziehungsweise spaghettis und jetzt wird fleisch gebraten jetzt fressen start kommt guck mal hier vorne ist eine raupe und ich habe keine ahnung ob das jetzt diese art von raupe ist die hier giftig ist weil nicht dass die hier weil ich liege mit meinem kopf hier und nicht dass die hier über meine nase und so was rüber läuft und den vergiften tut beziehungsweise mir nasen krebs verursacht und deswegen nehme ich diesen stock und ja die kann spritzen ich glaube das ist eine gift raupe hier hat flüssigkeit ausgeschieden ich will ihn einfach nur hier entfernt haben genau hier rüber so dass die zumindest über dieses gitter hier ist und guck mal guck mal hier hier vorne hier vorne hier vorne ist eine gift spinne die kann also gut die stört mich jetzt nicht zu gehen so doll aber die kann trotzdem auch hier runter laufen und hier in mein gesicht und in meiner nase reinlaufen und heute das beißen und der gift reinpacken das so dass ich da vielleicht auch durch diese spinne hier nasenkrebs bekommen könnte ich bin sehr gespannt darauf ob das heute nacht passieren wird aber ja guck mal dieser dieser fleck das also diese raupe die hat das wirklich abgespritzt ja diese 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 säure oder was das hier sein soll ne diese diese raupe die gefällt mir die hat mir überhaupt nicht gefallen aber diese spinne hier die für dich cool die für dich richtig friedlich die also spinnen die sind auf jeden fall viel netter man kann die sogar anfassen aber man darf die halt nicht zu doll bedrängen weil sonst laufen die die nase rein und beißen und hier guck mal hier ist auch noch ein käfer ich habe keine ahnung boah scheiße der ist hier runter gefallen ich habe keine ahnung ob der hier beißen könnte vielleicht kann der hier von meiner nase rein laufen und das zubeißen vielleicht hat der giftstoffe damit ich endlich nasenkrebs bekommen guten morgen ähm wir sind wach und es hat ein bisschen geregnet und äh guck mal wir müssen gleich ähm hier wie heißt das nochmal äh Sachen packen ähm und dann zur richtung bahnhof hin laufen weil es dauert nicht mehr lange bis dazu bis man zukommt so der tab ist schon abgebaut hier habe ich gepennt und äh hier hat Helmut gepennt und genau das hier das ist dieser wie heißt das nochmal ähm ähm dieses diese ruine aber bevor wir wirklich losgehen äh wird erstmal steak gebraten damit wir das äh zum frühstück ähm fräsen können ich habe das fleisch gewendet frühstück ist fertig so wir sind hier an dieser Haltestelle angekommen wo diese ganzen urinfarbigen Straßenbahnen hier rum fahren da werden wir gleich einsteigen da kommt jetzt zwei minuten unsere Straßenbahn unsere urinfarbige Straßenbahn kommt angerollt mein Zug kommt hier angerollt ich werde da jetzt einsteigen ja abgerollt ja wir sind hier an dieser Ortschaft hier angekommen ähm keine Ahnung ob ihr es seht oder genau ich mach mal hier weil hier ist Licht genau hier diese Ortschaft bin ich angekommen ähm mit MarsconTV mein Guder ist auch immer dabei und bevor wir jetzt gleich los gehen habe ich Probleme hier diese Tasche hier ähm mit wie heißt das Ding mit diesen hier den hier zu umwickeln zu umwickeln aber so richtig vernünftig weil der rutscht die ganze Zeit nach oben und so weiter und deswegen werde ich jetzt hier diese Kabelbinder äh hier dran montieren damit ich diesen Gurt zwischen den Kabelbinder drüber ziehen kann damit das fest hält genau das mache ich jetzt und deswegen schneide ich das jetzt hier auf so und genau das hier mache ich jetzt auf der anderen Seite auch ich hätte das jetzt gemacht äh jetzt hält das besser jetzt rutscht das die ganze nicht hier nach oben hoch wir sind gerade losgelaufen aber es ist auch richtig wir laufen jetzt aus Schessel raus und wir laufen jetzt nach Tostedt aber nicht den Weg mit 20 Kilometer sondern einen weiteren Weg ach ja guck mal hier urinfarbige Blumen gefunden Birkenbaum ist geil das ist eine richtig geile Pflanze äh Baum die kann man richtig geil fressen wir laufen hier durch diese Heidefläche das wäre eine richtige Mistgabe wir haben hier eine einsame Bank gefunden und diese hier die wird jetzt so richtig benutzt zum Bier trinken die wird richtig missbraucht dafür und genau deswegen dafür ist diese Bank hier vorhanden deswegen wurde die erbaut das finden wir richtig geil wir laufen jetzt ähm hier durch diesen Heideplatz durch guck mal wir sind gerade hier durch diese Heide hier durchgelaufen und wir gelaufen jetzt nach der Richtung da lang weiter so ich habe hier gerade mal ein Bier-Power-Tanktop hier dran gehangen und wisst ihr auch warum? weil der D3 scheppert und das finde ich richtig geil ich liebe es wenn der D3 scheppert ich sperre eine Sperm hier wir laufen gerade hier an diese Landstraße vorbei das heißt wir fahren hin und wieder mal so eine nervigen Fahrzeuge rum die uns vergasen ich habe ein Blatt gefressen ein Ahornblatt diese Kamera ist runtergefallen hey hallo das ist widerlich aber dieser Ahornblatt der schmeckt gut die sind richtig geil die kann ich nur empfehlen die sind richtig geil hallo YouTube ich habe nichts zu sagen wir sitzen hier rum und Marvin der ist vom gestrigen Tag etwas erschöpft und deswegen werden wir gleich von Urbixipi abgeholt wir fahren jetzt zum Urbixipi wir fahren jetzt zum Urbixipi wir fahren jetzt zum Urbixipi so wir sind eingekommen und das hier das ist unsere Badewanne für heute Abend und das Wasser das sieht genau so aus genau so sieht das Wasser aus und nicht anders ich bin sehr gespannt drauf was heute noch passiert ich habe es schon wieder gemacht extra um euch zu nerven weil das ist männlich Grillen ist geil Grillen ist richtig geil so jetzt Abend fressen Start kommt wir sind gerade die ganze Zeit am Bovle trinken Bovle trinken Bovle trinken das war cool wie viel grad haben wir jetzt? wie viel grad haben wir jetzt? 39 grad steht hier drauf weiß ja ob man das sieht aber genau 39 grad steht hier drauf so langsam kommt hell und wir sind immer noch hier drin weil es hier schön warm drin ist und wir trinken jetzt das letzte bier bis wir dann irgendwann 38,7 grad ist richtig geil so und jetzt gehen wir schlafen guten morgen wir sind auferstanden und hier im garten und wir trinken jetzt koffein frisch hergestellter koffein das ist richtig geil haben wir dir schon mal einen kleinen besen besorgt damit musst du jetzt den kronkorken aufhängen weil du hast ja gesagt du wolltest das unbedingt machen jetzt richte ich das für dich ein dass du hier zu deinem 30. noch mal eine runde kronkorken ja das sieht doch gut aus ja problem ist nur wir haben einfach keine jungfrauen hier die pissen also musst du jetzt mit deinem ende des tages fegen ja dann musst du jemanden von links nach rechts fegen und dann wieder zurück und ja wie heißt das happy birthday oder wie singt man dann? weiß ich nicht ja das macht sich schon gar nicht so gut ja aber einen schönen besen hat er auf jeden tag der besen ist super ne? ja der besen ist gut ich hätte noch eine nummer größer für ihn ja aber es funktioniert das aber das funktioniert super ja und wie fühlt sich das so an? gut ja? 30 werden? ja gut oh scheiße na sowas na sowas na sowas guckst du wie gut er das macht ja das ist ja super ja sehr gut machst du das als ich bin stolz dafür fertig ja so ich bin ja ein kondensmilchgesicht ich bin ja ein radieschenkopf ich bin ganz gespannt drauf wann endlich mal Borreliose aus meinen Augen rausspritzt ich hab noch nie Akne gehabt weil ich noch nicht weiß wie man da dran kommt ich bin ja ein Gesichtsgesicht ich bin ja ein Erdbeerkopf mein Gehirn schwappt rum meins noch ein bisschen aber meiner schwappt richtig rum ein richtiges Problem hm dein Bart Leute ich möchte euch etwas ganz wichtiges mitteilen und zwar aus meinem Kinn wachsen immer noch Schamhaare raus genau das wollte ich euch mitgeteilt haben das hier das ist Lasagne und ähm bei mir ist immer noch Lasagne drin und das wird jetzt ähm verspeist ich würde hier eine Scheiße abfinden das habe ich direkt da von hinten rum so soll ich sagen also echt? ja Leute ich möchte euch schon wieder etwas ganz wichtiges mitteilen und zwar durch meine Zahnlücke da passt eine Lasagne durch das könnt ihr euch alle mal ganz gut vorstellen weil das ist richtig geil das könnt ihr mir alle nachmachen so wir sind hier an diesen verranzten Bahnhof angekommen und ähm guck mal wir müssen hier gleich rüber aber wir müssen gleich diese nervige widerliche Treppe hier runter laufen weil da ist kein Fahrstuhl drin in diesem Glaskasten aber hier ist ein Fahrstuhl das heißt wir fahren erstmal hoch oh shit oh shit kitt ist da widerlich hör mal auf mit diesem ganz lauten Geräusch hier das ist nervig das belästigt und jetzt warten wir bis unser Zug gleich kommt der sollte jeden Moment kommen oh scheiße wir sind umsonst herunter gelaufen weil unser Zug der kommt nicht und der nächste Zug der kommt im nächsten Gleis das heißt wir müssen das ganze wieder hoch schleppen und dann nach drüben wieder runter und ähm dann haben wir 20 Minuten Wartezeit bis der kommt wir sind gerade von diesem Bahnsteig äh wieder die Treppe hoch gelaufen und sind jetzt auf diesem Bahnsteig und jetzt warten wir bis unser Zug kommt wir haben gerade eingekauft und ich habe ihn hier getroffen und wir werden jetzt gleich zum Fluss hinlaufen um dort zu grillen und uns zu pennen und so weiter das wird wieder richtig geil und darauf wird erstmal ein Orangensaft getrunken ich habe gerade mein Fummel ausgezogen und jetzt laufen wir nach Richtung da lang über den Weserwehr drüber zur Richtung zu dieser Richtung wo wir heute später pennen werden und grillen und am nächsten Tag den Kopf ins Wasser da rein tun Guck mal dieser Schiff und dieser Schiff da ganz hinten die werden beide in dieser Schiffskatapultiereinlage eingeführt und wenn die dann vollständig hier eingeführt worden sind dann werden die so hochkatapultiert und dann wenn das passiert ist dann werden die nach da ganz hinten hingeworfen zu der Seite da hinten das wird jetzt gleich hier passieren aber wir müssen grillen und haben keine Zeit dafür und deswegen zeige ich euch das Licht weiter aber das passiert dann hier gleich so wir gelaufen jetzt nach Richtung da lang ich bin richtig räudig guck mal guck mal da langsam dunkle kommt jetzt kommen auch noch Fahrradfahrer hier an das stört uns das ist richtig widerlich IGITZ das ist Insektenhaft das ist Durchfall hier sind schon wieder ganz viele nervige Mücken und sowas die nerven uns aber genau hier müssen wir durch wir werden eine richtig verranzte Kakerlake wir sind richtige Kakerlake wir müssen hier durch wir sind richtige Würmer da ganz hinten da ist so ein richtig geiler See hier sind richtig viele scheiß Mücken die zerstechen uns das ist richtig widerlich ach pfff das muss weg die gehören hier nicht her sie müssen weg ist da Platz unter mir? 5 cm Platz ist richtig geil perfekt so mein Tarp ist hier aufgespannt das heißt mein Schlafplatz ist aufgebaut ach scheiße das ist richtig geil dass es immer wieder hier runter knickt und sowas das ist immer wieder spannend das ist richtig geil das anzugucken das schwöre ich euch das ist und ähm vor allem das riecht so gut und sowas so das Fleisch ist fertig oh scheiße das schmeckt zwar etwas anders wie auf dem Grill aber trotzdem ist das Fleisch richtig geil genauso wie das Baguette guck mal wir haben hier so lange gegessen dass hier die Sonne hoch kommt und äh und ähm guck mal hier unten auf dem Boden da sind ein paar Ratten hier rumgelaufen und äh das heißt äh optimale Bedingung dass wir uns jetzt hier schlafen legen wir sind auferstanden und das war richtig geil gewesen hier zu pennen das könnt ihr äh das könnt ihr äh von uns glauben guckt euch mal diesen ähm Herrn Goldsmann hier vorne an das schwimmt hier rum in diesen ähm widerlichen dreckigen äh Fluss oder wie das heißt und ähm ich werde gleich hier auch rumschwimmen äh äh ich bin eine richtige äh hier Kellerassel ich bin eine Fliege die rumscheißt äh an Gardinen und sowas guck mal weil der Herr Goldsmann hier rumpisst ähm pennen wir hier noch eine Nacht genau hier an dieser Stelle und ähm da drüben da sind ähm ähm äh Zuschauer die hier auch da sind und genau genau das ist der einzige Grund warum wir hier auf noch eine Nacht hier rumpennen äh 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 guck mal langsam Gewitter kommt dieser Tarp der klatscht mir langsam ins Gesicht rein und äh dieser Gewitter der ist da ganz hinten oder so und äh der kommt gleich das heißt äh gleich geht's richtig los der Gewitter der wird uns gleich richtig belästigen äh 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 ist das wierlich wie geht's äh äh jetzt klatscht das die ganze Zeit hier mein Kopf ist boah das muss weg dieser scheiß Gewitter muss weg guck mal es regnet hier rum dieser Regner nervt der muss weg das ist ein richtiger Flüssigkeit das hier auf uns äh äh ähm geht der Regner muss weg der Regner nervt uns guck mal wie das hier hier rumspritzt und sowas da hinten so ach und dann blitzt das auch noch und sowas äh das ist das ist richtig widerlich das ist richtig widerlich dieser Regen der muss weg bah und dieser Gewitter und der muss auch weg die müssen weglaufen die müssen hier verschwinden die die gehören nicht hierher wir sind wach es hat die ganze Nacht geregnet aber so richtig äh in Strömen und sowas und äh bis eben gerade hat es die ganze Nacht richtig durchgeregnet das hat richtig genervt aber jetzt ist der Regen endlich weg jetzt werden wir davon in Ruhe gelassen endlich das hat richtig genervt gehabt wie das hier die ganze Nacht getropft hat auf dem Tab drauf das war richtig belästigend jetzt wird Frühstück gebraten das hier das wird unser Frühstück sein jetzt wird Koffein hergestellt guck mal guck mal da hinten da schwimmt was rum ähm ich zoome einmal ran guck mal was da hier rum schwimmt das hier das ist ähm der Kopf von Herrn Goldmann der schwimmt da jetzt gerade rum guck doch mal diesen hässlichen Sonnenuntergang da vorne an der blendet uns gegen unseren Kopf und gegen unsere Augen und sowas die Pupillen oder wie das heißt das nervt uns das ist mir eine richtige Verranzung wenn ich ganz doll schielen tue dann kann ich mein Gehirn sehen hehehe guck mal wie widerlich das hier ist jetzt muss ich ähm diesen nervigen schweren Wagen diesen ganzen Deich hier hochlaufen der nervt uns der ist anstrengend und sowas der ist richtig widerlich dieser Hügel der gehört hier nicht her der muss weg der Hügel muss weg der Hügel muss weg guck mal guck mal hier guck mal guckt euch das mal an was hier rumliegt der ist richtig geil der hier den kann ich nur empfehlen die Dinger sind richtig verdammt geil die sind richtig geil die sind richtig geil die sind richtig klingel aber genau diese Dinger die sind richtig geil das kann ich nur empfehlen das kann ich euch nur beraten dass die hier geil sind die kann man sogar so umdrehen KUKUMBA du hast ihn geköpft guck mal wir laufen jetzt über diese Schiffskatapultieranlage hier drüber guck mal guck mal Leute guck mal hier her das hier das ist blaues Licht und wisst ihr was das macht? so ich bin gerade in der Weserwehr angekommen und ich habe mich mit Ihnen hier getroffen mit Hike und Biketime Hi! und wir laufen jetzt zu dieser Stelle hin wo ich schon mal gepennt habe aber in Umwegeform Leute ich möchte euch etwas ganz wichtiges erzählen Gänseblümchen und zwar Gänseblümchen sind geil das könnt ihr alle mal probiert das hier das hier das sind diese Biester die hier meine ganzen ähm ähm wie heißt das Ding nochmal Hachi Geräusche genau verursachen die sind schuld und sonst niemand wir sind gerade hier auf dieser verschmierten Brücke drauf äh wo ich schon mal hier runter gesprungen bin Guck mal hier vorne sind urinfarbige Stühle und ähm wir haben hier einen äh zuschauer getroffen und später äh Grillen mit Grillfleisch und Gewürzketchup und ähm Baguette Jawoll Kräuterbaguette und Kartoffelsalat Uhu guck mal ich möchte euch alle Bescheid sagen dass ich so ein richtiger Insekt bin und durch meine Zahnlücke passt ein Nippel durch Er ist nicht abgehoben er ist wirklich stabil also ich meine das ist wirklich real talk ich habe ihn heute das erste Mal richtig live gesehen ich bin richtig instabil Guck mal Leute währenddessen die anderen ähm natürliche Ausscheidung machen ähm möchte ich euch diese Erdbeerbrücke zeigen da werden wir jetzt äh drunter durchlaufen gehen Guck mal wir sind hier unter dieser Brücke unterdurchgelaufen ich habe da vorne auf diesem See genau das hier gemacht das ist Lebensqualität das müsst ihr auf jeden Fall machen so so ich habe gerade hier Fleisch drauf gemacht und jetzt prüfen wie stark das Verbrennen tut guckt euch mal an wie dieser Fleisch hier gebraten wird das ist richtig geil guck mal hier da ist schon Schwarz dran das ist richtig geil Schwarz so fressen ist fertig komplett im Mund macht er echt wir haben gerade gefräsen er pennt hier rum er ist im halbschlaf genau mein Gehirn schwappt rum und es regnet gerade wir haben hier gepennt unter diesen Taf es gewittert hört ihr das? es regnet den Strömen guck mal Leute kennt ihr dieses Loch hier vorne? durch dieses Loch sind Flüssigkeiten rausgespritzt und hat ihn hier voll voll getropft das hat ihn nass gemacht der ist zwar richtig penetrant das war richtig nervig dieser Loch guckt euch mal diese Affenpocken hier vorne an das heißt die Koffeinherstellung die ist abgeschlossen jetzt wird Koffein getrunken ich bin ein richtiger Einzeller ich bin ein richtiger Einzeller guck mal Leute hier vorne ist eine Stange auf dieser Stange habe ich schon mal ein Bier Power Fell gemacht das sieht so aus ich grüße da bin ich runter gefallen weil diese Stange hier es ist keine Bier Power Stange die ist zu schief dafür und deswegen bin ich da runter gefallen und aus keinem anderen Grund ich habe gerade genießt so ich habe die ganzen leeren Bier Flaschen und diese Dosen für Pfandflaschensammler hierhin gestellt und hier habe ich den Rest reingemacht und diese Pfanddose die rollt hier weg die ist richtig widerlich das ist ein richtiger Insekt der ist richtig widerlich komm her komm zurück zu mir ich bin gerade in Hannover angekommen ich laufe gerade durch diesen schmandigen Urin riechenden Tunnel durch so ich bin an der richtige Verschmandung und ich bin gerade hier vor diesem Opernplatz angekommen und guck mal wir haben ihn hier getroffen alles fresh lange nicht gesehen und ihn hier und ihn kennt man von TikTok und wir werden heute hier rumlaufen so mein Bruder ist angekommen Moin ich fahre heute nach Rügen heute Nacht ist voll die geile Insel viel schöner als Sylt und günstiger und da drehe ich heute ein Video könnt ihr euch ja anschauen wir sind gerade auf der Suche nach einer kostenlose Toilette die wir mit ganz viel Urin voll machen können und prüfen ob hier drin eine kostenlose Toilette vorhanden ist guck mal da vorne da steht WC drauf so man hat hier gerade kostenlos Urin gemacht guckt euch mal dieses Hähnchen hier an das hier rum hüpft der ist richtig grau und ich muss ganz dringend schon wieder Urin machen hier von vor eine Ausscheidung machen aber so richtig mit ganz viel Spritzen also mit Druck und richtiger Geschepper das muss richtig raus fließen so wir sind jetzt gerade hier an dieser Stelle wo wir vorhin hier Urin gemacht haben und jetzt werde ich genau dasselbe nochmal machen Bier Power so wir laufen jetzt durch hier diesen engen Brennnesselweg hier durch das ist ein richtig widerlicher Brennnesselweg aber prüfen ob wenn wir da ganz hinten eingekommen sind ob das ein voll cool Schlafplatz wird oder nicht aber hier sind auf jeden Fall diese dreckigen widerlichen Scheißmücken das ist richtig widerlich richtig geil oder ich mag widerlich aber hier sind ganz viele Scheißmücken die uns hier gegen meinen Bein und sowas stechen und gegen meinen Kopf und sowas und mir die letzten und hier diese letzten Gehirnzellen aus meinem Kopf hier raus saugen aber egal und genau dies deswegen aus genau diesem Grund werden wir heute hier pennen und ich werde jetzt erstmal meinen Tarp rausholen damit wir so einigermaßen geschützt drauf liegen auf diesen Boden damit die Maulwürfer nicht vom Boden heraus gesprungen kommen und uns gegen das Nacken gebeißen Gute Nacht bis morgen Guten Morgen wir haben hier gepennt und wir waren hier von ganz vielen Mücken gequält und ich habe was gefunden Frühstück gefangen mein Koffein wurde hergestellt ach du scheiße ich habe Koffein verloren ich muss das erstmal austrinken vielleicht ist da ganz oben ein Fluss oder so etwas und das ist der Grund warum hier so viele Mücken und so weiter rumfliegen dass wir hier die ganze Nacht hier so richtig zerstochen werden das sieht richtig geil aus das sieht aus wie so ein richtig überfettigter Nippel da wächst ein richtiger Nippel raus da wachsen bei dir noch viel mehr Nippel raus aus deinem Körper ist das super perfekt das ist der super Stelle so ein super Pennplatz gewesen das ist richtig widerlich diesen Wagen hier durchzuschieben der kippt immer wieder um das ist ein ganz widerlicher Weg und hier vorne hier fangen die ganzen Drennüssel hier an die hier durch mein Bein gleiten und sowas hier sind überall diese Kackmücken die sind richtig widerlich wir haben uns die ganze Nacht hier zerstochen aber wir müssen da durch guck mal wir haben hier einen verranzten Mülleimer gefunden jetzt kann endlich dieser nervige Müllsack entleert werden genauso wie wenn ich wieder zurück bin meine Sperma ja du siehst gerade so aus als ob du frisch anal abfeine Eisdiele Toiletten gemacht hast ja richtig geil ich werde dir auf jeden Fall gleich nachmachen aber ich werde das mit ich werde versuchen so viel Bierschiss Geruch wie möglich herauszudrücken extra damit ich damit die nachfolgenden Menschen die da reingehen ich die so richtig mit ganz viel Geruch belästigen kann ich möchte Würtgeräusche hören wenn ich rausgehe und die anderen reingehen das will ich versuchen zu fabrizieren also geh ich jetzt da hin ich werde jetzt die Eisdiele Toilette so richtig missbrauchen HESCHIAAA HESCHIAAA ich habe mich gerade frei gemacht weil der D3 der scheppert das ist richtig geil und weil da ganz hinten Wasser ist und da werde ich jetzt rein ähm meinen Kopf und meinen Körper rein tunken das kann ich nur empfehlen und das Schwimmen ist auf jeden Fall geil wir haben gerade keine Ahnung 24 Grad oder so Pfeilmen hier wachsen die rum die wachsen da richtig rum nicht so falsch rum wie mein Kopf ich bin ein Hohlkopf ich bin ein richtiger Hohlkopf ich bin keine Mikrobe sondern ich bin ein richtiger Einzeller Geh Prost! Bierbauer so eine Badewanne die sind jedes Mal zu empfehlen die sind richtig herrlich das ist richtig geil das ist ein geiles geile Badewanne Bierbauer der Koffer ist ausgedrungen ausgeschieden genauso wie ich vorhin in der Toilette Neko ist gerade live weil ich habe den Livestream gestört ich habe den Livestream gestört neko ist gerade live wir laufen jetzt gerade durch diese ganzen Brennnesselbüsche schon wieder durch Und hier sind überall Mücken und sowas. Die zerstechen uns. Die nerven uns. Die sind richtig beschissen. Die müssen weg. Da pennen wir heute. Schon wieder. So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Und genauso wie die letzte Nacht werden wir jetzt gerade auch von den ganzen Mücken zerstochen. Und das nervt richtig rum. Guten Morgen, wir sind wach. Wir waren heute schon wieder von den ganzen Mücken hier aufgestochen. Das war richtig widerlich gewesen. Und guck mal. Guck mal hier. Botox war free. Das wurde richtig aufgeblasen und aufgestochen. Aber auch hier. Das ist so richtig fett. Deswegen haben wir uns genau diesen, genau aus diesem Grund haben wir uns diesen Schlafplatz hier ausgewählt. Und aus keinem anderen. Richtig geil. Waschen in der Natur. Weißt du was es gibt. Und ich hab noch einmal die dicke Lippe. Ich hab dicke Lippe riskiert. Das ist richtig geil. Frühstück, Freunde. Guckt euch mal diesen Scheißweg hier an. Der ist richtig eng und sowas. Und hier vorne beginnt schon wieder diese ganzen nervigen Brennnessel und so weiter. Die hier an meinen Beinen hier rumkratzen. So, wir sitzen jetzt gerade vor der Eisdiele, wo ich die Toilette so richtig benutzt habe. Und mit ganz viel Bierschissgeruch verseucht habe auch noch. Und da geht jetzt Nico rein. Du hast eben gerade die Toilette vollgeschissen. Und er hat gerade die Toilette so richtig vollgeschissen. So, dass da sogar Mistkäfer aus dem Arschloch rausfliegen. Und er hat uns Eis ausgegeben schon wieder. Guck mal. Hier. Durchfallfarbene Hähnchenfleisch gefunden. Mein Lippe ist noch immer dick. Das ist richtig geil. Der Zug ist voll. So, ich bin gerade aus dem Zug gekullert und wir sind hier in Dortmund angekommen. Wir werden gleich jemanden treffen. Ich muss pissen. So, wir sind hier eingekommen. Und genau, wir haben ihn hier getroffen. Bei ihm werden wir heute Abend auf jeden Fall pennen. Und wir werden auf jeden Fall zusammen Bierfahrer machen gehen später. Und guck mal. Guck mal hier vorne. Hier vorne ist Dave Goldmann. Er ist frisch von Griechenland zurückgekommen. Ich grüße Regina Helmich und Otto Walkes. Der Wohnwagenmensch. Wir werden jetzt Dortmund nerven. Aber so richtig. Das habe ich selber gesungen. Das habe ich selber gesungen. Ja? Ja. Und hier zur Wechselladung. Hör mal. Das ist musikalisch ganz weit vorne. Alter, das ist geil, Mann. Wir sind bei Ihnen hier eingekommen. Hier ist noch viel zu viel zu viel. Das superhero ist noch blessed. Das ist übrigens scalpel. Danke. Hör mal. Danke. Der Brotner sein schachtschicht. Wird das auch nicht so gut reagiert. ich ja 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 So, währenddessen wir jetzt gerade Naturrimen anschauen, auf dem Fernseher von Rob. Jetzt sind wir gerade dabei, das hier zu fressen. Das ist Sandwich, wie es heißt. Fressen. Also, das hier, das ist Fressen. Sandwich. Ich habe hier gepennt mit den Herrn Goldmann und Nico hat hier neben der Stripperstange gepennt. Ich würde es richtig gefressen. Es kocht noch gar nicht, aber ich würde trotzdem schon machen. Fressen ist fertig. Fressen ist fertig. So, wir fangen jetzt gerade an, nach draußen zu laufen. Zu diesem Phönixsee, oder wie das heißt. Und da, am See, am See, werden wir dann Bierpower machen. Ja. Chants, die bet emphasieren, ob Grund ist, oder wie das recht. Nr. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was das ist klar. Ich glaube, hier haben wir den besten Musik in der Welt. Boah, ist das widerlich. So, von diesem Geld hier wird jetzt Bier gekauft. Noch mehr Bier. So, wir haben gerade bei Rewe neues Bier gekauft. Und wir haben von einer 18-jährigen, die gerade ihr Geburtstag feiert, einen Alkopop ausgegeben bekommen. Ich bin eine Bacillus, ich bin eine Bakterie, ich bin ein Bactus. Ich bin Karius und Bactus und ich liebe Schmerzen zu beursachen. Ich grüße Blümchen. Gänseblümchen. Vorher geh ich raus. Ich bin ein Schmerz. Endlich Luft, Alter, am Körper. Wir haben hier im Park gepennt. Und die Sonne bledet uns. Ja genau, wieso sind wir aufgestanden? Ich habe das hier alles so richtig zugeschnarcht. Wie so ein Wildschwein. Ich habe richtige Wildschwein-Geräusche gemacht. Und alle, die hier rumgelaufen sind heute Nacht, die haben sich bestimmt erschreckt oder so. Nur weil ich hier gelegen habe und Wildschwein-Geräusche gemacht habe. Wir werden gerade von diesem Rasenmähtyp da vorne genervt. Der mäht hier Rasen und sowas. Das ist richtig nervig. Das ist belästigend. Ich habe voll Bock auf irgendeinen Springbrunnen. Wo ich da schon wieder Blubberblasen runter machen kann. Da drin. Guck mal, der versiffte Scheißzug kommt hier angerollt. Das ist ein richtig voller Zug. Der Zug ist voll. Der Zug ist voll. Der Zug ist immer noch voll. Ich bin in Lea angekommen. Geh Prost. So, währenddessen ich gerade am Bier trinken bin, habe ich ihn hier getroffen. Und der Archie wird mir auf jeden Fall einmal zeigen, wie der Bier-Power geht. Und dann versuche ich das auch mal. Und das hier soll eine rechte Brücke sein. An den machen wir dann einfach hier dran. Ja genau. Ich habe gerade Flötenmann ganz spontan erfolgreiche Bier-Power beigebracht. Und guckt euch mal dieses komische Wasser hier vorne an. Ich möchte hier meine Kamera hier eintunken. Der Schender ist angekommen. Boah, ich kriege eine Meisel. Wo ist denn der Pfeffi hin? In Lea. Und er sucht seinen Pfeffi. Ich packe jetzt hier alles aus. Ist mir egal. Ich packe alles aus. Ist jetzt so genanntes Unboxing des Schender Rucksacks. Und da. Junge, Junge. Das ist so eine Belastung. Das macht keinen Spaß. Das ist so eine Belastung, Alter. Wo ist dieser Drecksfett hier? Hier unten. Hier ganz unten ist er, Alter. Ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Junge. Nein. Ein letztes Mal. Ja. 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 Du hast nicht geschafft. Danke schön. Also es sind insgesamt 2,50€. 4€ Pfand. Mann, komm jetzt. Lass reingehen. Komm jetzt, komm jetzt. Vielleicht kommt mal noch. Uuuuh, krass, Alter. Alter, das fühle ich so sehr. Das ist wirklich... Scheiße, Alter. Ooooooh, Alter. So oft die Salmonellen, die Salmonellen, die Salmonellen, so ich lege hier jetzt mit dem Schender im Tab rum und eine Flöte pennt im Zelt. Gleich wird Koffein hergestellt. Ja bitte jetzt, wir trauen sie, wir trauen sie, wir trauen sie, gleich wird Koffein hergestellt. Das hier, das war unser Schlafplatz für heute. Hier drunter haben Schender und ich gepennt und hier in diesem Zelt hat die Flöte gepennt. Guck mal wie hier diese ganzen Pocken hier raus explodieren. Zum Frühstück sind wir gerade dabei zu grillen, weil Grillen ist richtig geil. Alter, das ist alles zu kurz. So, das ist unser Frühstücksfräßen. Guck mal, diese Wespe hier vorne, die kam gerade aus meinem Hals raus. Die habe ich ganz flüchtig raus gespuckt, weil diese Wespe, die war in meinem Guten Morgenbier drin gewesen. Und die habe ich gerade mitgetrunken gehabt und genau, ich habe den gerade frisch aus dem Hals raus gespuckt. Der hatte meinen Hals nicht überlebt. Guck mal, hier liegt überall Scheiße rum und die Viecher, die das verursachen, das sind die ganze Zeit die hier. Das sind die Viecher, die hier uns diesen ganzen Scheißweg hier gebaut haben. Das sind diese Viecher und keine anderen. Deswegen ist das hier so ein richtiger Scheißweg. Mit ganz viel Scheiße dran und sowas. Guckt euch mal diese ganze Scheiße hier vorne an. Von diesen Viechern da vorne. Das haben die das produziert. Die haben da hingeschissen, ganz frisch gerade. Hier diese ganze Scheiße ist immer noch von diesen Viechern von der Weide dran. Die sind schuld davon. Deswegen klebt da die ganze Zeit Scheiße dran und diesen Wagen. Das ist unsere Bushaltestelle. Unser versiffte Bus kommt an. So, wir sind jetzt gerade in Groningen angekommen. Hier in Niederlande, wie das heißt. Hier werden wir jetzt umlaufen und später versuchen zu fennen. Ah, chill. Nie einfach so hinkreuzen. Leute, obwohl ich schon 30 Jahre alt bin, habe ich mein gesamtes Leben noch nie in einem Campingplatz gepennt. Und das hier, das war die erste Nacht gewesen in einem Campingplatz. Und das ist kein deutscher Campingplatz, sondern ein niederländischer Campingplatz. Guten Morgen, Gomo. So, wir sind gerade dabei, Koffein in uns rein zu machen. Und wir laufen jetzt nach Richtung Nordsee, um dort den Kopf rein zu tunken. Guck mal, das hier. Das ist eine niederländische Brücke. Da laufen wir ja gerade unten drunter durch. Guck mal, guck mal hier her. Guck mal. Wir fahren gerade Zug. Das ist richtig keiner Zug. Da muss man nicht mal diesen Lappen vor ihr Gesicht ziehen. Wir sind in den Emshafen angekommen. Und guck mal, guck mal hier. Guck mal, ich möchte euch was zeigen. Wir sind hier an der Nordsee. Weil da hier ist ganz viel dieses Wasser oder wie das heißt. Deswegen gelaufen wir hier rum. Leute, ihr müsst auch unbedingt hier an dieser Nordsee rum fahren. Das ist richtig geil hier. Und wisst ihr auch warum? Weil man genau das hier machen kann. Und das Wasser ist richtig salzig. Das schmeckt richtig scheiße. Das Ding macht man das hier. Guckt euch mal an, wie viele Muscheln das hier sind. Guck mal, hier hat noch mehr so viele davon gefunden. Hier sind ganz viele davon. Schlaf doch ein bisschen. Ja. Guck mal, ich war hier die ganze Zeit hier ausgeraut. Der klaut hier die ganze Zeit an die Fräsen und sowas. Guck mal, das sind richtige Niederlande da oben. Guck mal, ich hab noch nie die Taube gestreichelt. Ja. Jetzt wird's überwürdig. Das ist das Heelschiff, vielleicht die Farbestadt. Die machen so jetzt was. Guck mal selber und gib uns die nächste Taube. Guckt euch mal diese ganzen Niederlandegewässer hier an. Wie das hier rumsteht, dieses grüne Zeug. Das wächst hier drauf auf diesem scheiß Wasser. Das wächst hier so richtig drauf. Guckt euch mal diese hessischen Gestalten hier vorne an. Die sind gerade da dabei, hier auf diesem niederländischen Wasser hier zu schwimmen. Ich bin eine richtige Verranzung, die durchs Niederlande durchläuft. Ich bin eine richtige Verranztheit. Jetzt geht's in Richtung da, wo wir pennen. Guten Morgen, wir sind auferstanden, der neue Tag beginnt. Und wir befinden uns immer noch in der Niederlande. Jetzt wird Koffein gesoffen. Das wird jetzt richtig gebraten. Urinfarbige Fräsen. Fräsen ist fertig. Guck mal hier in Niederlanden. Das regnet ja die ganze Zeit. Der Regen muss weg. Der muss weg von hier. Der Regen muss weg. Der Regen muss weg. Der muss abhauen. Der muss hier verschwinden. Der muss richtig weg. Der Regen muss weg. Der Regen muss weg. Und ich habe mir hier ein Sechser-Träger von diesem Bier hier geholt. Und das hat mir 15 Euro gekostet. Dieser Sechser-Träger. Und dieser Bier, der schmeckt auch noch richtig scheiße. Als ob das irgendwie so zerpanscht wurde. So richtig billig und sowas. Der Tee träg ich gerade. Das ist Niederlande Bier. Jetzt wird gleich Brennnessel-Tee gekocht. Die Brennnessel sind reingeworfen. Jetzt werden die gekocht. So, ich werde jetzt zum ersten Mal mein ganzes Leben Brennnessel-Tee pur trinken. Gib Prost. Ist geil trinkbar. Wir sind gerade dabei, durch dieses Niederlande durchzulaufen. Das hier, das ist ein niederländischer Cheeseburger von Burger King. Den werde ich jetzt fressen, aber so richtig. Das schmeckt genauso wie dieser deutsche Cheeseburger. So, wir gelaufen jetzt in dieses Katzencafé rein. Um dort, da drin, mit den ganzen Katzen Kaffee zu saugen. Guck mal, wir sind jetzt gerade hier in so einem Katzencafé drin. Wo hier diese ganzen Tiere, diese Katzen wohl wieder heißen. Und hier gefreut sind. Und wir uns die ganze Zeit nerven und sowas. Guckt euch mal an, wie die sich bewegen und so. Die belästigen uns. Wir gelaufen jetzt durch diese niederländischen Straßen, oder wie das heißt. Hier durch diese Gebäude und sowas. Das ist Niederlande, oder wie das heißt. Guckt mal, guckt euch immer diesen stabilen Mann hier an. Das ist ein niederländischer Mann. Der steht hier die ganze Zeit rum. Der steht und steht. Auch beim miesesten Wetter steht hier auch rum. Das ist ein richtiger Held. Guckt euch mal diese ganzen niederländischen Boote hier vorne an. Die auf diesen niederländischen künstlichen Fluss hier rumschwimmen. Und das hier, das ist eine niederländische Ampel, die hier so rum... Hier so gewachsen ist. Der kann leuchten oder so. Das schwöre ich euch. Das sind hier ganz viele richtig geile Fahrräder. Die sind richtig geil. Und genau da oben, da ist sogar eine Uhr dran. Eine niederländische Uhr. Das sind richtige niederländische Schilder. Guckt euch mal diese ganze Statue hier vorne an. Das wurde ja extra hingestellt. Ich war eine richtig vertiefte Bazille. Ich möchte euch alle in die Augen angucken. Guckt euch mal dieses niederländische Licht hier vorne an. Das müsst ihr euch alle geben. Langsam wird immer mehr dunkle. Ein neuer Tag ist angebrochen hier in Niederlande. Guckt mal, hier sind niederländische Geräusche. Hier passiert gleich etwas. Guckt euch mal diese niederländischen Straßen hier an, die sich da fortpflanzen. Guckt mal, das hier ist ein niederländischer, urinfarbiger Stahl, der hier runtergeklappt wird. Guckt euch mal diese niederländischen Fahrzeuge hier an, die hier auf dem Wasser hier rum schwimmen. Und guckt euch mal an, hier fährt noch ein niederländischer Fahrzeug durch dieses Wasser durch. Das schwimmt hier rum. Und da drüben, da schwimmt auch ein niederländischer Fahrzeug rum. Hier unter dieser Brücke, was aufgehobelt wurde, von diesem urinfarbigen Stahl. Da fährt die drunter durch. Guckt mal, dieses niederländische Stahl, das bewegt sich schon wieder runter. Hört euch mal diese ganzen niederländischen Geräusche hier an. Das sind niederländische Sirengeräusche, oder wie die heißen. Das ist richtig geil. Die hören sich anders an. Die hören sich irgendwie so künstlich an oder sowas. Aber die sind vorhanden. Die laufen hier. Guckt mal, mein verranster Bus kommt hier an. Ich werde jetzt hier einsteigen. Ich bin in Dresden angekommen. So, ich bin jetzt gerade hier und ich habe mich hier mit dem Helmut getroffen. Und im Schende. Servus. Und jetzt wird erstmal gefressen. Das hier, das ist Fleisch. Das wird gebraten. Und dann wird das gleich in unsere Fressen reingesteckt. Das schmeckt einfach nur geil. Das ist ein Premium-Stück. Das sieht richtig lecker aus. Das ist ein Premium-Stück. Das ist ein Empfehlenswertungs-Grill mit Würstchen. Das ist ein Lammwürste. Das ist ein Lammwürste. Ich kann schon mal wie saftig sie sind. Ja. So, wir werden jetzt hier hochkrabbeln und da oben pennen. Und da, wo wir jetzt hochkrabbeln, das ist genau hier unter dieser Brücke hier. Und hier an der anderen Brückenseite, da wird Party gefeiert. Und deswegen pennen wir jetzt gerade hier, wo dieser Stein ist. Der Helmut, der saugt sein Kissen auf. Das hier, das ist sein Schlafplatz. Ein Luxus-Schlafplatz mit Luft drin. Und dann schlafen wir immer mit dieses hier, mit diesem Schaumstoff. Guten Morgen, wir haben es viel zu früh und mein Gehirn schwappt rum, von gestern. Aber wir laufen jetzt zum Trödelmarkt. Oder beziehungsweise packen jetzt ein und laufen jetzt zum Trödelmarkt. Mit dem vollgeschwappten Gehirn. Deswegen laufen wir da hin. Ich bin auch verstanden. Und das hier, das ist unser Schlafplatz gewesen. Hier unter dieser Brücke haben wir hier gewinnt. Und hier geht das tief runter. Und hier ist diese komische Treppe, oder wie das heißt. Wo die ganzen Menschen vorbeigehen. Und hier drüber, das ist irgendwelche Bundesstraße, oder wie das heißt. Oder auf jeden Fall eine stark befahrene Straße. Und genau, jetzt werden wir auf jeden Fall unser Schlafplatz einpacken. Wir sind beim Trödelmarkt angekommen. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich bei unserem Reitersteig-Training V2. Leider Gottes wurde in Bad Schandau Katastrophenanlagen ausgelöst, durch die bestehenden Waldwände in der Böhmische Schweiz und in der hintere Sächsische Schweiz. Und deswegen sind wir einfach hier gelandet. Und zwar in der kompletten Verransung des Fernhofes Tanzen. August beklebt den Mann. Der August, der klebt weiter. Unhaltige Betriebsmittel, das ist ja komplett radikal. Dieser Mann muss dringend neu geölt werden. Das ist so krank. Das ist so geil. Ich glaube, der Mann, der ist die ganze Zeit komplett da. Aber er hört lieber einfach zu, anstatt sich an diesem Mist zu beteiligen. Er genießt es, wie so ein Kinofilm, nur ohne Bild. Genau. Ja, das war mal der Schöne vor dem Liter Pfeffi. Es ist doch geil. Das ist ein lustiger Vormittag. Oder wie das heißt. Auf jeden Fall. Das ist ein lustiger Vormittag, oder wie das heißt. Ich bin die verranzigste Person von ganz Drödelmarkt. Ich geister hier rum, oder wie das heißt. Zeig mal doch mal ein Tattoo. Das ist ein richtig geiler Vogel. Das ist ein wunderschöner Vogel von Tattoo. Danke gleich fürs. Gebrost. Gebrost. Gebrost, Erik. Jawoll. Gebrost. Und ich penne hier im Drödelmarkt. Im Drödelmarkt Ransenpansen bitte. Gebrost, Männer. Ein richtiger Überallpenner. Ein richtiger Überallpenner im Genuss-Amok-Überallpenner-Camp. Jawoll. Ich penne sogar hier auf dem Drödelmarkt. Das ist stimmt. Das kann ich bestätigen. Und das sollten alle auch mal nachmachen. Das ist ein richtiger Überallpenner. Selbst auf dem Flohmarkt Ransenpansen findet er richtige Zeit zum Entspannen. Jawoll. So muss es sein. Hier ist der ehemalige Platz mit den ganzen Pimmelhimmeln hier. Und er ist endlich auferstanden. Jawoll. Geil. Jetzt geht es weiter. Der Tag hat praktisch begonnen. Guten Morgen. Erstmal ein guten Morgenbier. Guten Morgen. Ich bin zurück. Jetzt wird nach dahin nehmig laufen. Genau. Wir müssen zur nächsten Session. Der Katastrophen-Alarm wurde ausgenutzt. Hier werden wir Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Und Fleisch und sowas. So die Palette Bier mit zwei Spreitflaschen für Alsterwasser. Sind eingekauft. Und guck mal hier vorne ist Fräsen. Für später. Hier vorne geht das die ganze Zeit berg rauf. Und berg rauf bedeutet, dass das mit so einem schweren vollgepackten Wagen immer so ein Weg mit Schwierigkeit ist. So. Wir sind jetzt hier in so einer Schutzhütte angekommen. Das ist diese. Das ist eine Schutzhütte. In der Nähe von dieser Ruine. Ich glaube von hier aus kann man nichts sehen. Gepost. 44,90. 44,90. Ist der Wagen schwer. Ohne den Zusatzgewicht was hier in dieser Rucksack drin war. Und das schleppe ich auf jeder Tour mit. Aber das ist viel einfacher als wenn man das alles auf den Rücken schleppt. Und jetzt werden wir erstmal auf dem neuen Natururinschneiderbrett Essen zubereiten. So. Garf. Vergas nur und selbst aus Versehen. Es ist gezündet. Fräessen wird gebraten. Helmut kocht. So. Jetzt wird das ganze fressen beschnitten. Ja. Ist gut. Auszuzeichen. Jetzt werde ich auch mal probieren. Das ist voll cool fressen. So. Guten Morgen. Schlafplatz ist aufgebaut. Und äh genau. Ich werde jetzt gleich Zähne putzen. So. Wir haben jetzt den Neustädter Mountainbike Marathon gesponsert von Sigma begonnen. Aber erstmal wird eine Bierpause eingelegt. Mhhh. Oh ja. Das Rennen beginnt. Die hier. Die darf man auf jeden Fall nicht fressen. Glaube ich. Aber guck mal. Guck mal hier. Hier liegt die da oben. Ich komme nicht ran, weil ich so klein bin. Aber genau hier. Diese Blätter. Ähm. Ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen wie dieser Baum heißt. Aber genau. Diese Blätter. Die kann man fressen. Die sind richtig geil. Wir sind voll netto. Und ähm. Keine Ahnung was wir hier machen. Auf jeden Fall warten wir hier. Ne. Nicht netto. Sondern Lidl heißt das. Genau. Vor dem Lidl warten wir gerade. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Wir suchen uns ein Gleis aus. Äh. Nicht nur hier. Äh. Wir sind hier gelandet. Und wir werden gleich unser Pennblatt suchen gehen. Survival fressen gefunden. Und hier vorne. Ne. Hier ist doch mehr survival fressen. Guck mal hier fließen Flüssigkeiten runter. Guck mal hier fließt Flüssigkeiten nach Richtung da lang. Und da drüben sind ähm grüne Pflanzen. Hier vorne ist ein Weg mit Schwierigkeit. Guck mal hier. Das ist widerlich. Die Kielhör nicht weg. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal hier. Die totale Müllverransung. Wir müssen mehr Bier trinken damit das voll wird. die sind geile die bäume hier vorne ist ein gebäude oder wie das heißt er sieht aus wie unser schlafplatz die sonne blende gegen meinen kopf guck mal da drüben ist burg ich werde später darauf klettern aber vorher wird erstmal koffein hergestellt unser koffein ist fertig guck mal helmut brauchte schatten und da drüben da kommt gerade schatten aber weil wir zu faul waren dahin zu gehen hat helmut hier den tab aufgespannt damit wir hier drunter schatten haben also wir haben gerade noch hier ein bisschen rum gesessen und im tab rum gesessen und sowas und jetzt gelaufe ich diesen diesen burg hoch prüfen wir es aussieht so dass hier das ist diese versüfte burg ich werde da jetzt hochlaufen das hier das ist ein ganz gechillter sitzplatz oder wie das heißt mit mit aussicht guck mal dieser dieser drachen ist schon wieder da der drachen der bewegt sich und sowas und er klettert hier diese ganzen sachen hier hoch ich bin gerade dabei mit arschloch zu telefonieren guck mal das hier ist diese burg von dieser perspektive aus da war ich oben drauf und habe diese drachen gefilmt guck mal hier läuft schon wieder so ein drachen rum das ist ein weg mit schwierigkeit guck mal wir haben nur noch eine einzige wasserflasche die irgendwie halb voll ist und die ist von der sonne so richtig aufgehitzt so dass wenn man das trinkt dass man sich dann verbrennen tut also das ist so heiß wie kochwasser und guck mal und weil es bei uns dann wasser mangelt haben wir da drüber ein see gefunden mit campingplatz vielleicht nicht hier irgendwie eine dusche oder so wo wir das auffüllen können oder ein wasserhahn oder sowas und wir werden gleich da in diesen see da rein schwimmen gehen und sowas glaube ich helmut fuß sind hier ganz viele armeis und sowas die hier diesen stück hier fressen keine ahnung was das ist pommes oder sowas aber genau das fressen die die ganze zeit das sind richtige armeisen also wir gelaufen jetzt weiter weil dieser komische see der ist überall mit diesen ganzen campingplatz höfen bedeckt man konnte da überhaupt nicht reinspringen richtig widerlich also ohne angemault zu werden kann man da nicht reinspringen der verranze zug ist angekommen wir werden ja jetzt einsteigen guckt mal guckt euch das mal an hier ich bin im mannheim eingekommen mit helmut und ich werde hier im mannheim gleich nach einem schlafplatz suchen gehen im urbanen bereich genau das mache ich gleich also ich lege jetzt gerade hier in dieser schüssel herum mitten in der stadt und ich bin genau hier an dieser stelle ich glaube ich war eben gerade fast opfer von einem taschendiebstahl gewesen weil guck mal und zwar hier habe ich gepennt naja gut mein schlafsack habe ich da zum entlüften jetzt erstmal aufgehangen und heute morgen bei sonnaufgang stand genau hier vorne ein typ also der sah aus wie so ein marokkaner vielleicht anfang 20 oder so und der stand da extrem lange und er hat mich auf jeden fall gesehen dass ich wach bin und ja da stand da ganz lange hat mich ganz lange beobachtet ist dann nach dahin gefahren also der hatte mit dem fahrrad da gehört habe mich da ganz lange beobachtet und dann irgendwie da drüben da stand hier die ganze hat hier rum und hat mich beobachtet und da dachte ich bleibe so lange wach ist er weg fährt ja gut dann ist er irgendwann weggefahren und genau und dann habe ich mich dann halt eine runde hingelegt noch mal eine stunde oder eineinhalb stunden schlafen haben wir nachgeholt und plötzlich merkte ich dass irgendwas man schlafsack berührt und ich bin daraufhin sofort aufgestanden und dann plötzlich stand genau dieser typ genau hier vor mir und hier ich hatte mein schlafsack geöffnet gehabt und zwar nicht geschlossen weil sonst was wäre es mir zu warm gewesen deswegen hatte ich den geöffnet gehabt so dass man auch irgendwie darunter greifen kann und meine hose rein und seine hand war ganz nah hier an meiner handytasche dran und ich bin dann sofort aufgesprungen er hat einfach nur gefragt ob alles in ordnung sei das stand da genau hier vorne und ich habe ihn auch überhaupt gehört weil er so geschlichen hat und erst so ungefähr eine minute später wo das schon längst weg war habe ich mir gedanken gemacht und erst mal realisiert dass er mit sicherheit mich nicht wecken wollte um zu fragen ob alles in ordnung sei weil es wird darüber gar keinen sinn machen wenn er mich vorhin schon gesehen hat ich kurz wach bin und so und dass der sich so so extrem leise angeschlichen kann dass ich den gar nicht gehört habe und dass der mit der hand genau in diese richtung wo mein handy ist hingegriffen hat ich bin mir absolut total sicher dass da mein handy wollte oder portemonnaie oder was weiß ich was ja gut ich habe noch mal nachgeschaut zum glück fehlt mir gar nichts und zum glück war ich da nur im halbschlaf so dass ich das sehr schnell merken konnte beim tiefschlaf würde ich gar nichts werden da könnte man mich anfassen wie man will und ich bin richtig ich bin so ein richtiger tiefpenner wenn ich das sofort realisiert hätte dass der amtasche gehen wollte dann hätte ich da wäre sofort aufgestanden und wer auf ihn losgegangen auch wenn ich so ein richtig gewaltfreier mensch bin der alle probleme und konflikte immer mit worten löst aber beim thema beklaut zu werden da geht auf jeden fall das auf jeden fall viel viel zu weit da habe ich so eine richtig innerliche wut und ich könnte sofort ausrasten aber so richtig man sollte in der tourie nicht mehr klauen aber prüfen ob ich hier noch eine nacht penne ich bin sehr gespannt drauf guck mal diese fetzige spinne gerade die ist auf meinen kopf gefallen oder zumindest war die auf meinen kopf drauf gewesen keine ahnung was das für eine art ist die sind auf jeden fall anders aus wie so eine hauswinkelspinne oder sowas aber genau die ja hier ja den habe ich von meinen den habe ich gerade auf meinen kopf gefunden komisch dass ich bin immer wieder auf dem kopf drauf fallen müssen also das hier das hier das ist helmut und ich habe drei haare auf dem kinn und ich bin eine ziege wir laufen jetzt zu einer anderen brücke hin da wo das ruhiger ist aber bevor wir zu dieser brücke hin laufen werden wir hier bei lidl pfand verkaufen und neues bier kaufen gehen so währenddessen die kühl akkus gekühlt werden trinken wir jetzt ein wahres tobias gebrust so der helmut ist raus gekommen und er hat hier diese kühltaschen kühlplastik teile die wir da rein gesteckt haben in dieser kühltruhe wieder rausgeholt damit diese ganzen biere gekühlt werden das hier für die obdachlosen für die obdachlosen mindestwein genau das ist gut wir sind hier an dieser brücke angekommen und das hier das ist eine wandfarbe und vor dieser wandfarbe bauen wir uns gleich unsere küche auf auf jeden fall eine tolle location oder wie das heißt so der tisch ist aufgebaut jetzt werden zwiebeln angebraten das riecht voll cool ich mag das das ist unsere leckere soße aber leider ohne käse jetzt werden wird hier nudeln gekocht damit wir gleich diese komischen kohlenhydrate oder wie die heißen ähm verschlägen können damit wir stark und fett werden das ist fri essen für jetzt so jetzt fressen start kommt schmeckt auf jeden fall wieder voll cool ich mag das das schmeckt wieder richtig geil du scheiße helmut zweite portion liegt da mit wanken diese dieses scheiß scheiß dick ist ähm das ist eigentlich geklappt aber wir haben auf jeden fall noch ganz viel nudeln und die soßen auch noch mit bierresten drin damit die schön bierig bleiben wir gelaufen jetzt zum obdachlosen camp wir waren gerade beim obdachlosen camp drin gewesen und wir haben den weißwein geschenkt aber weil da nur einer da war der irgendwie sehr sehr müde war und der dann eingepennt ist konnte ich das nicht dokumentieren und deswegen genau deswegen laufen wir weiter nach keiner ahnung wohin so ich habe ich hier meinen tab aufgespannt das ist richtig geil dass ich den tab gestern aufgebaut habe weil guck mal es hat so ein bisschen angefangen zu regnen es regnet draußen bist du rum er ist ganz leichter regen aber gut dass ich den hier aufgespannt habe ich werde hier so lange rumliegen der beste regen aufhört und ich habe hier eine richtige keller asyl vielleicht war ich eine richtige keller asyl mit so der helmut ist angekommen er hat frühstück mitgebracht richtig wird gebraten so frühstück ist fertig gutes frühstück voll fett frühstück so wir haben gerade ganz fett gefrühstückt und guck mal guck mal guck mal hier guck mal hier guck mal das hier das ist ein richtiger voll fett baum also ein baum mit fett dran mit warzen und sowas PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin ein richtig ranziger, räutiger Bacillen-Gesicht. Aber ich schaffe das nicht Bacillens rauszumachen, weil ich irgendwie nicht krank werde. Ich weiß nicht, wie das geht. Mein verschmierter Zug kommt an. Ich werde jetzt hier einsteigen. So, ich bin gerade in Osterbrück angekommen. Und da drüben ist das hier, das ist dieser Bahnsteig. Und guck mal, guck mal hier. Das hier, das ist mein Pennplatz. Hier hinter diesen, keine Ahnung, was das hier sein soll. Also mit den Betonklotzen, die hier sich stapeln. Genau, damit ich hier hoffentlich in Ruhe gelassen werde von irgendwelchen Leuten. Und genau hier, das hier, das ist mein Schlafplatz für heute. Die Güterzüge belästigen mich. Die fahrt hier alle paar Minuten hier lang. Das belästigt mich die ganze Zeit. Das ist richtig nervig. Ich werde ein bisschen petten. Ah, diese Züge, die belästigen. Das ist auf jeden Fall eine krasse Location. Ich bin ein richtiger Überallpenner. Aber wisst ihr auch warum? Weil ich den ersten Zug verpasst habe. Ich habe den verpennt. Und ich habe den zweiten Zug verpennt. Und jetzt wurde ich wach, weil das langsam anfängt zu regnen. Deswegen packe ich jetzt die Sachen. Und nehme jetzt den dritten Zug. Und mein Zug, das steht ja schon. Ich werde hier schon mal einsteigen. Ich bin an eine richtige Verschmandung. Und ich bin in Bisping angekommen. Und ich werde jetzt jemanden besuchen kommen. Und wenn ich dort gleich angekommen bin, dann wird erst mal Bier getrunken. Und ich werde heute dort auf den Garten pennen. So, ich bin angekommen. Und zwar bei Ihnen hier. Und wir werden erst mal erstes Bier trinken. Gebrust. Und guck mal, das hier, das ist aufgerissen. Das heißt, ich muss den schon wieder zusammennähen. Aber das mache ich mal anders. Ich habe ja jetzt gerade mal einen Schlafplatz aufgebaut. Ich bin eine richtige Verranzung. Ja. Ich bin eine richtige Verschmandung. Ja. Ich bin gesund. Gesund hat es das Wichtigste. Ja. Immer so kacken. Gebrust. 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 Das spritzt genauso, wie wenn ich wieder zurück bin, meine Sperma. Ich habe ja keine Sperma mehr. Ich bin über 40. Bei mir ist alles kaputt. Glaubt nichts, was junge Leute sagen. Ihr werdet alle so alt wie ich. Ich habe ja keine Sperma mehr. Ich habe ja keine Sperma mehr. Jetzt ist mein Bauch wieder aufgebläht. Eigentlich ist das ein Sixpack. Aber der hat gerade falsche Konturen. Der hat wirklich falsche Konturen. Guten Morgen. Ich habe hier gepennt. Und guckt euch mal diesen ganzen Regen hier vorne an, der mich hier die ganze Zeit belästigen tut. Der klatscht hier die ganze Zeit von Tab drauf. Das ist richtig widerlich. Den lassen mich jetzt gerade nicht schlafen. Guck mal hier. Wie widerlich. Und zwar hier. Hier ist eine Pfütze. Das heißt. Und hier sind auch ganz viele Tropfen und sowas. Das heißt, das hat mir von dort auf meinen Kopf geregnet. Weil das hier, das ist mein Kopfkissen. Dieser Klamottensack. Aber jetzt ist dieser Regen vorbei. Und jetzt scheint die Sonne. Und das ist richtig geil. Der Frühstück wird vorbereitet. Sogar frittiert wird das vorbereitet. Mit Fett dran. Mit Fett. Mit richtigem Fett dran. Mit richtig verfettigten Fett dran. Ich muss jetzt trinken. Und dann kommt er weg, oder wie? Dann kommt er weg. Ich bin mit diesem alten Mann im Team drin. Und wir müssen versuchen, mit diesem Ball da rein zu machen. Du musst ihn jetzt trinken. Als Belohnung. Als Belohnung. Jawohl. Ich glaube, die andere Rüttung. Ja. 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 Ich glaube, die andere Rüttung. Ich glaube, die andere Rüttung haben, die andere Rüttung haben, die andere Rüttung haben. Ja. 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 Scheiß Wind. Ja. Das Team hat gewonnen. Ja. Ja. Ich habe die gewonnen. Ich habe die gewonnen. Was ist das? Ich habe nicht von ewig vorhanden. Was? Der meint einen anderen Rüttung. Der meint einen anderen Rüttung. Nein. Der kam der erst alleine. Guck mal, Hansi. Hansi. Ähm. Mein Gehirnschwappt rum. Der. Ist das da? Ja. Der ist richtig am Bewegen. Mein Gehirn ist da drin. Die Schastik sind fertig. Und ich bin eine richtige Persönlichkeitsunterentwicklung. Ich möchte euch unbedingt mein Gehirn zerteilen, damit ihr den fressen könnt. Der schmeckt wirklich gut. Ja. Guten Morgen. Mein Kopf schwappt rum. Und man wird hier von Spielüberzug belästigt. So. Jetzt wird dieser Loch hier vorne, der mir auf der Hinreise aufgerissen ist, zusammengenäht. Ganz grob. Das ist richtig widerlich, dieser Loch. Dieser Loch, der nervt rum. Der muss geschlossen werden. Das ist immer noch ein widerlicher Loch. Ich habe gerade mein Loch hier zusammengenäht. Ähm. Grob. Und jetzt werde ich diese ganzen Sachen da rein machen. In dieser Tasche. So. Die Sachen sind gepackt. Und mein Bus fährt gleich. Das heißt, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bus. Zur Bushaltestelle. Damit ich gleich Bus fahren kann. Wir sind in Bielefeld angekommen. Ich bin eine dreckige, verschmierte, verdreckte Drecksau. Guckt euch mal an, über was wir hier gerade rüber laufen. Über diese komische Brücke hier vorne. Ähm. Mit da, wo hier diese Züge und sowas hier durchfahren. Und da hinten diese ganzen, ähm, Autos und Fahrzeuge, die hier diese ganzen Abgasen produzieren. Hier vorne ist Weg mit Schwierigkeit. Und das ist richtig beschissen, diesen Scheißwagen hier hochzuschieben. Und hier vorne liegt eine durchfallfarbene nackte Nacktschnecke. So, wir sind ein Stückchen weiter gelaufen. Und, äh, guck mal, guck mal hier. Wir haben hier unseren Schlafplatz gefunden. Das ist, ähm, richtig, das sieht richtig cool aus. Hier mit, äh, äh, Bänke und, äh, Tischen. Ich werde schon wieder so ein richtiges Festmahl zubereiten. Jetzt können diese, diese verschmierten Drecken, diese vergammelten Nullen hier rein. Und Salz. Und jetzt wird hier Schweinegulasch gebraten. Das wird jetzt richtig eingebraten. Bisschen Öl. Mh. Das wird gleich so ein richtiges Festmahl sein. Aber ein bisschen Pfeffer rein. Und jetzt noch ein bisschen kochen lassen. Oh, gut. Das ist unser Abend, äh, Pressen. Und darauf werden wir erstmal ein, ähm, ein Schwarztee saufen. Genau, hier ist Schwarztee drin. Und das hier, das wird jetzt warm gemacht. Damit wir gleich Schwarztee saufen können. Damit wir das so richtig in unsere, äh, äh, in unser Maul fließend reinschieben können. Und danach auspissen. Nachdem wir das gemacht haben. Also nachdem wir dieses Schwarztee gesoffen haben. Äh, so, der Tee ist fertig. Und, äh, eben gerade ist Scheiße passiert. Und zwar, diese Gaskartusche ist leer gegangen. Da ist kein Gas mehr drin. Und ich hab nur diese eine dabei gehabt. Das heißt, äh, das Essen, die Portion Nummer 2, was ich für morgen Mittag gemacht habe, die können wir morgen nicht erwärmen. Wir müssen das kalt fressen. Und wir können morgen keine Koffein machen. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig scheiße. Das mag ich nicht. Hätte ich bloß zwei, äh, Gaskartusche mitgenommen. Aber jetzt wird erstmal Tee gesoffen. So, jetzt wird Frühstück gemacht. Und zwar fressen von gestern. Aber leider kalt. Weil diese Gaskartusche leider alle ist. Das ist richtig widerlich. Es wäre richtig geil, wenn man es nochmal warm machen könnte. Mit Koffein und sowas. Aber das muss gefressen werden. Boah, ich habe gerade keinen Behälter hier. Guck mal. Wir laufen jetzt hier schon wieder ab. Über diese Gleise rüber. Also da wo diese ganzen Züge hier lang fahren. Wir sind hier am Wegesrand. Und wir legen uns hier eine Runde pennen. So ein bisschen Mittagsschlaf halten. Es ist richtig gechillt. Bis in den nächsten ein, zwei oder drei Stunden. Also wir haben, wir haben uns ein bisschen verlegt gehabt. Und zwar, wir haben eben gerade da drüben gelegen. Und wir liegen jetzt hier. Neben den Gleisschienen. Weil das ist lustiger, von irgendwelchen Zügen belästigt zu werden. Weil die weniger fahren als Autos und sowas. Und weil Autos die Nerven rum und so. Und genau deswegen haben wir uns hier hingelegt. Da wo die ganzen Züge sind. Aber hier sind bisher nur immer diese 9 Euro Ticket Züge durchgefahren. Boah, diese Wespen, die nerven mich. Achso, das ist auch der einzige Grund. Wo ich manchmal einen Pullover hier über mein Bier hier rüberlege. Und da immer sonst diese ganzen Wespen reinkommen. Diese ganzen Züge, die belästigen uns. Die stören uns beim Rumpennen. Ahollenblätter sind geil. Boah, jetzt wird unsere wertvolle Zeit von dieser Bahnschranke hier belästigt. Weil hier dieser widerliche Zug hier durchkommt. Hier müssen wir aus diesem komischen widerlichen Zug heraus auslaufen. Wir gelaufen erst durch diese Ortschaft durch, die ich gerade gezeigt habe. Erstmal durch die Innenstadt durch. Hier vorne sind Schweinen. Mit noch mehr Schweinen und so weiter. Hier vorne ist ein Vergewaltiger mit Schweinen dran. Das gehört sich so nicht. Wir haben Döner gekauft. Wir sind jetzt gerade in dieser Haltestelle hier angekommen. Und wir gelaufen jetzt noch Richtung da lang. Prüfen, was da hinten ist. Leute, guckt euch mal diesen idiotischen Weg hier vorne an. Das ist ein richtig widerlicher Weg. Dieser Weg, der wird uns die ganze Zeit so richtig nerven. Guckt mal, guckt mal da. Hier vorne ist ein verlassener Haus. Und ich bin so bekloppt im Kopf. Ich möchte genau hier den Tab für uns beide aussparen, damit wir hier drunter pennen können. So, guckt mal, guckt mal hier. Wir laufen jetzt durch diesen nassen Rasen hier. Was man den ganzen Schuhen nass macht. Und was hier in diesen komischen Schuh lächern. Ich muss unbedingt neue Laufschuhe holen. Ich bin irgendwie nicht zugekommen. Aber genau das tropft dann hier die ganze Zeit immer den Socken rein. Und das nervt und so weiter. Und guck mal, guck mal hier. Hier vorne. Hier vorne, da ist ein Lost Place. Und wir werden den jetzt erkunden. Und genau, hier ist Eingang. Und hier laufen wir jetzt rein. So, hier vorne sieht das so aus. Hier ist eine Bierflasche. Und hier sind noch mehr Bierflaschen. Und hier ist eine ungeschubste Badewanne. Keine Ahnung warum das so ist. Aber ist halt so. Hier sind auch irgendwie zerstörte Möbelstücke und sowas. Das hier, das ist ein Ofen oder wie das heißt. Und guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist ein Keller. Das ist so mein Lieblingsräume für das Place. Ich liebe Keller. Keller sind richtig geil. Genau, das hier ist das Kellerraum. Hier liegt Schaumstoff. Hier ist so ein alter Ofen. Genau, hier ist noch so ein verrosteter Raum. Mit so ein richtiger Rost, ähm, verschimmelter, ähm, hier, ähm, rostfarbener Boden. Ich glaube, das ist sowas wie eine, ähm, wie heißt das Ding nochmal? Ja, keine Ahnung, ähm, was für eine Anlage. Aber, ähm, aber genau, hier geht's auch nach draußen. Mit so einer verschimmelten, verrosteten, dreckigen, widerlichen Tür hier vorne. Und, ähm, genau, wir, wir laufen jetzt, ähm, aus dem Keller raus. Weil wir haben jetzt hier alles gesehen, was hier drin war. Und das riecht hier nach Schimmel oder wie das heißt. Und, äh, das hier, das ist dieser, diese verdreckte Treppe hier vorne. Die sieht richtig widerschen vermorscht aus. Und, äh, so, dass die jederzeit, ähm, weg, ähm, brechen könnte oder so. Oder wie das heißt. Und, äh, genau, das hier, das sind Stühle und sowas. Mit, ähm, regelfarbene Farbe drauf. Das, ähm, riecht so richtig vermordet und giftig und sowas. Hier vorne ist ein, äh, Bett, wo bestimmt schon ganz oft gebumst wurde. Und, ähm, diese Decke ist ja eingebrochen. Diese Decke, die ist so penetrant, dass die sogar auf dem Bett, wo vielleicht, wo bestimmt bumsende Leute drauf waren, ähm, eingebrochen ist. So, so sieht eine richtige Decke aus. Das ist eine richtig penetrante Decke. Die ist richtig geil. Die mag ich. Die ist, das, die ist richtig geil dominant. Dieses, was da, da, von dort, da kommt, das kann einen auf den Kopf, halt, und, ähm, die Gehirnzellen, ähm, 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 ja, ihr wisst schon Bescheid. Und, äh, guck mal, guck mal hier. Das hier, das ist der wahrscheinlich, glaube ich, letzte Raum. Der letzte, der letzte Raum, was hier ist. Wir pennen jetzt hier unter dem Tab. Und wir werden hier die ganze Zeit von Nacktschnecken und Spinnen belästigt. Guckt euch mal diese Spinne hier vorne an. Die, die muss unbedingt heute Nacht in unseren Mund rein klettern. Und, ähm, genau deswegen pennen wir hier. Also, würde ich sagen, gute Nacht, bis morgen. Uh, uh, guck mal, wir sind wach. Das ist eine richtig geile Pen Location. Mal, guckt euch das mal an hier. Diese ganzen, ähm, Bäume und sowas. Die sind richtig geil. Und das riecht hier auch so gut. Mit diesen ganzen Pflanzen und Bäumen und sowas. Das kann man auf jeden Fall richtig empfehlen. Also, hier konnte man richtig geil durchschlafen. Guckt euch das mal an hier. Guckt mal hier. Wie das hier runter tropft. Das hört sich richtig voll cool an. Guckt euch euch diesen Arschloch hier vorne an. Ähm, dieser Arschloch, das ist eine Zecke. Und der wird erstmal entfernt. Guckt mal, ich hab diese komische, ähm, Arschloch entfernt. Diese Arschloch Zecke. Vollständig, weil da ist kein schwarzer Fleck mehr dran. Und dieser Arschloch, diese Arschloch Zecke. Die sollt ihr nicht irgendwie wegschweißen oder so. Weil der gehört zur Natur und sowas. Deswegen müsst ihr die in der Natur freilassen. Hopp. Und dann kann der weitere Menschen fressen und sowas. Wenn hier noch mehr Leute hier rumpinnen. Cool, oder? Wir sind gerade dabei aus diesem Wald raus zu laufen. Und das ist ein richtiger Vollpoolwald. Der riechst so schön. Der, das war ein wunderschöner Pennenplatz gewesen. Junge, richtig widerlicher Auto, der hier total im Weg parkt. Und guck mal, noch 5 Minuten. Dann kommt der Scheißbus. Und dann steigen wir da ein. So, wir sind in der Münchner Verransung angekommen. Also hier stinkt es echt wie in einem Moloch. Was sagst du zu der Luft hier? Das schmeckt irgendwie anders als Hamburger U-Bahnluft. So richtig abgeranzte U-Bahnluft, genau. Aber das ist auch irgendwie anders abgeranzt. Also stickig. Egal, prüfen ob auf der Wiese genau so eine beschissene Luft ist. Ich bin sehr gespannt drauf. Oh ja, es wird richtige prämissale Verransung. So, jetzt muss das Fahrbier noch rausgeholt werden, um ein ordentliches Fahrbier hier zu trinken. Gebrost. Gebrost. Bier Power. So, wir sind jetzt bei Hannes angekommen. Moin. Und, ähm, genau. Wir werden hier jetzt Bier trinken. Genau. Mit unserem Horn. Gebrost, Leute. Gebrost. 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 So, wir sind hier beim V-Markt angekommen, um dort Bier und nochmal Sachen kaufen zu gehen. Wir sind im Laden drin. Und, ähm, wir müssen das Bier finden. Oi. Wir haben unser Bierhügel gefunden. Das kaufen wir uns gleich. Jawohl. Perfekt. Das kann beginnen. Das ganze Bier und ein bisschen Diabetes gekauft. Ähm, und das wird hier reingemacht. Damit wird das die ganze zertragen und sowas. Gebrost. So, wir sitzen hier rum, wo ganz viele Oktoberfestmenschen hier rumlaufen, um hier Bier zu trinken. Gebrost. Ja, das ist ja richtig Premium-Premissal. Der gute Natururin hier hat angenommen, dass wir diesen ganzen Schmarrn hier mitnehmen können. Und zwar genau dahin. Ich dachte, wir könnten das ganze Bier da rein mitnehmen. In dieses, ähm, Oktoberfest. Aber weil wir das nicht rein mitnehmen können, ähm, müssen wir das irgendwo versaufen. Ne, wir nehmen das mit zur Flöte. Ne, wir nehmen das mit zur Flöte. Genau. Und dann versaufen wir das. Das hoffen wir dann. Dann müssen wir Kampftrinken machen, bevor wir wieder reingehen können. Und der Helmut ist diesmal auch dabei. Der Premium-Premissale abpackt. Wir müssen gleich unbedingt wieder Bier trinken. Ich wäre eine richtige Verranzung. Oh Scheiße. Die Biertasche ist umgekippt. Und plötzlich ist hier ein Bier kaputt gegangen. Das wurde irgendwie ausgestochen. Genau dieser Bier hier. Der spritzt hier rum und sowas. So, wir haben Flötenmann gefunden. Genau. Und für den Falle, dass das später mal lustig sein wird, habe ich mich vorbereitet. Und wir fahren jetzt wieder zu Hannes zurück. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und dann einfach Premium-Premissales Preznack. Wir haben schon wieder bei Hannes gepennt und heute geht es zum Oktoberfest. Wir werden jetzt erstmal darauf ein Bier trinken. Ein Bier trinken. Gefrost. So, das Frühstück muss weg. Das ist Frühstück und das muss weg. Ich habe es im Mund gar nicht so gemerkt, aber halt am Arsch. Das merke ich schon gar nicht mehr. Wir sind hier aber diesen V-Markt angekommen und hier werden wir jetzt Bier und nochmal Sachen kaufen gehen. So, wir haben jetzt gerade Bier gekauft und das wird jetzt genau hier reingemacht. Also da, wo meine Werbung steht. Das ganze Bier muss reinpassen. Guckt mal, guckt mal Leute. Hier spritzt das rum und das macht mich gerade nass, weil dieser Wind hierher kommt. So, wir sind jetzt beim Gastgeber angekommen. Mit Bindehautentzündung. Deswegen sind wir gerade bei der Augenklinik erfolglos reingegangen. Und jetzt geht es zur nächsten Augenklinik. Ja. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ja. Ich werde jetzt in die andere gehen. Ich hoffe, da werde ich schneller dran kommen. Ich werde einfach aus Oktoberfest und sauben. Weißt du, das ist eine Scheiße, Alter. Ich schwörs euch. Guck mal, wir laufen ja schon wieder durch diese Abspritzstellen rum. Die hier rumspritzen und sowas. Gebrot. Der Tick muss weg. Ich habe so einen richtigen Tick. Und der Tick, der muss einfach weg. Wir werden gleich zum Oktoberfest hinlaufen. Ja. Wir sind... Wir stehen vor dem Oktoberfest. Helmut! Der Helmut Kohl ist im Oktoberfest drin. Wir sind auf der Wiesn. Guck mal, guck mal hier. Wir sind auf der Wiesn. Ich hab Bier gefunden, meinst. Das kriegt der Arzt jetzt. Wie schmeckt das Bier? Bier? Ja? Ist ein gutes Bier. Das muss noch Natururin produziert werden. Das ist auch schickend auf dem Wiesn. Wie das heißt. Das ist auch schickend auf dem Wiesn. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Das ist so schön. Wie ist das? Weil wir noch in der Wiesn. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Der Geistes-Krankheit-Vlog gibt das. Der Geistes-Krankheit-Vlog. So, wir petten jetzt beim Gastgeber. Wir haben gerade beim Gastgeber gepennt. Guck mal, wir haben hier Bier gebunkert. Als wir vor dem Oktoberfest vollem Eingang. Das werden wir jetzt rausholen. Jawoll. So, jetzt wird dieses Bier, was wir gebunkert haben, aufgemacht. Gebrust. Wir machen gerade einen Spaziergang durch den Botanischen Garten. Guck mal, guck mal Leute. Ich und Helmut sind hier bei diesem Hauptbahnhof angekommen. Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Ich werde heute bei Ihnen pennen. Das freut mich sehr. Ja. Ich bin's auch. Ihr müsst unbedingt Flatti's Kanal abonnieren, damit er die 1000 Abonnenten voll bekommt. Sind nur noch 151 Abonnenten bis zu den 1000. Und das ist ganz wichtig. Ihr müsst Ihnen folgen. Ihn hier. Boi, boi, Natur-Urin, ich bin's, der Flatti. Ich habe heute wohl Flatti gewinnt. Ich bin's in München angekommen. Uh, 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 uh. Ich muss erst mal Urin entzeugen. So, ich habe hier den Helmut getroffen. Genau. Und wir laufen jetzt zu da, wo er seinen Kopf hin zeigt. So, wir sind plötzlich hier gelandet und ein Kollege holt uns in der nächsten halben Stunde ab. Und, ähm, genau, darauf trinken wir jetzt ein Warte-Bier. Gebrost! Wir haben Hannes getroffen. Und, ähm, genau, wir laufen jetzt, wir gehen jetzt mit ihnen spazieren. Partnersprinzip! Ja, das geht ja gut los! Es beginnt! Und zwar jetzt. Gleich. Sofort. Helmut? Ja? Ich bin eine ranzige Bazille. Hannes, ich bin eine ranzige Bazille. Du bist eine ranzige Bazille? Ich auch. Ich bin ein richtiger Einzeller. Das hört sich gut an. Ich muss mich zu weiterentwickeln zu einer Mikrobe. Mikroben sind lustig. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne liegt Scheiße. Scheiße gefunden. Scheiße gefunden. Scheiße gefunden. Weil da liegt Scheiße dran. Scheiße gefunden. Guck mal, guck mal hier. Letztens, als ich da in Mannheim unter dieser Schutzhütte gepennt habe und fast geklaut wurde, da ist mir diese Nosferatu-Spinne auf den Kopf gefallen. Und guck mal hier. Er hat hier, der Hannes hat hier ein Tattoo von einer Spinne. Die sind richtig kaltiere Tiere. Die können einen in den Mund reinkrabeln und sowas im Schlaf. Und ins Ohr und in der Nase und sowas. Deswegen sind das richtig geile Tiere. Wir sind gerade Bus gefahren und heute ist voll cool Wetter. Weil ich hab schon wieder mein regelfarbender Fummel ausgezogen. Weil ich find das richtig geil, wenn der D3 vernünftig scheppert. Das ist die beste Musik der ganzen Welt. Das Il-Chor hab ich das genannt. Diese Musikrichtung. Das hab ich selber gemacht. Das ist richtig geil. Guck mal, guck mal hier. Hier vorne schwimmt weißes Hähnchenfleisch rum. So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Wir wurden gerade vom Regen überrascht. Also wir haben schon gepennt, aber wir wurden vom Regen überrascht. Genau, das ist hier alles nass und sowas. Und deswegen haben wir ganz schnell das hier aufgebaut. Oder wir haben ganz lange dafür gebraucht, um das aufzubauen. Aber das ist jetzt fertig. Shit up. Und genau, wir pennen hier an diesem See hier rum. Frühstück wird gebraten. So, Frühstück ist fertig. So, die Sachen sind gepackt. Das hier, das ist unsere Pen Location. Und weil das die ganze Zeit immer stärker nieselt, laufen wir zum nächsten Gebäude, um uns dort drunter zu stellen. Wir sind gerade ein Stückchen weiter gelaufen. Und guck mal, wir haben hier eine Überdachung gefunden. Und wir haben hier den Schlafplatz aufgebaut, damit wir hier so ein paar Stunden Schlaf nachholen können. So, wir haben ein paar Stunden Schlaf nachgeholt. Ich werde ein idiotischer öffentlicher Verkehrsmittel mitfahren. So, wir sind jetzt in Garmisch-Partenkirchen angekommen. Und jetzt laufen wir zum nächsten Geschäft. Um dort was zum Fräsen oder sowas zu holen. Weil morgen ist der Sonntag. Deswegen müssen wir heute einkaufen. Hier vorne ist ein verschmierter Lidl. Guck mal, wir sind gerade in diesem Lidl drin und ich habe mir ein Latte Macchiato gekauft. Zum Latte Macchiato saufen. Weil das ist richtig geil. Guck mal, guck mal hier. Unser Abendbrot wird gebraten. Das muss durchwerden. Hier, das nennt sich so. Kot. Ein Stück Kotfleisch. Kotfleisch, genau. So, Fräsen ist fertig. Jetzt wird Abendbrot konsumiert. Der Helmut pustet seine Dings auf. Sein Schlafplatz. Und mein Schlafplatz ist hier schon aufgebaut. Ich penne hier auf diesen... Hier, wie hat das Ding auch mal? Genau da, darauf, wo ich sonst immer wieder penne. Wir werden hier von Zügen belästigt. Wir sind aufgestanden. Wir haben hier gepennt. So, wir haben hier gepennt. Wir werden hier von diesem Regen und diesem Gewitter hier überrascht. Das bindet uns hier total durch. Das pustet uns weg. So, der Wind mit dem ganzen Regen ist weg. Der ist nicht mehr vorhanden. Und guck mal. Hier vorne ist eine Bissstelle. Wenn man genauer hinsieht, dann sieht man hier zwei... Dass da irgendwie... Überraschend zwei Zähne hätte. Und der reingebissen hat. Und das ist total angeschwollen. Keine Ahnung, was das war. Irgendwie eine Spinne oder sowas. Aber das ist schon seit drei Tagen so angeschwollen. Bezirksweise die ist sogar ein bisschen noch mehr angeschwollen geworden. Und damit laufe ich die ganze Zeit rum. Mit dieser... Bissstelle. Koffein ist fertig. Oh, noch zwei Eis. Aber trotzdem ist das geil draußen Koffein zu saufen. Guck mal, hier spritzt was rum. Wenn wir heute Sommer hätten, dann hätte ich da jetzt meinen Kopf reingetunkt. Um euch das zu zeigen, wie das aussieht, würde ich da meinen Kopf reintunke und Blubberblasen machen und sowas. Hier vorne ist ein Fluss. Warte, guck mal, wie sauber das Wasser hier in den Alpen aussieht. Da ist richtig wie... Ich bin nahezu glasklar mit blau dran. Es regnet rum. Es ist nass, nervt. Ich werde mir überlegen, meinen versifften, urinfarbigen gelben Sack anzuziehen. Aber ich habe mich noch nicht entschlossen. Weil das noch nicht doll genug regnet. Jetzt werden wir hier von diesen ganzen Geräuschen hier belästigt. Das Nudelwasser wird abgegossen und das ist schon sehr oft passiert, dass der Helmut dann plötzlich diesen unteren Deckel dann rausgemacht hat und dann die gesamten Nudeln dann runtergefallen sind. Aber jetzt wird Fressen aufgetragen. Parmesan. Genau, Käse oder wie das heißt. Also keine Käsefüße, aber das ist Käse. Das wird jetzt gefressen. Gleich gibt es Morgenfressen. Guck mal, diese Viecher hier vorne, die haben uns die gesamte Nacht lang belästigt. Und die sind hier hochgelaufen, um uns noch mehr zu belästigen. Jetzt wird Frühstück gekocht. Das wird gleich in uns reingemacht. Frühstück ist fertig. Und ich bin dann für Sifter direkt, ähm, Fresssack. Ich habe dicke, überfettigte Eier. Und, ähm, und weil die, weil dieser Druck total nervt, würde ich dir am liebsten diesen ganzen Berg hier runterkulern lassen. Guck mal, diese ganzen Sachen werden hier getrocknet. Äh, und diese Sachen werden auf diesen Elektrozäunen getrocknet. Und durch diese Elektrizität werden diese Sachen hier getrocknet. Deswegen haben wir das da aufgehangen. Hey, shit! So, die Sachen sind gepackt. Und, ähm, achso, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, das ist ja eine Kapelle. Das war ein super Schlafplatz gewesen. So, wir haben hier die ganze Zeit diesen Wagen hier hochgeschleppt. Und darauf, dass wir jetzt gerade keinen Bock mehr haben, den Wagen noch weiter hoch zu schleppen, ähm, werde ich diesen regelfarbenen Schloss, den ich neulich beim Bauhaus gekauft habe, also da, wo ich die billigste Klapserkarre vom Bauhaus gekauft habe und Schrankstorniere und sowas, ähm, den werde ich erstmal öffnen. Ach, scheiße, Mann, Schlüssel ist, ähm, durchbogen. Also, ich habe gerade diesen Schlüssel, den ich gerade durchbogen habe, wieder gerade gebogen. Und damit erfolgreich den 6,99 Euro Billigschloss hier dran gehangen, damit, ähm, damit der Wagen hier abgeschlossen ist. Damit er nicht geklaut wird. Und, ähm, genau, hier ist noch ein Schlüssel. Also, das war gerade 50% Risiko gewesen, dass der eine Schlüssel abgebrochen war, aber den habe ich wieder erfolgreich zusammengebogen bekommen. Aber, genau, der regelfarbene Schloss ist dran. Das heißt, dieser Wagen ist, ist gesichert, glaube ich. Und ich bin eine biertrinkende Mammutspermier. Guck mal, jetzt müssen wir durch dieses Gewässer hier rumklettern. Wir sind in der Schneerinnenverranzung gefangen. Wir müssen hier hoch auf diese Wurzeln drauf. Guck mal, hier vorne ist ein Bergziegenweg. Aber ich habe ja auch ein Ziegenbad und deswegen habe ich die beklettert. Das ist geil, das ist die komplette Naturverransung. Ich rieche auch Naturgas schon. Wir brauchen unbedingt einen Bierträger. Aber das ist ein ganz komischer Weg, wo nur ganz wenig von diesen Trittflätzchen vorhanden ist. Wie gut, dass wir 4,5 Kilo, äh, Wasser dabei hatten, wo es hier jede Menge Wasser satt gibt. Es legt einfach jede Menge Naturrans rum. Es muss weg. Guck mal, hier vorne ist Ausrutschgefahr, weil hier fließen Flüssigkeiten runter. Und hier vorne geht das ganz tief weit runter. Guck mal, man muss sich hier die ganze Zeit an diesen Blatt Papieren hier festhalten, weil wenn diese hier nicht halten und abreißen, dann stürzt man hier ganz weit runter. Und, äh, genau. Deswegen, die sind ganz wichtig, die Dinger. Die nächste Naturverransung muss bewältigt werden. Na, exzellent, gebrust. Jawohl, hier geht das ganz tief weit runter. Ist entspannend. Das ist unser Weg zu nach oben hoch hin. Prämissal, ne? Richtig prämissal! Guck mal, da drüben sind Berggipfel, die sind die ganze Zeit von diesen Wolken verseucht. Das heißt, wenn wir unseren Berggipfel da oben erreichen tun, dann könnte es sehr gut sein, dass wir auch dann später von diesen ganzen Wolken hier verseucht werden. Ich bin schon wieder total verranzt, obwohl ich mich in dem Quellwasser perfekt gewaschen habe. Das ist real. Wir brauchen einen Bierträger. Zwei Stück mit Lastenkraxel und zwei Kästen hinten drauf, jeder. Guck mal, von da unten sind wir hochgelaufen. Und, ähm, wir müssen noch nach da oben hoch, also da, wo die Wolken sind. Wir müssen hier diesen, ähm, Berg hochklettern. Um auf den Gipfel Bier zu trinken. Deswegen macht man sowas. Und hier riecht es die ganze Zeit nach Ziegenscheiße. So. Wir sind hier auf den Gipfel drauf angekommen. Also da, wo dieser Gipfelkreuz ist. Und so sieht das hier von hier aus. Und, ähm, hier werden wir jetzt ein Gipfelbier trinken. So, und darauf, dass wir angekommen sind, wird erst mal Gipfelbier gesoffen. Auf diesen, äh, Gipfel drauf. Mit, ähm, mit dieser Aussicht hier. Und, äh, genau, wir sind gerade dabei hier runter zu laufen. Diesen gesamten Berg wieder runter. Bis wir da ganz unten da angekommen sind. Und, äh, immer mehr Dunkle kommt. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, bis, ähm, bis wir Licht brauchen. Guck mal, wir werden hier die ganze Zeit von diesen Regen hier belästigt. Und deswegen sind wir ganz schnell unter dieser Hütte hier geflüchtet. Damit wir, ähm, nicht hier abwarten, bis der Regen weg ist. Langsam regnet das nicht mehr. Und darauf, weil es an, ähm, Regen mangelt, haben wir hier das hier gefunden. Also da, wo Wasser rausspritzt. Also ich habe gerade meine Kamera mit meinem Sack aufgewärmt. Damit da, ähm, das Akku nicht zu doll abstirbt. Weil das hier die ganze Zeit zu kalt ist. Und guck mal, hier vorne, hier vorne liegt Scheiße rum. Und, ähm, und ich sehe gerade mit der Prozentanzahl, dass es schon wieder zu kalt ist. Das heißt, es muss der gleich schon wieder am Sack anbinden, damit der warm wird. So, wir sind jetzt hier an dieser Stelle angekommen. Wo diese Sackkarre hier angeschlossen ist. Und die wurde nicht aufgebrochen und geklaut. Und, ähm, deswegen werde ich das hier jetzt aufmachen. Diesen 6,99 Euro regelfarbenen Billigschloss. Und der geht richtig scheiße auf. Ja, jawohl, ich habe es geschafft. Ohne, dass der, dass der Schlüssel abbricht. Und jetzt fahren wir mit dem hier weiter. Und jetzt laufen wir zu dorthin, wo wir die vorletzte Nacht gepennt haben. Wohl, das war ein chilliger Platz. Ich war eine richtige Gehirnverranzung. Guck mal, es regnet hier rum. Und hier spritzt das von dieser Dachrinne runter. Ähm, auf den Topf hier drauf. Weil wir brauchen Nudelwasser. Regelfarbene Farbe wird hier drauf geschmiert. Ich mag regelfarbene Farbe. Weil so sieht mein Bierpowerfummel aus. Den ich meistens trage, äh, den ich sehr auftrage. Und ein Pirat stürzt sich auch natürlich ins rote Wasser rein. Die Nudeln sind fast fertig. Das wird gleich in den Teller rauf getragen. So, fressen ist fertig. Jetzt wird das hier gefressen. Wir sind wach. Und wir haben schon wieder genau hier gepennt. Unter diesen Unterstand. Und es hat die gesamte Nacht lang geregnet. Dieser ganze Regen, der hat uns die ganze Zeit genervt und belästigt. Aber konnte schlechter schlafen mit dem Regen. In der Zwischenzeit hat Helmut Essen von gestern warm gemacht. Das ist unser Vollfettfrühstück. Damit wir stark und fett werden. Und heute soll es den gesamten Tag regnen. Aber es hat den Teil Sackmann gesetzt und ist hier dabei, guck. Oh, scheiße. Unser Schließfach, der klemmt. Der Schlüssel geht nicht raus. Der klemmt fest. Das ist scheiße. So, jetzt ist dieser Schlüssel hier abgebrochen. Und wir kommen nicht an unsere Sachen ran. Ähm, und ich habe gerade ein Telefonat geführt. Mit den, die das hier machen. Und die haben gesagt, dass die das dann aufbrechen und später zu mir nach Hause hin versenden. Und dass die erst in den nächsten drei Tagen das machen. Das ist richtig widerlich. Das ist richtig scheiße mit dem Schließfach. Dass wir jetzt drei Tage nicht an die Sachen rankommen. Und diese ganzen, diese ganzen Sachen vor dort zu mir nach Hause geschickt werden. Das hier, das nennt sich Zahnradbahn. Weil hier auf diesen verdreckten, versifften Schienen, da wachsen Zähne raus. Wir sind an unsere Haltestelle angekommen. Und darauf, dass wir hier angekommen sind, werde ich erst mal ein Apfel-Dreieck essen. Und jetzt Bergwanderungs-Start kommt. Und heute laufen wir nach Richtung Zugspitze. Äh, zu einem Lost Place. Und das wird unser Pennplatz sein. Guck mal, hier vorne sind überall diese versifften Wolken. Und wir müssen hier runterlaufen. Bei diesen Schottersteinen. Und da oben, da sind diese Vollfettberge. Wir gelaufen jetzt einen Weg mit ganz viel Luftfeuchtigkeit drauf. Da höre ich Hirschgeräusche. Aber weil Helmut die ganze Zeit die Maske trägt. Und das nicht durchkommt. Hört er das nicht. Und deswegen höre nur ich die Hirschgeräusche von da ganz hinten. Und guck mal. Hier vorne sind ganz viele fettige Kieselsteine. Wenn sich einer davon löst und uns trifft, dann ist eine Katastrophe kaputt. Guck mal, wir müssen jetzt hier hochklettern. Wo diese ganzen Steine sind. Wir sind gerade von da ganz unten hochgelaufen. Diesen Abhang. Und guck mal, guck mal hier. Hier vorne ist ein Klettersteig. Das heißt, wir müssen hier irgendwie hochklettern. Wo das hier, genau. Genau, das machen wir jetzt. Das ist ein Klettersteig. Okay, cool. Es ist gut, es ist gut. Das ist der Nächste, das ist der Nächste, der Nächste ist der Nächste. wir sind gerade vom weg abgekommen und wir haben so ein paar felsen gestiegen die nicht zu diesem klettersteig gehört und jetzt haben wir diesen klettersteig wieder zurückgefunden und jetzt geklettert wir genau hier weiter auf diesen klettersteig und hier vorne ist immer mehr schnee das heißt hier ist viel mehr rutschgefahr und sowas wir müssen den ganzen berg noch hoch hier vorne liegt noch viel mehr schnee rum heute ist ein exzellenter tag um zu sterben der sackkarren ist leider schon tödlich abgestürzt der sonneuntergang war schon wir müssen uns beeilen fast elf jahre kurze hose ein paar höhenmeter müssen wir noch machen von da unten kommen wir und wir werden hier die ganze zeit von diesem weißen zeug hier belästigt von dahinten kommen wir und dort geht es nicht weiter jetzt müssen wir den gesamten berg wieder runter laufen und beim runter laufen passieren die meisten abstürze kommen von diesen schnüren wo man sich eigentlich festhalten sollte sind hier manche hier kaputt das heißt wenn man nicht aufpasst dann fliegt man da dann fällt man da ganz weit runter auf den kopf drauf hier guck mal hier sind überall diese abgerissenen stellen von diesen schnüren wo man sich eigentlich festhalten sollte und jetzt fängt das an zu schneiden mittlerweile sind immer in der alpine survival situation weil oben besteht erhöhte lawinegefahr oder ich schon guck mal da fliegt schon alles runter du wir werden einfach am berg verenden guck mal da ganz unten da ist die ortschaft wo wir hin müssen prüfen ob das hier der richtige weg ist also genau ganz sicher bin ich mir nicht alles harmlos sonst kann nur noch ein baum töten oder irgendein wildtier wir sind oben angekommen und dann wieder zurückgelaufen und jetzt sind wir vollkommen durch nest in einer schutzhütte gelandet und hier pennen wir so wir sind aufgestanden und wir sind immer noch komplett durch nest von gestern abend und hier hier hängen die ganzen sachen hier rum zum trocknen und der verranzte gesicht von helmut muss auch trocknen das ist auch ganz das geworden von gestern und wir sind gerade dabei tee zu kochen so jetzt wird schwarztee gesoffen heute schwarztee weil wir haben kein koffein hier guck mal wir werden hier von diesen hühnerköpfen hier belästigt und da hinten dann kommt noch ein hühnerkopf vorbei der uns auch nerven möchte die beiden die sind das richtige belästiger werden hier von noch viel mehr hühnerköpfen hier belästigt die laufen hier rum helmut hat hier so schluck von diesem wasser hier reingemacht also von diesem seewasser weil der sieht so klar aus und der wird probiert ungefiltert und das schmeckt das schmeckt trotzdem so wie leitungswasser sogar besser das ist richtig geil das ist das beste seewasser was ich jemals gesoffen habe guck mal hier vorne sind schon wieder schienen mit zähnen dran wo hier dieser zug hier durch fährt und hier werden wir jetzt einsteigen jetzt richtig start kommt das ist eine richtige vollenkbahn mit zähnen und darunter ohne vaginal schleim dieser schließfach in den schließfach haben wir ein paar sachen drin oder eigentlich sogar ganz viele sachen und das wurde aufgebrochen und nach ingolstadt gebracht und deswegen müssen wir jetzt zum ingolstadt hinfahren und dort das zu holen guck mal das hier das ist unser schließfach was aufgebrochen wurde und hier ist dieser abgebrochene schlüssel der hängt da immer noch dran und genau unsere sachen wurden entnommen und nach ingolstadt gebracht deswegen fahren wir erstmal nach ingolstadt um die sachen zu holen so jetzt gelaufen wir zu dieser da wo unsere sachen sein sollten so wir waren gerade bei der deutschen bahn informationen drin gewesen und die haben tatsächlich unsere sachen hier gehabt das heißt wir haben unsere ganzen sachen wieder zurück das ist sehr gut das ist richtig gut das ist perfekt ich bin gerade in dresden angekommen und auf einmal hat mich die polizei angesprochen die kam dann nicht klar dass ich hier meine alljahreswetterhose anhaben die wollten mich zu so einem wärmeraum hinschicken da musste ich den erst mal verdeutlichen dass bei mir alles gut ist und genau hier ist hier guck mal hier steht minus vier grad drauf also perfektes wetter für meine alljahreswetterhose also ich bin beim fahrer angekommen und der der helmut ist auch da ja und wir fahren jetzt zur 6 sächsischen schweiz so wir fahren hier jetzt gerade mit dem bus hier lang zum nächsten sport damit wir damit wir dort mich hier wie heißt das nochmal genau dort bier trinken können und die nächste tour beginnen können hier vorne ist der gastgeber jetzt laufen wir bei minusgraden zu dorthin wo wir später pennen hier ist ganz viel weißes zeug was uns die ganze zeit belästigen tut guck mal guck mal hier ich habe hier wie heißt es nochmal ich muss noch mehr darauf ich habe eine schneehose an es läuft gut durch diesen bekloppten an mit kurzen hosen machst du das einfach verwuddelt sich einfach geht verwuddeln genau guck mal guck mal hier wir kommen von da unten hoch gelaufen und wir müssen noch ein paar meter machen und dann bauen wir lager auf guck mal hier vorne sind felsen und sowas wir haben felsen gefunden und deswegen haben wir hier planen aufgestellt damit wir hier alle drauf pennen können das wird richtig geil sein jetzt kocht kommt was gibt es ein leckeres das weiß ich selber doch nicht aber das wird gleich gefressen deswegen ist unser armen so fressen ist fertig guck mal dieser helmhut er hat das hier aufgeblasen das hier das ist eine richtige motten made der hat genau diese farbe das ist eine richtige made ein maden exemplar was weich macht weil diese ganzen maden die sind zu weich und sowas und wir pennen jetzt erstmal hier eine runde das machen wir aber so richtig ich war eine küchenschabe aber so richtig guten morgen ja genau hier gepennt hier unter unter diesen verransten wie heißt das ding fels und das ist kalt sehr kalt oder alles zugeschneit ich bin nicht fit ich muss pennen weil das schlafrhythmus total im arsch ist und das immer schneller dunkel wird ist das schon wieder dunkel geworden und jetzt wird hier vorne glühwein gemacht heidelberg glühwein ich glaube wir werden alle krank ich nicht wir schon es ist so kalt Torin mein Freund jawoll wir sind angekommen hilf dich das ist ihr selbst ein neues Bier ist geholt das ist sehr gut das ist richtig gut das ist richtig gut das ist fantastisch jawoll hier vorne ist Glühwein und das hier das ist dieses verranzte Wasser was warm gemacht wird Schneewasser es wird aufgekocht für sowas hier jetzt wird früh äh fressen gegrillt nehm dir bitte wir müssen das unbedingt verwerben grüß mal den Tatschen von mir bitte ich grüße dich das muss duscher werden wie mein Kopf es muss genauso durch werden wie mein Kopf also mindestens nodensack boah ist das kaltes oh das Bier hat schon so kleine Klumpen drin weil das nicht gefroren ist das ist so schön bestes Wetter für meine Alljahreswetterhose Hallo URIN ja Schinkenass Schinkenpower das ist gutes Schinken das ist gutes Fett ja Fett ist gut das ist gutes Fett mit Fetts dran URIN URIN ich bin eine Mistgabel du bist ein sehr guter Mann nächster Tag ist angebrochen es beginnt und äh guck mal guck mal hier das ist da hinten das ist alles zugeschneit äh ja ich muss pissen guck mal wir haben genau hier gepennt hier wo dieser ganze Schnee rumliegt wie hat die ganze Zabinos gerade gehabt mein Gehirn schwappt rum das hier das war unser Schlafplatz gewesen unter diesen ähm wie heißt das Ding nochmal unter diesen Felsen das hier das war unser Schlafplatz gewesen mit mit äh Schnee Aussicht als noch keine Schamhaare an mein Kinn gewachsen sind äh da sah ich noch aus wie so ein Milchgesicht wie so ein richtiger äh Kondensmilchkopf ich will immer noch ein Kondensmilch gesen ich will immer noch ein Kondensmilch gesen hier kann man runterrutschen guck mal voll fett felsen voll fett felsen felsen mit fett dran voll fett felsen diese felsen sind so hoch gewachsen aber dieses war wollen wir von diesen ganzen mücken in ruhe gelassen ich habe schon mal so heftig und gewalttätig in die hosen reingeschissen dass nichts passiert ist und hier vorne liegt überall dieses weiße zeug was mich schon öfters belästigt hat hier liegt ganz viel davon ich trage die ganze zeit so ein verschmandigten gehirn auf mir drauf den schleppe ich mit mir rum ich weiß nicht wofür ich den brauche es muss mehr baumrinde gegessen werden baumrinde ist gut baumrinde ist richtig gut guck mal hier vorne ist sächsische schweizeis und hier vorne hängt noch mehr als rum und hier vorne spritzt flüssiges wasser rum das ist sauberes wasser sogar das kann man saufen das ist genau genau dieses wasser was da aus dem rohr raus gespritzt kommt das ist gutes wasser das ist saufbares wasser also ein wasser zum rumsaufen was man in sich im oral reinschieben muss dieses wasser ist das so wir trennen uns jetzt und zwar ich fahre mit dem gastgeber mit dieser urinfarbigen straßenbahn woanders hin genau das ist die kleinste urinfarbige straßenbahn von deutschland die ist schön laut so wir sind gerade von der urinfarbigen straßenbahn ausgestiegen dort jetzt gelaufen wir zur nächsten fähre und da wird rumzufahren guck mal wir fahren jetzt gerade mit der verschmandigten fähre über diesen fluss rüber wir sind schon da wir sind angekommen aber wir müssen noch da oben hoch zum bahnhof weil unser zug der kommt gleich in fünf minuten der muss schneller machen also wir sind jetzt hier auf diesem bahnhof und da drüben da drüben wartet auf uns unser schmandige zug der uns nach dresden ihn führt hier ach nee da hinten genau da hinten ist unser zug der steht da vorne das ist hier los ach du scheiße der ganze fluss wir werden hier vorkommen überschwemmt ach du scheiße hier stehe auf wir müssen hoch wir müssen weg ich habe mich schon gewundert warum man schlafsack so plötzlich nass ist jungen warum warum ist stark das wasser so extrem muss ich die ganzen sachen hier übertragen was passiert hier gerade aber aber scheiße mein handy hier alter wir werden hier komplett überflutet hier was passiert hier gerade ich habe mich gefragt warum das hier jetzt was passiert hier leute was passiert hier eigentlich gerade so ungefähr ich weiß selber nicht der goldmann versucht jetzt gerade sein dings abzubauen seine hängematte was ist immer tiefer irgendwie es ist hier alles voll alles komplett voll wie kommt man hier weg sein handy ist da reingefallen das wasser wie viel warum ist hier plötzlich so viel wasser ich frage mich was hier hat so viel tiere auch langschwimmen dann wir müssen beim wagen am besten da oben an dem baum hängen falls es regeriert oder so wie kommt man hier weg mal guck mal wir kommen ja von da ganz hinten und das hier ist alles voll komplett ich war fast am ziel aber dann wird es bis hier und dann weiter konnte ich nicht weil sonst kriege ich ja keine luft mehr hier vorne geht es zu natururin jahresrückblick 2021 also den vom letzten jahr das ist rückblick von den ganzen hauptvideos von 2021 gebt euch das das